Willkommen zu einem weiteren Livestream, zu dem Livestream, wo es um Unheil Null gehen wird. Ich bin gespannt, ob wir alle Köpfe heute zusammen kriegen. Ich habe allen Bescheid gegeben, ich habe gesagt, Leute, heute einfach so gegen 9 bis 10 Uhr am Start sein. Ich bin heute auch relativ spät am Start, Leute, es tut mir leid für die Verspätung, für die kleine Verspätung. Ich glaube, so 10 Minuten sind wir zu spät. Die Glocke hat auch gerade funktioniert, das sehe ich hier auf meinem Handy, Leute. Und damit herzlich willkommen an alle. Let's go, Leute. Wir haben die eine Million gestern im Stream gepackt. Das war so ein geiler Stream. Das war so emotional, das war so aufregend, das war so spannend. Alles, was da passiert ist, das ganze Event. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hoffe, euch geht es gut, vor allem gerade. Lasst uns einen geilen Stream haben, Freunde. Ich bin gehypt. Ich bin wirklich gehypt. Und wir gehen direkt gleich rein, ohne rumzuschnacken. Obwohl doch, wir schnacken noch ein bisschen rum. Ich würde gerne noch mal ein bisschen mit euch reden. Ja, ein paar Namen vorlesen. Wir haben hier unter anderem Kamran ist da. Anthony ist da. Louis, Simon, Malis. Wen haben wir noch? Sparky, Karim, Lukas, Jacob, Marco, Genzi, Moritz, Matrix, Canox. Ich hoffe, man hört mich auch gut gerade, ne? Ein paar Einstellungen wieder geändert. Aber sollte eigentlich alles klappen. Ich sehe doch, dass hier alles gerade ohne Probleme klappt, Freunde. Checkt ihr das. Ich bin gehypt. Unheil 0, Freunde. Wer ist auch gehypt? Stellt euch mal vor, dieser Boss wird uns aufessen. Das wäre gar nicht gut. Ihr müsst dranbleiben. Es wird geil. Es wird heftig. Also, es kann nur geisteskart werden. Ich bin auch so übertrieben kaputt, Leute. Ich habe so wenig geschlafen. Aber muss nun mal so sein, ne? Man musste sich ja auch vorbereiten für das Unheil 0. Man muss ja eventuell gewisse Goldäpfelfarm gehen. Man muss ja gewisse Raketen besorgen. Ihr solltet mal kurz diese Sicht hier ändern. Zack. Und wir gehen jetzt rein. Wir gehen rein, Leute. Ey, danke für die Mitgliedschaft. Wen haben wir hier? Oh, Phil Game 0, 0 ist wieder back als Mitglied mit seinem goldenen Controller. Let's go. Stell dir vor, der Boss fängt an, einen Workout zu machen. So ein bisschen Fitness oder was, Maximilian? Dachtest du auch, der macht jetzt Fitness oder was? Stu, du musst deinen Kopf hergeben. Startix, das lässt du schön sein, mein Freund. Das lassen wir schön alle hier sein. Wir gehen rein, Leute. Musik ändern. Wir brauchen Abenteuermusik. Obwohl eigentlich Abenteuermusik gerade nicht so passend ist. Denn eventuell passiert ja was Schlimmes, Leute. Aber ist doch egal. Wir wollen hier nämlich den Stream positiv starten. Positive Energie, positive Aura. Und deshalb, my friends. Öh, wo ist mein Shader? Shader kurz aktivieren. 3, 2, 1. Und bam, wir sind hier wieder drinnen mit Minecraft in good quality, in guter Qualität. Also Freunde, ich zeige euch mal kurz, was alles geplant ist oder gemacht wurde. Wo starten wir? Ich zeige euch mal, was alles geholt wurde. So. Erstmal gebe ich mir kurz mein Essen. Wir geben uns kurz wieder volles Leben. Denn ich habe alles hier wieder komplett hochgeheilt. Also unsere Rüstung ist komplett, wie man sehen kann, wieder auf maximal Level. Dann haben wir hier Totems, vier Stück. Glück. Hier habe ich meine ganzen Tränke. Dann haben wir hier noch ein paar Feuerresistenz-Tränke. Oder ein Feuer, nee, zwei Stück. Habe ich hier immer noch drinnen. Ey, wieso sind meine Äpfel hier so durcheinander? Zack. Wir haben ein Stack. Und nochmal 16 zusätzliche. Ich bin sogar bereit, die 16 zu verschenken. Wir haben ein Stack Hühnchen. Ah, ich denke mal nicht, dass ich mehr... Also ich wollte eigentlich sogar goldene Karotten machen. Aber irgendwie dachte ich mir, nee, man. Lieber die Zeit in XP-Bot ist und alles wasten. Also wie man sehen kann, man ist hier vorbereitet, Leute, mit zwei Stacks Enderperlen. Raketen habe ich jetzt kaum welche besorgt gehabt. Weil Leute, ich sage euch ehrlich, ich kann mir nicht vorstellen, dass ich viel fliegen muss. Im schlimmsten Fall würde ich da jemand anderes einfach fragen. Ähm, ich habe auch extra nur Flugdauer 1 genommen. Weil Flugdauer 3, ich weiß ja nicht, wenn wir wirklich in dieser Arena irgendwie fliegen müssen. Und ich Flugdauer 3 habe, dann klatscht ich ja die ganze Zeit irgendwo gegen. Deshalb schlau auf jeden Fall gedacht, so Flugdauer 1. Ähm, genau Leute, das ist nämlich der Plan. Und ich würde mal sagen, wir gehen mal kurz zu einer Endertruhe. Und ich würde mal ein paar Items trotzdem weglegen. Weil, äh, ich ein bisschen Platz brauche. Man weiß ja nicht, ob der Boss irgendwas droppen wird. Weil stellt euch mal vor, da wird irgendwas droppen. Das wäre natürlich hier wichtig und richtig. Ähm, Enderperlen klappen nicht. Ja, könnte eventuell ja so sein, dass es nicht klappt. Aber es könnte ja auch sein, dass es klappt, weißt du. Ich habe gesagt, komm, ich bereite mich für alles vor. Und, äh, entweder klappt es oder es klappt nicht. Wir schauen einfach, vielleicht klappt es ja nachdem das Portal auf der anderen Seite vor ist, weißt du. Zu, stell dir vor, Jump and Run. Oh, das war auch geil. Ähm, also, kurz Platz machen. Ich höre doch gerade eine Donation. Uha. Das ist Monkey Ali, Junge. Monkey Ali, Dankeschön. Vielen, vielen Dank, Bro. Kuss. Ehrenhaft. Ähm. Lass uns mal kurz überlegen. Stace Kopf habe ich hier immer noch. Die Netherite Axt. Eine Axt. Ich habe hier halt meine Sue's Ultimate Axt. Das ist eigentlich das Gleiche. Bloß, die ist halt nicht Netherite. Deshalb, äh, die kann ich erstmal hier drinnen lassen. Die hat auch irgendeinen Idiot gedroppt gehabt. Ich glaube, wer hat mir das gedroppt, Leute? Ich habe die gesammelt. Irgendeiner, wir waren da in so einem Kreis mit ganz viel. Und irgendeiner hat die aus Spaß gedroppt und ich habe die bekommen. Ich habe einen verzauberten Goldapfel, Leute. Wichtig. Ähm, ich habe leider nicht geschafft, mehrere zu farmen. Hier sind meine ganzen Tränke. Mein Eimer. Zack. Zack. Die Frage ist, können wir diese ganzen Sachen überhaupt platzieren? Wahrscheinlich nicht. Mich stört es, dass ich hier nur noch drei habe. Ähm. Das kommt hier auf den Slot. Dann kommt hier mein Wassereimer. So, das ist mein PvP-Setting gerade. Sehr, sehr nice. Ähm. Gut. Die Netherite-Ax hat keine Schärfe. Deswegen ist deine Axt besser. Du hast recht. Du hast recht. Ja, du hast recht. Ja, mein Bogen. Ach, mach dir gar keinen Kopf. Mein Bogen. Das wird schon safe ausreichen, Bro. Oh, dieses kleine Stückchen, was ich da noch habe. Damit kann ich noch über 200 Mal schießen, gefühlt. So, weißt du. Deshalb alles top, Leute. Gar kein Stress. Ich schreibe mal guten Morgen an alle. Guten Morgen an alle. Oder sollte ich sagen... Ne. Ich wollte gerade schreiben. Oder soll ich sagen schlechten Morgen wegen dem Boss? Aber ich will hier positiv starten. Guten Morgen an alle. Was geht? Wer ist denn alles am Start? Wir haben Mooney, Armin, Lukas, Zetestik, Itachi und Kiru. Okay, das sind schon mal. Sehr geil. Armin hat auf jeden Fall, als ich ihm gesagt habe, er soll online kommen, ist er auf jeden Fall jetzt schon am Start. Sehr nice. Ähm. Wir sind sieben. Wer von denen hat alles ihre Köpfe weggegeben? Das können wir mal kurz gucken. Hast du gut geschlafen? Nein. Leider nicht gut gepennt. Das stimmt sogar ehrlich. Ich habe echt nicht gut gepennt, Freunde. Nachbarn waren so laut. Ich hasse das, wenn ich meine Nachbarn höre, Leute. Wirklich. Wie kann man um 2 Uhr morgens noch laut sein? Oh, Armin ist dort. Ähm. Armin ist dort. Ey, Mia, danke für fünf verschenkte Mitglieder. Wollen wir ihn erschrecken? Ich erschrecke ihn mal. Armin. Armin. Ich muss mit dir reden. Warte, hört dich so raus, Juch. Ey, was geht, Armin? Ey, ich bin sauer. Warum bist du sauer? Ich putze Schalkerkaste hier hin, weil ich gedacht habe, ich habe jetzt ein paar Köpfe noch und so. Oh, jetzt. Oh. Ja. Und ich glaube, ich habe Snoopy's Kopf irgendwie doppelter platziert. Oha. Oha. Aber Armin, guck mal, das Ding ist. Ähm. Du musst dir vorstellen. Warum hast du deinen Kopf schon platziert? Ich habe auch nur die Köpfe von allen, oder? Jetzt aber nicht lieber warten. Vielleicht kann man auch irgendwie was tun, damit die Köpfe eventuell nicht platziert werden. Denn mein Kopf ist auch noch nicht platziert worden. Und ich weiß nicht, ob ich meinen Kopf rein platzieren will. Ich sag dir ehrlich, die Köpfe habe ich mir nie was gegeben. Ehrlich? Ja, das war mir immer egal. Und hast du schon irgendwas Neues herausgefunden? War Tobi schon irgendwie bei dir anwesend? Nee, gar nicht. Gar nicht, gar nicht. Gar nicht. Er sagt ja, ich halte mich auch fern von dem. Also für mich ist der Typ genauso unter so Schublade wie andere Leute. Oha, warum? Ja, Bro. Wer hat denn die ganzen Sachen hier veranstaltet? Wer hat denn ziemlich diese komischen Kräfte gegeben? Er wollte uns vielleicht eine Lektion erteilen. Ja, nein, 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 nein. Weißt du, was das Ding ist? Erzähl. Der Typ ist ein Psychopath. Ich finde, er ist ein Genie. Wo ist denn der denn? Er ist ein Genie. Er ist ein Brain. Guck mal, was er hier alles errichtet hat. Komm mal mit, dieses Labyrinth. Leute, dieses Labyrinth. Also was er hier programmiert hat alles. Ja, aber es ist ja nur für... Ja, super. Aber es hätte ja wie viel Schaden hat er angerichtet, Siu. Also sagst du, du bist ein Tobi-Fighter? Ich bin auch... Ich sag dir ehrlich. Am liebsten, wenn ich es könnte, würde ich Tobi für immer hier weg haben. Tobi, hast du das gehört? Ich glaube, das wird gleich... Oh, oh. Pass auf, Bro. Nicht, dass... Dass sein Zorn dich treffen wird. Weißt du, warum? Warum nichts passieren wird? Warum? Weil der Typ, der ist durch. Für den ist das Ganze hier wie so ein Theaterspiel. Kennst du diesen einen Film, wo es auch so einen Typen gibt? Wo dann alle quasi so die Bauern auf seinem Schachbrett sind? Ich weiß gar nicht mal, wie der heißt. Nö, keine Ahnung. Boah, Digga, also... Bauern auf Schachbrett. Okay, lass uns wieder rausgehen. Wieder kurz den Shader anmachen. Aber alright, gut, dann haben wir schon mal einen weiteren Kopf. Dann würde ich kurz nochmal ein paar Sachen organisieren gehen und dann herkommen, okay? Ja, mach mal. Ich will auch alles organisieren. Okay, Bro. Ich hab jetzt alles organisiert. Sehr nice. Ciao, ciao. So, Leute. Ich würde nochmal gern zu Unheil Nummer 1 fliegen. Zu diesem Gefängnis. Das wollte ich euch auch nochmal zeigen. Zu gestern haben Timmy und Muni geheiratet. Ich weiß, die haben einfach geheiratet. Ey, das war auch so lustig, wenn wir Muni jetzt auf dem Weg finden. Guck mal, es sind jetzt... Okay. Drei, sechs, sieben, acht Leute online. Acht Leute schon mal. Ihr müsst auch die Köpfe dort, wo das Tor ist, platzieren. Hab ich mir auch gedacht. Also genau in der Mitte, ne? Müsste man schauen, ob das wirklich der Fall sein wird. Aber es steht, glaube ich, noch nicht zu hundertprozentig fest. Also ich sage nichts Negatives jetzt gegen Tobi, Leute. Ich will nicht sein Zorn spüren, ne? Ähm, wohin wollten wir? Genau, wir wollten zu Unheil Nummer 0. Let's go. Unheil 1 meine ich. Unheil 1. Das war hier. Schau dir mal vor, wir finden da jetzt irgendeinen neuen Hinweis. Oh, da ist zufälligerweise auch wieder Arm hier. Ist ja lustig. Äh, lass uns runterfliegen. Wow. Und. Platsch. Erinnert ihr euch? Als ich hier eingesperrt worden war? Für einen sehr, sehr langen Zeitraum. Also das war krass. Vielleicht müsst ihr auch einfach nur tanzen, damit das Tor sich öffnet. Wie sollen wir denn bitte tanzen? Wir haben nicht mal Tanz-Emotes. Wie sollen wir bitte tanzen? Mach Kopf von Tobi auf Portal. Reini ist der Einzige, der seinen Kopf hat. Reini ist der Einzige, der Tobis Kopf hat. Die Frage ist, warum? Das weiß ich gerade gar nicht mehr. Warum Reini den Kopf von Tobi hat, Leute. Ey, vielen Dank für 500 Likes, Leute. Kuss geht raus, wie immer. Ihr wisst, ein Like verdient es euch schon. Dient dazu, dass der Algorithmus so den Stream richtig gut einrankt. Und wir dann vielen Leuten vorgeschlagen werden. Schaffen wir heute Frieden für Unheil? Ich hoffe es. Ich hoffe es. Er hat ein Video bearbeitet. Ach, stimmt. Ich erinnere mich. Durch einen Deal. Okay, sehr gut, Ted. Sehr gut, dass ihr auch immer von allen Sachen Bescheid wisst. Können wir das mittlerweile eigentlich abbauen? Oder kann man das immer noch nicht abbauen? Das würde mich jetzt voll interessieren, Leute. Und, Platsch. Wo ist meine Schwitzsacke? Hier ist meine Schwitzsacke. Können wir irgendwas hier abbauen? Nee, geht immer noch nicht. Krass, also dieses Gefängnis ist also anscheinend immer noch Teil von dem Plan hier wahrscheinlich. Von Tobi. Also, wenn irgendjemand Faxen bauen sollte, wird er wieder eingesperrt. Und das wäre gar nicht gut. Zui, ihr schafft den Boss. Ich hoffe es. Ich hoffe es. Hast du gut geschlafen? Krass, wie viele Leute mich fragen, ob ich heute gut gepennt habe. Oh, hallo. Hallo, Pista. Was machst du denn hier? So. Erstmal, ich muss mich kurz bei Ronaldo bedanken. Ronaldo, Munchersklarz, das ist schon zu. Danke für zwei Euro. Ich habe nicht gut gepennt. Du bist mute. Oh. Oh, ich bin mute. Verzeih mir. Wie geht es dir? Mir geht es super. Wie geht es dir? Oh, ich sag mal so. Lass uns hier rausgehen. Hier ist es zu dunkel. Ich feiere diese Dunkelheit nicht. Da müsste ich Shader ausmachen. Darauf habe ich keinen Bock. Raus hier. Ich waste jetzt echt zu viele Raketen, Leute. Eigentlich will ich die Flugdauer 1 Raketen nicht wasten. Ich brauche die für die Arena. Hallo, Stu. Ja, hallo, mein Freund. Na? Ich wollte eigentlich unten gucken, ob sich irgendwas geändert hat oder so. Same, same, same. Sollen wir mal zu Unheil 3 fliegen? Ja, lass mal zu Unheil 3 fliegen. Oder lass uns mal alle Unheile abchecken nochmal. Vielleicht finden wir da irgendeinen Hinweis oder so. Lass mal als erstes zum Schwert, oder? Ja, komm zum Schwert. Zocken nebenbei bei Rocket League. Kann nicht die ganze Zeit schreit. Ach, alles gut, Josef. Mach dir keinen Kopf, wenn du nebenbei Rocket League zockst. Hey. Dein Akku ist fast sehr, Alden. Ärgerlich. Ja, bist du? Ich hab mir halt überlegt so, was passiert, wenn wir wirklich keine Köpfe brauchen, weißt du? Vielleicht was anderes. Welcher Kopf ist weg? Der Kopf ist weg. Ist da vielleicht ein Bug oder so dann? Hier war noch ein weiterer Kopf, aber ein doppelter Kopf. Das Ding ist, wahrscheinlich wurde das akzeptiert, weil das Snoopys Kopf ja quasi war. Ja. Deshalb ist das jetzt aber weg. Krass, 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 krass. Du hast noch ein Snoopy-Kopf hier aktiviert? Nee, das war Amir. Amir war das. Amirs Kopf ist auch schon platziert worden. Von Amir selbst? Ja. Boah. Und wo bleibt deiner? Ja, meiner? Den geb ich erst später raus. Vielleicht mach ich auch ein Spiel draus, dass irgendeiner mich killen muss. Also letztendlich muss ich ja... Ey, ich glaub, wir machen das wirklich, Jett. Was haltet ihr von der Idee? Irgendeiner muss mich killen. Sollen wir das so machen? Ich hör mich doppelt bei dir. Hörst du dich nicht? Doch. Jetzt nicht mehr. Jetzt nicht mehr. Hol mehr Tote. Es ist vier reichen, Leute. Vier reichen doch nicht. Bist du verrückt oder so? Bro, ich hörts schon nicht da und gehen so oft wie du. Ja, nein, 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 nein. Was freigst du jetzt mit mir? Dank für die Doni. Wieso sagen so viele denn nein? Also wahrscheinlich muss ich ja eh meinen Kopf weggeben. Also wenn alle, wenn alle da stehen, wenn 18 Leute da stehen und sagen, Stu, du musst deinen Kopf geben, dann wäre ich doch voller Egoist, wenn ich als Einziger dann sage, ey, nö, ich geb meinen Kopf nicht, wisst ihr? Wenn aber die Mehrheit eh dagegen sein wird, okay, dann ist das was anderes. Aber wenn alle wirklich dafür sein sollten, dann wäre das doch voll arrogant und egoistisch von mir, wenn ich sage, Leute, ich geb meinen Kopf euch nicht, ihr ekligen Spaß. Wollten wir eigentlich nicht zum Unheil gehen? Zum Schwert oder so? Meine Eiterschein geklaut. Oh, das kann natürlich auch passieren. Das kann natürlich auch passieren. Daran hab ich gar nicht gedacht. Oh, Amir ist auch noch im Stall. Hallo, Amir. Was geht? Amir? Ich such nach Chicken Nuggets. Ich hab noch ein paar. Brauchst du Fleisch? Nee, 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 nee. Ich such nach laufendem Chicken Nugget. Ach, du suchst nach Kiro. Ach so. Kiro. Ey, Amir, bitte, bitte beruhig dich ein bisschen, okay? Heute ist ein bisschen, heute kein Stress und so, weißt du? Amir ist sauer. Amir, wollten wir eigentlich nicht zum Schwert gehen, Siu? Ja, können wir theoretisch machen, wenn du willst. Komm mit, komm mit, komm mit, komm mit. Ich komme. Meine Rüstung geht kaputt. Deine? Aber ich will das nicht so einfach lame machen. Junge, ihr habt recht, ihr habt da recht mit euren Aussagen. Rüstung geht kaputt, die können meine Items klauen. Vielleicht mache ich, ich habe eine Idee, ich packe meine Sachen in eine Endertruhe. Also meine Rüstung zumindest und mein Schwert. Rest würden die mir jetzt eh nicht klauen. Ja. Rest würden die mir eh nicht klauen. Dann würde ich halt ohne Rüstung fliegen und die müssen mich irgendwie bekommen oder so. Das ist eigentlich geil. So machen wir das dann wahrscheinlich für alle Fälle. Man weiß ja nicht, wir gucken einfach. Wir gucken. Bist du da, bist du ready? Also Unheil 7. Ich bin jetzt ready. Lass uns hier nochmal kurz runtergehen. Das Unheil 7 gewesen. Das Unheil ist... Oh, okay. Wow, 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 wow. Hier warst du noch nie, oder was? Number 7, meine Damen und Herren. Mit der Nummer 7 seid ihr alle dazugekommen. Du auch. Und die ganzen anderen Bösen. Und du warst auch böse am Anfang. Ich war böse, aber jetzt bin ich nett. Ich bin jetzt ein... Ja, 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 ja. Du bist Mr. Provokant schlechthin, Digga. Ich bin nicht Mr. Provokant. Schwert 7 ist quasi die Eröffnung gewesen. Aber wenn man da reingeht, dann kommst du zu Unheil 2. Denn da gehen wir aber jetzt nicht rein. Zum U-Boot will ich jetzt auch ungern gehen, Bro. Weil U-Boot ist immer so eine Sache gewesen. Ah, ja, ja. Ich weiß, was du meinst. Ja, ja. Lass uns mal... Ja, wegen diesen Monstern. Hast du eigentlich noch viele Raketen, Bro? Lass uns mal zu Portal 5, äh, zu Unheil 5 gehen. Nein, hab ich nicht. Deswegen. Muss auch noch gucken auch. Ja, komm, komm. Unheil 5. Unheil 5. Ey, Leute, ich sag euch, es wird so spannend, wenn der Boss dann da sein wird. Boah, das wird so geisteskrank. Also, ich hoffe es. Irgendwie eine Seite von mir sagt, ey, geh zum Boss. Die andere Seite sagt, geh nicht. Ach, Mann. Wo müssen wir lang? Hier müssen wir lang, ne? Hm. Ja, hier geradeaus. Äh, sorry, Pista. Sorry. Oh, er hört mich nicht. Wir müssen hier geradeaus. Hä? Was ist das denn? Ist das neu gebaut worden? Diese Insel habe ich ja noch nie gesehen. Sind wir hier überhaupt richtig? Ich habe keine Ahnung. Wir sind hier falsch. Wir müssen zurück. Weißt du überhaupt den Weg? Was war nochmal Unheil 5? Unheil 5? Das war die eine Riesenplattform. Die Insel. Die müsste hier irgendwo sein, Leute. Was wurde denn hier gebaut? Ey, Sie, wir müssen komplett wieder zurück. Wir sind in die falsche Richtung geflogen. Habe ich mir auch gedacht. Ja, lass uns zurück. Aber hier müsste das, glaube ich, sein. Ja, komm. Ist das die Richtung? Ist das die Richtung? Geil. Einfach wieder verflogen, Leute. Man kennt's. Wie heißt das Shader? Der Shader ist complimentary. Ja, wir sind wieder back. Wir müssen in die Richtung. Stimmt. Hier war das, Leute. In die Richtung müssen wir. Ich glaube, Pischta weiß gar nicht mehr, wo lang. Pischta weiß gar nicht mehr, wo lang. Es ist eine Zahlenkombination. Ja, welche Zahlenkombination? Vielleicht wollen die ganzen Zahlen etwas bilden. So als Zahlenschloss oder so. Also wir hatten ja die Theorie, Leute. Sieben plus sechs. Also es gab ja sieben Unheile. Ja, wenn wir alles zusammen addieren. Digga, bin ich lost? Wo ist denn dieses Unheil Nummer fünf? Wo fliegst du hin? Ich habe keine Ahnung, wo das ist. Ich habe es vergessen. Ja, zeig du mir, bitte. Ich habe 50 Raketen gewastet. Also, es gibt sieben Unheile. Unheil sieben. Plus. Oh nein, sechs. Plus fünf. Plus vier. Plus drei. Plus zwei. Plus eins. Plus null. Ergibt 28. Und gestern war die 28. Also gestern hatten wir den 28.3. Wir hatten ja die Theorie, dass es sich auf den 28.3 beziehen kann. Aber da war ja eine Million Special. Special sag ich schon. Eine Million Event hier auf der YouTuber-Insel. Aber theoretisch hätten wir auch gestern das ja aufmachen können, wenn genug Leute da wären. Seht ihr? Das ist das Ding. Deshalb, ich weiß nicht, ob es trotzdem irgendwie noch was mit den Zahlen zusammenhängen sollte. Hm, schwierig. Schwierig. Vielleicht wäre der Plan ja wirklich aufgegangen, wenn wir das am 28. gestern getan hätten. Hallo. Kennst du Icon 5? Ja, ja, kenn ich. Aber aktuell gucke ich lieber Reblarü. Reblarü. Bist du da? Bist du ready? Lass uns mal ein bisschen umgucken. Ein bisschen umgucken hier, ne? Wie viele Raketen hast du? Null. Null. Du musst ja jetzt alle verschwenden, weil du die ganze Zeit weggefunden bist. Du hast null Raketen. Ja, alles gut. Wie kommst du dann zu? Nee. Ja, ich glaube, es sind vier Stück. Damit müssen wir zurückkommen. Damit müssen wir zusammen beide so. Damit müssen wir zurück. Ja. So, was ist hier passiert, Stu? Da kam der Unheilgeboten. Hier hatten wir den ersten Boss. Das war so ein krasser Boss. Es hat so Spaß gemacht, gegen ihn zu fighten. Und dadurch hast du ja eine krasse Rüstung bekommen von ihm. Also das war der erste Gegner, der auch Items gedroppt hat. Ich habe ja dieses Schwert bekommen, was aber nur einmal benutzbar war. Du hast deine Rüstung bekommen, wo Feuerschutz 4 und Schutz 4 war. Also sprich zweimal Schutz. Und das vorne habe ich auch bekommen. Und das vorne hast du bekommen. Dann hast du ja einen anderen gegeben. Ja. Dann habe ich das Kerl anvertraut. Das Horn. Ja. Okay, dann lass uns mal zu Unheil 4 fliegen. Warte, lass uns mal wieder zurück zur Insel, oder? Ja, lass uns zur Insel. Ich folge dir. Weißt du den Weg? Ja, komm. Boah, Pisch, da weißt du den Weg, Junge. Seit wann so professional? Dankeschön. Professional for you. Sieben Unheile, sieben Köpfe. Aber wir haben schon sieben Köpfe dort. Nein. Oder? Boah, Matthias, hey Stu, ist dein Buch rausgekommen? An dem Tag hatte ich Geburtstag. Was ist heute so geplant? Kommt Max auch. Erstmal, Mr. Matthias Grunkowski. Danke wie immer für deine Donation. Und tatsächlich, mein Buch ist vor drei Tagen rausgekommen offiziell. Bei Amazon steht irgendwie Erscheinungsdatum 20. Was aber nicht gestimmt hat. Mein Buch ist offiziell am 27.03. rausgekommen. Also seit zwei Tagen. Und Leute, boah, also wir haben schon so viele Bestseller-Ränge bekommen. Irgendwie bei Fantasy, bei Kinderbuch und bei irgendwas anderem. Bei Comics glaube ich auch Platz 1. Holt euch das Buch. Also Geist ist krank. Kuss geht raus, Leute. Dafür nochmal. Und wie gesagt, ich wollte ja eine Verlosung dann quasi machen. Dass zwei Leute, die das Buch dann haben, ein Bild mir schicken bei Insta. Irgendwann in drei, vier Wochen machen wir das wahrscheinlich. Und dann können zwei Leute auf die YouTuber-Insel, also wenn ihr noch versuchen wollt mitzumachen und eh Bock habt auf die Story oder das Buch, dann gerne den ersten Link abchecken. Bei YouTube in der Videobeschreibung. Ist mir egal, ist mir egal. Ey, sorry Bro, ich war gerade am bedanken mich bei Matthias Grunkowski. Danke nochmal. Und was ist noch der Plan? Also heute ist anscheinend geplant, dass wir alle Köpfe an das Portal platzieren, wo eventuell dann das Portal aufgehen wird. Müssen wir schauen, ob das klappt. Wir können keine Köpfe von OGs reinverwenden? Weil, keine Ahnung, die waren online. Bro, es bezieht sich gar nicht auf die OGs. Ich bin mir sicher, es bezieht sich gar nicht darauf. Es bezieht sich darauf, wer eigentlich aktiv ist und wer nicht. Ich denke mal, du musst einfach die letzten drei Tage oder so online sein. So wurde das safe programmiert. Ich auch. So wurde das safe programmiert. Ähm, lass uns mal nach oben fliegen. Wo sind denn die anderen? Sind die eigentlich hier, Leute? Ich habe keine Ahnung. Vielleicht sind die hier. Hallo? Hallo? Ziu, da war eine Hochzeit hier, oder? Hier war die Hochzeit. War hier, glaube ich, die Hochzeit? Ich habe keine Ahnung. Also die Hochzeit von Timmy war nicht hier. Wollen wir dann heiraten? Äh, ob wir heiraten? Nein. Pista, hier wird nicht geheiratet, Junge. Pista, hier wird nicht geheiratet. Sorry, 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 sorry. Die Kuh macht muh. Ähm, wo sind denn alle anderen? Wo seid ihr? Lass mal gucken, wo die anderen sind. Die kleinen Paulberger, die kleinen Schlawiner. Oha. Ey, warum haust du mich? Sag mal ehrlich, warum haust du mich? Da, wo du nicht bist. Da, wo du nicht bist. Boah, guck mal. Guck mal, was er sagt. Ich habe einfach nur okay. Oha, ich auch. Okay. Mach auch. Wir können uns noch ein paar Rockets machen gehen, ne? Ein paar Rockets, Rockets. Da bin ich dabei. Lass einmal beim Alpha Tower dann klauen. Beim Alpha Tower sollen wir klauen? Ja, ja. Beim Alpha Tower, ich habe genug. Äh, also genug Gunpowder. Lass uns einfach. Ja, okay, okay, okay. Das ist gut. Finde ich gut. Ich wollte eh noch ein paar Rockets dann machen. Dann können wir das machen. Lass uns runterkommen. Dann machen wir uns noch mal ein paar Rockets ready. Bei den Köpfen sind die. Okay, da gehen wir auch gleich hin. Ähm. Bam. Wir holen uns erstmal noch ein bisschen hier von den Alpha-Clar-Leuten. Holen wir uns eventuell noch ein bisschen Zuckerrohr, ne? Holen wir kurz Zuckerrohr und ich holen wir kurz den Gunpowder. Okay, Chef. Okay, Chef. Zu Befehl, Chef. Alles klar, Chef. Bam, 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 bam. Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. Und, zack, 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 zack. Alles für die eine Melone. 64. Ah, das reicht eigentlich noch nicht. Wie Core, wir brauchen noch ein bisschen mehr. Wie gesagt, nur Flugdauer 1. Flugdauer 1, dass wenn wir in einem schmalen und kleinen Raum sein sollten, äh, ich wirklich dann auch gut fliegen kann. Falls wir überhaupt fliegen müssen, so. Kann ja sein, dass wir gar keine Elitra benutzen können und es gar nicht dazu kommt, dass man fliegt. Aber man weiß ja nicht, ne? Man weiß ja einfach nicht. Man muss einfach schauen. So, das reicht. Ist er? Ja, mein Best-Up. Hallo? Ich komm hoch, lass uns hoch. Okay, lass uns hochgehen. Wir brauchen eh ein Crafting-Table, oder? Nein, gar nicht. Also doch, wenn du drei Raketen haben möchtest, ja. Ich will nur eine Raketen. Guck mal, die Jessica wollte, wollen Moni wieder her schlagen. Uh, da gibt's wieder Beef. Hier, ich stopp dir alle. Mach mal bitte Rockets ready. Äh, was brauchst du für Rockets? Drei Rockets? Mh. Oder bist du eins, 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 eins. Ich weiß gar nicht, warum ich mich grad so lange überlegt hab. Ich hab grad kurz gedacht, was hier da ab, was da ab geht. Moni wollte von Z-Tessi... Hä? Was passiert? Was passiert denn da wieder? Er hat eine Million. Ja, Freddy, wir haben die eine Million gestern gepackt, Leute. Ich glaub's da immer noch nicht. Ey, wirklich, diese Zahl ist einfach so krank, ne? Ich klicke auf meinen Kanal und denke mir, oh mein Gott, vor sieben Jahren oder so, sei dir gegönnt, Bruderherz. stand da noch ein Abonnent und jetzt steht da eine Mew. Eine Mew. Danke euch, my friends. Komm her. Ja, bist du da. Geil. Äh, so viel brauch ich gar nicht, weil ich würd schon ein paar Slots frei haben. Ich würd sagen, mh... Da wartet, Pudi, bitte hier meine Schakekiste rein. Hier. Eins deck, glaub ich, dir noch. Ja, das sollte eigentlich reichen. Brauchst du irgendwas anderes? Äh, Totems oder so? Nee, aber... Ich muss mal gucken, Leute, was nehme ich hier direkt schon raus? Feuerresistenz, Stärke, Trank. Auch was zu essen, ne? Das ist sehr, sehr wichtig. Essen, Essen ist so ein Problem, was wir wirklich alle haben. Was haben wir denn? Oh mein Gott. Oh, okay, Tridan, da wird schon nicht klauen. Guten Morgen, ich hab mich gerade übelst angstrocknen. Alles klar bei dir, Tridan? Wie geht's dir Geburtstagskind? Hä? Wieso Geburtstagskind? Ich hab doch gar nicht mehr Geburtstag. Bist du da? Hier, Knochen für dich. Aber mir geht's gut. Aber ist das gut? Mir geht's euch. Das brauch ich auch nicht, bro. Äh, ja, ganz okay. Wir sind hier noch ein bisschen am Vorbereiten. Ähm... Für den letzten Unheil an der Leine. Okay. Für das letzte Unheil, Junge. Okay. Tridan ist jetzt auch neu dazugekommen. Drei, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf. Elf Leute sind wir. Wir brauchen aber... Ja. Lass uns mal zu den Köpfen. 14 Köpfe brauchen wir. Wir können ja mal kurz gucken, Leute, wer am Start ist. Dein Bogen. Ja, ich weiß, Freunde. Also, mein Bogen, ich kann das nicht reparieren. Ich müsste halt noch einen Bogen dafür benutzen und XP dafür waste. Aber das wird eh reichen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass mein Bogen jetzt im Kampf kaputt geht. Ich kann safe noch 200 Mal schießen oder so, Leute. 200 Mal, das reicht. 200, 300 Mal locker. Also, ich kann bestimmt noch eine Stunde damit rumschießen, gefühlt. So, wisst ihr. Deshalb alles gut. Aber danke, dass ihr mich daran erinnern wolltet. Erinnern wollt. Also, Armin, Alfie, Snoopy. Ich mach mal Shader aus, weil es hier so dunkel ist. Boile, Pusher, Kiro. So, Tridan und ich haben unsere Köpfe noch nicht abgegeben. Wir können ja mal kurz weiterschauen. Ähm. So, wen haben wir denn noch am Start? Kian hat seinen Kopf auch nicht. Lukas auch nicht. Das heißt, 4. Riny auch nicht. 5. Muni hat ihr Kopf auch noch nicht abgegeben. 6. Zetestics Kopf ist auch noch nicht da. 7. Itachis Kopf auch noch nicht. 8. Das heißt, von den Leuten, das ist schon mal sehr gut, sind 8 Leute dabei, die ihre Köpfe noch nicht abgegeben haben. Aber das reicht halt immer noch nicht, Leute. Checkt ihr das. Ich hab halt noch Timmis Kopf. Das wird auch safe zu 100% klappen, weil Timmy gestern online war. Du hast Timmis Kopf. Jaja, aber ich weiß nicht, ob ich Timmis Kopf platzieren will. Das Ding hast du immer mal zu. Warum nicht? Warum willst du immer sagen, ich will den Kopf nicht platzieren? Ja, darum, weil ich alle gesammelt habe. Ich mach nicht die Drecksarbeit für euch alle. Und Stays Kopf hab ich auch noch. Hab ich auch noch. Ich hab auch noch Filmsky. Aber aus Respekt, damit die alle selber das machen, warte ich noch ein bisschen. Oh mein Gott, ist das Spiderman? Oder ist das Batman? Oder wer ist das da oben? Es ist A zu dem ihr. A mir. Und Kian ist auch auf dem Stab. Und Kian, Junge. Was geht? Was geht? Ich bin grad die Liste durchgegangen. Wir sind jetzt neun Leute online, die ihre Köpfe noch nicht abgegeben haben. Oh oh. Das ist an sich ja gut. Es ist hier noch 14. Es ist hier noch 14 Stück insgesamt. Ja, das heißt... Ja, Bro. Hallo Baby. Willst du deinen Kopf abgeben? Willst du deinen Kopf abgeben? Ähm, ich sag dir ehrlich, ich würd das machen, aber ich würd nicht der Nächste sein wollen. Weil ich sag dir, ich fühl das erstmal noch nicht so sehr, diese ganze Regelung hier mit den Köpfen. Weil wir wissen noch nicht zu 100% ob das überhaupt die Lösung ist. Am Ende ist das gar nicht die Lösung. Was dann? Was dann? Geil, dann haben wir's ausprobiert. Dann haben wir so ein schönes Bild mit unseren Köpfen hier, ne? Ja, geil, dann haben wir's ja schon mal ausprobiert. Pizza, dankeschön. Das ist meine Sache ja runter. Ja, das stimmt. Warte mal. Die Frage ist... Ich hab mich irgendwo doppelt. Die Frage ist ja, sollen wir das wirklich bringen? Alle Köpfe? Seid ihr euch ganz sicher? Kian, hast du da einen Kopf eigentlich? Ich hab meinen Kopf noch nicht abgegeben. Aber du hast den im Mittag, beziehungsweise LHS? Nö, niemand hat meinen Kopf. Oh. Dann müssen... Dann musst du dich ja noch irgendwie... Kian, wir haben noch nicht unsere Köpfe ver... Ich muss jetzt da hin, die haben Streit. Nein, die sind ganze 1v1 am Machen. Einfach nur... Wo sind die denn? Weiß ich nicht. Der hat er oben irgendwo... Lass mal da hin. Ey, Zetastic, du de Plastik, is was Zestik, was los bei... Die trainieren vielleicht. Auf ganz süß. Da sind die ja. Hä? Einfach so. Sind die hier? Moony? Moony! Good morning, was ist hier passiert? Trainiert ihr oder was? Ey, good morning, Zetastic. Was geht denn PvP trainiert, Leute? Ach, ihr habt gut trainiert für den Boss oder was? Sehr gut, sehr gut. Lass uns ganz kurz hier was abklären. Ganz, ganz kurz hier. Ja? Jetzt wird es hier ernst. Armin, was wollte das gerade? Ja? Ist das hier... Du bist weggelaufen. Warum haut ihr euch die ganze Zeit? Das ist PvP-Fall. Das ist Liebe. Das ist Liebe. Das ist Liebe. Ihr habt PvP geübt? Ja. Ihr zwei? Ja. Weißt Timmy davon? Was meinst du, wie wird dein Ehemann reagieren, wenn du hier mit deinem Ex die ganze Zeit rummachst? Oh, es ist eskaliert. Es ist eskaliert. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das gehört, Moony. Also ganz ehrlich, Moony. Ich bin wirklich enttäuscht. Ich war auf deiner Hochzeit. Und jetzt machst du so. Aha. Und sie ist Tastic. Warum guckst du hier auf den Po? Oha. Ich bin dein Sohn, Jan. Wie kannst du was sagen? Er ist eskaliert. Du bist sein Vater. Okay, das geht mir zu weit alles. Das geht mir viel zu weit alles hier. Euer Onkel Esi, sag mal was. Was für Onkel? Was laberst du? Ich mach bei eurem komischen Familienkram nicht mit, Leute. Onkel Esi, du musst mehr... Nix, Onkel. Moony. Moony, Pischle hat dein Haustier besiegt. Alle so richtig friedlich. Aber nein, keiner denkt an Unheil Null. Die Insel wird zerstört, Leute. Stell dir das mal vor. Komm alle in den Pool. Ein bisschen erfrischend. Geil. Ey Onkel Esi, wie geht's dir das in einem Video? Komm bitte alle in den Pool, erfrischend erfrischend. Komm in den Pool, Alter. Esi, du musst nicht mehr um mich kümmern. Du bist mein Onkel. Nein, bin ich nicht. Was laberst du? Esi, du sollst auf dir. Chat, was labern die? Was labert er? Warte, warte, warte. Warte, esi, ich will's deinem Chatter klären, okay? Ich dachte, es ist das richtig. Also, Kian, Kian ist mein Papa. Aber nur weil du irgendwie selber sagst, dass er dein Vater ist, stimmt das doch gar nicht. Er sagt es auch. Er sagt es auch. Ja. Er sagt es auch. Er sagt er nicht als Sohn. Warte, darf ich richtig... Kian? Ja? Ja? Was ist das zwischen euch alle hier mit heiraten, Mayraten, Vater, Onkel? Ich glaube, ihr seid zu sehr gefangen in diesem Spiel. Ich habe Heile, ich habe Heile, komm her. Lukas wurde Skelett erschossen. Äh, Kian, was hat das mit dem Vatersein auf sich? Boah, ich habe keine Ahnung. Ich habe einfach aus Spaß immer gesagt, mein Sohn, mein Sohn. Nein, nicht Spaß. Das ist echt, Alter. Also, Zitastic denkt wirklich, dass Kian sein Vater ist. Ey, Zitastic, du Zitastic. Was, von was träumst du? Wer hat mir das jetzt geklaut, Zitastic? Geh mir das zurück. Ich habe das geklaut, Bro. Guck doch mal ins Stream. Ey, Jungs. Äh, gab es wirklich eine Hochzeit? Ey, ja. Weißt du, wer geheiratet hat, Bruder? Timi und Moony. Wir waren auf der Hochzeit, Bro, und Stasis erst mal. Aber, ey. Aber, aber, die bereut das jetzt schon. Seid mal ruhig. Die bereut das jetzt schon, sag ich. Ich muss mal ganz kurz. Uli, bereust du es? Ey, Mann, äh, Schiss ist hier. Ups, muss ja ab. Oh. Guck mal, in einer damaligen Zeit nannte man mich den Romantiker. Hör auf mich so zu nennen. Komm mal mit, komm mal mit. Okay, Onkel, ich sehr. Hör auf mich so zu nennen. Hallo. Ihr könnt mir den Kurs dazu, mein Onkel verbieten. Esti, du hast mir gerade meine Enerzis geklaut. Ich muss die wieder haben. Ey, der redet zu viel. Komm her. Hallo. Aber nur, wenn du mich nicht mehr so nennst. Tridan, geh mal Känner zu dir. Oh, ein Hühnchen. Ein Hühnchen-Kopf-Larry, Junge. Was geht? Tridan, doch ein Hühnchen. Was haben wir? Mein Enerzis. Nur weil der pink ist? Ich hab die nicht. Ja. Ich hab die, ich hab die. Ey, 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 ey. Sie testen to the plastic is my sastic. Ich hab die. Ich wüsste gerade seine Rüstung. Amir, ich glaub, die Leute checken einfach grad die Lage nicht. Ich glaub, die begreifen nicht, was wir gerade machen oder gleich machen werden. Ich bin maximal verwirrt, Junge. Ich hab grad auch echt gefragt, was los ist. Ich check das auch nicht. Ich hab gedacht, Unheil Null kommt jetzt und die Leute sind da, haben sich am Vorbereiten und aber die heiraten. Ja, heiraten, heiraten, Familie, der eine ist irgendwie Vater jetzt, der andere bezeichnet mich als sein Onkel. Also ich checke gar nicht, was hier abgeht. Also die sind zu sein in ihrem Familienfilm. Immerhin denkst du wirklich an wichtige Sachen, die jetzt hier gerade wirklich zum Vorschein gleich kommen werden. Ich denk mir grad, wie wir das Dings machen, wie wir das Unheil anfangen können, lohnt sich vielleicht, ähm, Kristalle TNT mitzuholen für den Boss oder so. Oder lohnt sich, äh, ich hab überlegt noch Spinnenweben vielleicht haben zu gehen, weil ich hab jetzt ein Dings noch gefunden, so ein Spinnencave. Oh, das ist auch gut. Gut, das Ding ist Spinnen, ich weiß nicht, ob wir da mit dem Boss, falls es wirklich einen Boss geben sollte, ob wir da irgendwas machen können damit. Aber die Idee ist gut, ich hab auch vorsichtig aber nochmal Enderperlen gefarmt, weil einige sagen zu mir auch so, Enderperlen kannst du eh nicht benutzen. Kann sein, ich hab trotzdem nochmal Raket, guck mal, Flugdauer 1. Wir haben ja schon so ein Teil gesehen, man konnte ja mit F5, oh, ich zeig dir mal was, komm mal mit, wenn du willst, lass uns mal nochmal hinfliegen. Du meinst mit F5 und bisschen so... Ja und, und Schnelligkeitstrank, hast du Schnelligkeitstrank benutzt? Achso, äh, ne. Dann hast du noch bessere Sicht drauf. Dann können wir auch nochmal kurz... Dann musst du erstmal auf Quake Pro machen, hast du? Ja, warte. Und jetzt nochmal Schnelligkeitstrank. Ja, warte, oh, ja gut. Boah. Wie das aussieht. Ah, ja, okay, ja, ja, ja. Ne, das sieht jetzt voll verbuggt aus. Ja, man kann auf jeden Fall besser reingucken jetzt. Und, ähm, sieht halt nicht so übertrieben groß aus. Also, wenn das wirklich so eine Arena ist, dann kann ich mir auch vorstellen, dass das Flugdauer... Also, dass Flugdauer 3 Raketen nicht so schlau sind. Boah, was hab ich hier für eine Perspektive? Sieht da echt komisch aus. Hm. Ja, das wollte ich nur kurz zeigen. Also, da hab ich mir ganz viele Flugdauer 1 Raketen gemacht. So, das kommt hier hin. Macht sogar Sinn. Wie viele verzauberte Goldäpfel hast du? Oh, verzaubert hat Luca alle sein. Luca soll sein, wenn man teilweise weiß. Ich hab nur einen. Ich hab leider nur einen. Ich glaub, wir hatten vier, fünf oder so. Boah, strong. Ja, der ist aber auch super viel rumgelaufen. Also, der ist ja so, der hat ja Warden-Gebiete gefarmt, wie sonst was. Ich hatte ja auch ungefähr fünf, aber das Ding ist, ich hab drei wegen Unheil 1 benutzt gehabt, weil ich Angst hatte, dass ich meine Rüstung verliere. Aber ich bin gespawnt, äh, bin down gegangen und hab dann wirklich direkt diesen Goldapfel gegeben, damit ich meine Rüstung wieder bekomme. Ja, sollen wir nochmal... Ich bin ehrlich? Ja. Ja, lass rausgehen, lass rausgehen erst mal. Mal kurz Shader wieder aktivieren. Same. Ich bin leider ein bisschen enttäuscht von den neuen Leuten, ne? Warum das? Irgendwie hat keiner sich bisher so die Mühe gemacht, vielleicht mal so eine Ausrüstung neu zu machen oder so. So, weißt du, dass man sich das gut besorgen kann. Ja, ich verstehe, was du meinst. Deshalb lass mal mit denen jetzt kurz Tacheles reden, dass die Leute auch checken. Ey, Jungs und Mädels, wir müssen uns jetzt richtig vorbereiten. Ich glaub, die haben zu sehr Spaß, grad in ihrem Pool dort. Was geht ab, Leute? Was geht, Kian? Stu. Ja. Was machen wir jetzt wegen unseren Köpfen? Hast du da eine Idee? Ich sag dir, Real Talk, im allerschlimmsten Fall müssen wir unsere Köpfe abgeben, so. Was? Du würdest echt deinen Kopf abgeben, Bratan? Ja, im allerschlimmsten Fall. Man muss halt schauen, wie viele Leute dann am... Also, ich werd jetzt nicht der Erste oder der Nächste sein, der sagt, okay, komm, ich werd jetzt meinen Kopf platzieren. Weil es kann sein, dass so oder so... Guck mal, Ryan, die war gestern die ganze Zeit dagegen. Er hat gesagt, nee, ich werd auch auf jeden Fall nicht dafür sorgen, das Unheil aufzumachen. Er will also gar nicht. Und deshalb kommen vielleicht sogar noch weitere Leute dazu, die auch sagen, ey, ich werd auf jeden Fall meinen Kopf nicht platzieren. Und deshalb seh ich das nicht ein, meinen Kopf als Nächsten abzugeben, so. Ich werd versuchen, relativ einer der letzten, wenn überhaupt, zu sein. Bro, ich bin genau deiner Meinung bei mir auch. Ja, aber ey, wir müssen das da ganz noch irgendwann beenden. Ja, save sich auch, aber wo sind denn die anderen? Wo sind denn die anderen? Warum sind die noch nicht am Start? Ja, weiß ich ja nicht. Die anderen kleinen Besprechungen halten, richtig? Aber ich sag dir ehrlich, manchmal ist es leading by example. Man muss den Leuten zeigen, dass man selbstwillig ist, dass man das machen will und dann... Ey, Leute, wisst ihr, wie wir das machen? Ich hab eine ganz, ganz einfache Idee. Armin, du hast gesprochen wie ein Löwe, tut mir leid, aber ich muss meinen Nacken teigen. Hört mir jetzt ganz genau zu. Ich mach uns jetzt ein Verfahren fertig, okay? Gebt mir 10 Minuten und dann kommt ihr alle her. Sue, ich bin dein Verteidiger, du bist angeklagt. Und Armin, du bist die andere Seite oder irgendwer anders. Und ich bin der Verteidiger. Wir machen jetzt ein Gerichtsverfahren. Oh, Gerichtsverfahren, let's go! Ich mach das jetzt fertig, ich mach das jetzt fertig alles und danach ruf ich euch, okay? Also mit anderen Worten, Kian gegen Armin oder wie? Oder genau, wie, wir machen das jetzt gleich. Okay, krass, krass, krass. Ich hab Jura-Studium abgebrochen. Boah, beide sind krass. Beide sind gut in Argumentieren. Das wird Kampf der Giganten. Sue, gib mir deinen Kopf. Was? Ich geb dir nicht meinen Kopf, Junge. Ciro. Ich geb dir mit Schweinefleisch, dankeschelle. Komm her. Hurra! Packt Chikken aus. Ui, gleich wird's sehr interessant. Freunde, ich freu mich schon. Gleich wird hier richtig gebiegt. Johnny Hustensaft, danke für einen Euro. Für einen Euro, Junge, danke. Oh, er sei billig in. Ja, er hat mich gerufen. Aua. Trinara, hast du mich gerufen? Nee, ne? Nee. Ich gehe jetzt das Tor angucken. Guck dir das Tor an. Sieht schon echt schön aus. Sieht schon schön aus. Ey, das ist die größte Gemeinschaft, die es bis jetzt auf der Insel gab. Ey, guck mal, Kiru, Junge. Sagst du ehrlich? Du mit deiner Zunge. Der one and only, der allererste. Nee, das ist keine Zunge. Wie nennt man das beim Huhn hier unten? Das ist, aber ja. Du weißt schon was. Das sind meine Eier, Alter. Nein. Was? Weil ich ein Huhn bin. Okay, weißt du, hier ist kein PvP, deswegen, ich habe jetzt hier dicke Hosen an. Sag ich dir ehrlich? Ja, merke ich. Merke ich. Leute, gleich beginnt ein Gerät zu fahren wegen unseren Köpfen. Oha, wo denn? Oh, ich denke mal, die bauen vielleicht irgendwas. Ich fände PvP-freiheit so eine Bette. Moin, Villager. Ryan ist jetzt auch da, Leute. Deshalb, Freunde, ich würde mich nochmal freuen, einen saftigen Like von euch auf den Stream zu bekommen. Auf Ehre, damit wir den Stream nochmal geil einranken und ganz viele Leute aufmerksam machen. Auf den Stream! Du, äh, gib mir mal dein Holz. Oh, die bauen, die bauen, die bauen. Hier werden hier einige Arbeiten errichtet. Kannst du diese Dings da, was da alles ist, kurz wegmachen? Ja, Chef. Fisch da, mach das mal schneller weg. Du musst hier arbeiten. Ohne Fleiß kein Preis, Junge. Ran an die Arbeit. Okay, 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 okay. Ran an den Speck, Junge. Okay, sorry. Sag mal, geht's dir noch ganz gut, oder was? So. So. Bitte lass mich in Ruhe. Ich lach, das ist ein offenes Gerichtsverfahren. Natürlich. Ey, ich brauche, habt ihr Holz? Ich brauche mehr Holz. Holz, 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 Holz. Hier, ich habe Holz, ich habe Holz. Gib mir dein Holz, oder zeig mir das. Nee, das bist du, was du mir gerade zugeworfen hast. Warum heißt hier jeder jetzt Hustensaft? Danke, Hustensaftmacher. Eben gerade, Jakob, nee. Ich habe seinen Namen vergessen, Johnny. Und jetzt nochmal Hustensaftmacher, danke. Gar nix, große Grabe kaputt. Große Grabe, kaputt. Große Grabe Pizza. So ist auch richtig, Alter. Ich mache das voll mit Kacke, Alter. Julia sagt, tschau, muss leider auch viel Erfolg. Julia, es ist wichtig, was gleich passiert. Du kannst doch jetzt nicht einfach aufgehen. Ey. Mehr Totems? Vier Totems reichen. Was ist das? Es tut mir leid von Stace. Vier Totems reichen. So. Äh. Hast du das gut schon gelesen, Pishtal, was da drin ist? Ich brauche Holz. Ja. Ich brauche Holz. Holz, Kopf, Larry. Nein, Hustensaft haut hier 20 Mitglieder raus. Danke, Hustensaft. Zyu ist Mitglied geworden und Darkness auch. Danke auch euch beiden. Vielen, vielen Dank euch alle. Krass, 20 neue Mitglieder. Let's go. Ich wäre dafür, dass Rhyny der Richter ist. Hier, aber einen guten Tag. Ich habe Holz. Obwohl, Kiro, finde ich, du machst das, du würdest das auch brutal machen. Holz. Aber guck. Ey, wie ihr wollt, Alter. Wie ihr wollt. Ist okay. Ist okay. Wie geht ihr? Warum müssen wir im Schatten sein? Ich will nicht im Schatten. Ich will den ersten Platz haben. Ich will ein bisschen Vitamin D tanken. Wie soll ich es denn am besten sagen? Kiro, wenn ich dich bezeichne, würde ich das Wort benutzen. Hä? Ach so. Oh. 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 Oh mein Gott. Hat gehört. Hat gehört. Hat gehört. Er sagt, dass du ein Huhn bist. Ein Huhn. Ja, ey. Hörst du auf jetzt? Ein Huhn. Okay, vielleicht falsch ausgepackt. Let's go. Au, au, au. Ja, ja. Auf deinen Nacken. Auf deinen Nacken. Fleisch. Reicht jetzt auch, ne? Du, Leute. Du bist la caca. Hä? Warten wir auch noch auf die anderen oder machen wir das nur unter uns? Haben wir denn irgendwen, der überhaupt Verteidiger oder so spielen wir? Sonst mache ich den Richter. Einen wunderschönen guten Tag. Mein Name ist Pischter. Ähm. Abgelehnt. Raus. Ja, eigentlich. Dein Bartmuster ist nicht gepflegt. Du bist kein Verteidiger. Schau mal. Eigentlich ist er so gesehen. Wir haben ja eigentlich so zwei Seiten. Die eine sagt Pro-Köpfe hin platzieren und eine sagt Contra-Köpfe. Und dann können wir eigentlich so machen, dass wir dann sagen, wie jeder präsentiert. Man kann ja eingehen auf die Punkte, die man da vertritt. Und dann der Rest geht wie so eine Jury in Amerika und die sprechen sich ab und abgestimmt. Komplett richtig. Axt brauchst du? Bin ich voll deiner Meinung nach? Ja, stell dich mal vor, da ist so ein riesiges Schild. Du kannst da mit der Axt so rein. So bam. Wir heiraten nicht. Keanu und ich heiraten. Keanu und ich heiraten. Befeuch ich nicht heiraten. Ja, heiraten. Dann will ich schon meinen Kopf abmachen. Oh Mann. Wollen wir nichts machen, Alter? Ja, lass heiraten, Mann. Was? Okay, dann nicht. Leute, läuft der Stream eigentlich so richtig flüssig? So übertrieben flüssig? Das ist jetzt wichtig. Ich muss das wissen. Jungs, warte, ich komme über KPC-Kamera. Ich bewege nochmal ein bisschen alles. Müsste eigentlich topflüssig sein, ne? Oder leckt irgendwas. Die müssen geputzt werden. Danke, Geld. Moins, ich bin so gespannt. Uh, was ist denn geschrieben? Auf unheil 0. Liebe Grüße, Hustensaft. Hustensaft, Junge, danke. Oh, alle sind da. Sehr geil. Ich bin auch so gehypt. Ich hoffe, dass wir das hinbekommen. Bis jetzt sieht es ja nicht gut aus. Wir brauchen heute einen Held beim Unheil. 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 Ja, was? Okay. Pack den Batman aus, wenn ich das sage. Ey. Sind alle da? Ja, Chef. Wer fehlt denn noch? Riney. Na, der, der mit dem Rücken rückwärts sitzt. Tobi. Tobi. Du kommst neben mir, bitte, Tobi. Bitte. Sieh sich neben mir. Sieh sich auch, Alter. Tridan fehlt auch, Alter. Wir brauchen mehr Stühle. Wir brauchen mehr Stühle. Wir brauchen mehr Stühle. Ja. Aber bei mir sitzt keiner. Warum will niemand neben mir sitzen? Niemand will neben dir sitzen, weil du nach Kacke stinkst. Ich kann das nicht. Ja, da hat er recht, Alter. Ich bleib. Ich rede hier. Einen wunderschönen guten Tag. Mein Name ist Pister. Und heute reden wir über das Verfahren mit Amir. Uuuuh. Lukas. Ey. Das Verfahren mit Amir und Kialis. Es geht darum, ob Kialis den Köppen halten möchte. Juri, du hättest ein Schloz, wenn ich mit dir rede. Runter vom Podest, Alter. Runter vom Podest. Ey, der mit der langen Nase ist da. Na, wie geht's deiner Nase? Ich bin Chef. Ich bin Chef. Hallo. Rhyny, möchtest du nie in mir sitzen? Nimm erst mal deine Nase aus dem Grupp. Rhyny, bevor du mit dir redest. Junge, ich hab gestern Kialo gegessen. Warte mal. Rhyny kann man ganz gut als Richter benutzen. Rhyny. Ja. Ich würd dich mal sehr fair einschätzen. Ihr wollt mich benutzen. Wir wollen dich benutzen und ausnutzen. Also, wir machen das einfach ganz, ganz einfach. Was? Rhyny. Ja. Wer ist alles dafür, dass Rhyny Richter ist, kommt auf die rechte Seite. Aber das Ding ist, ist Rhyny nicht komplett negativ eingestellt? Bezüglich Ohnein Null? Ich bin... Okay, wer dafür ist, geht wieder doch nicht. Wollte grad sagen, dass ich die richtige Wahl dafür bin. Haben wir hier einen Unparteiischen, der so richtig Unparteiisch ist? Aber danke trotzdem für das Vertrauen. Nein. Ich bin Unparteiisch. Lukas wollte nicht mehr in derselben Welt wie Tasche leben. Ich bin crazy Unparteiisch, sag ich ehrlich. Du bist genau. Das ist der Fach. Das heißt, ich bin Unparteiisch. Ich bin Unparteiisch, weil ich beide Seiten verstehe. Du kannst aber nicht reden. Spaß, ich bin neutral. Jungs, dann lass es dann ohne Richter, weil wir machen einfach Jury-Verfahren. Ich sag so, ich sag so. Ich werde das Kont... Ich höre... Warum möchte ich... Aufstehen, Bro, sonst hört man dich nicht. Also, sorry, sorry. Dein Nasen-Haal geht's gerade bis hier, was für neutral hat er. Ich werde das... Ja, okay, okay. Leg weiter ein und weg. 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 Sag mal, hast du noch alle Tassen im Schrank, Junge? Das ist doch der Richter. Ich würde das übernehmen und ich verspreche euch, dass ich komplett neutral mache. Giannis gegen Dankeschön. Bin ich einverstanden. Eine Frage, kannst du deine Nase abmachen, bitte? Das Ding ist, Lukas kommt jetzt auch. Lukas und Itachi. Ich würde echt sagen, Lukas vielleicht als Richter dann. Aber wenn ich nicht Richter sein kann, dann kann Lukas... Dann ist Itachi-Richter. Ja, aber... Itachi ist auch kein... Dann ist meine Mutter Richterin. Ey, was geht's um meine Mutter zu? Ey, Jürgen. Sorry, Anfang. Lass uns küssen. Elitiri? Also ehrlich mal, jetzt. Elitiri? Was soll ich einfach machen? Dreh, dann du hast deinen Kopf auch nicht verloren. Sag mal ruhig jetzt und Gerbmann, ich geh runter jetzt. Ey. Willst du Christus spüren? Ich spüre den Amun-Pack, das reicht's hier. Komm, sitz. Mach Sitz. Mach Sitz. Ey, einfach schnell. Willst du mich eigentlich hops nehmen, Digga? Warum? Warum? Lass es passieren. Warum ist das hier jetzt schlicht? Also, warum ist das nicht... Bitte, Trier, dann setz dich hin. Das nervt mich. Ach so. Sag, bitte. So, Leute, kommst du neben mir? Ist das auch eine Bütze? Kannst du mal den Fisch aus deiner Hand nehmen? Okay, sorry, ich hatte Hunger. Kannst du mal den Fisch aus deiner Hand nehmen? Damit kostet mein Fisch essen noch schon zu Ende. Seid ihr bereit? So. Setzt euch alle hin. Wie lange brauchen denn die anderen? Ey, die brauchen wirklich zu lange... Ja, das ist zu spät. Was machen wir nicht? Ja, das ist durchziehen, das ist durchziehen. Dann haben die halt keine Meinung. Die machen wir mal irgendwas anderes. Die brauchen noch ein bisschen. Die brauchen noch ein bisschen. Ja, wer denn? Zetashi, Lukas. Also, wer ist jetzt alles pro Kopf geben? Also, ich bin Stu's Verteidiger. Also, du bist du neben Kopf geben. Richtig. Okay, dann geht ihr auf der Seite, wo du bist, alle, die pro Kopf geben sind, auf die andere Seite, bitte. Ich dachte, warte, er will mich verteidigen. Ja, du schiebst dich auch, bitte. Ich wollte eigentlich für beide Seiten reden. Ihr müsst euch final entscheiden. Warte, Kopf geben ist das hier? Sorry? Ja, genau, Kopf geben ist da, wo du bist. Aber guck mal, Lukas hat auch recht, was er mit seiner Aussage sagt, ne? Junge, ich bin für seine letzte Woche vorbereitet. Ich bin auch schon vorbereitet, Mann. Ja, was machen die denn? Ein Metall ist perfekt. Junge, die küssen sich. Okay, wenn ihr, sehe ich das richtig? Du siehst gar nicht richtig, was sagst du da, du Hühnchen? Okay. Ich habe gesagt, sehe ich das richtig? Warte mal ganz kurz, ganz kurz. Kann jemand die Punkte für Kopf geben präsentieren? Weil ich glaube, Kiro hat nicht verstanden, was ein Richter kann und machen sollte. Nicht nur zählen. Ich entscheide, Digger. Ich will ja gerade erst mal... Es geht hier Gerätserfahrt mit einer Jury, du Schickenhörn. Es sind fünf Gegenkopf geben und vier Vierkopf geben. Wie machst du denn Jury-Koffer halt? Leute, wir machen einfach nur Fittner, wir sehen. Oh, dann vorher, Mann, Anfangspilie zu führen, dann die Befragung und dann eine Abschluss-Pilie zu halten. Ich bin zur ersten Reihe. Welche Treppe? Geh runter. Geh runter. Hast du bekommen, ja. Bro, man kann das einfach nicht mit dir fangen. Führende, als hehrlich. Erst drei Jahre. Aber hier, aber hier, aber hier, geber. Geh mal komm, komm. Sehr, 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 sehr. Ich bitte. Kannst du, warte, ich gebe den Megafon. Ne Megafon. Ja, warte. Ja, oder wartet. Oh mein Gott, warte, was mit Tobi. Nein, du bist der ganze Psycho, wenn ihm alles hier passiert. Was? Es war gar kein Sinn, wenn der Richter sein soll. bei der heutigen verhandlung wir haben den 29 dritten 2024 945 die gerichtsverhandlung fängt an auf der einen seite bitte romer kriegst an uns gibt es strafzahlungen ja bei der nächsten störung fünf diamanten wir befinden uns heute in einer ja würde ich mal sagen außergewöhnlichen so kiro strafzahlung von zehn diamanten nach der handung bitte besonderen besondere verhandlungen und zwar wir haben einmal unseren angeklagten seit youtube in seien dabei einer der og der ogs ein mitbegründer der ganzen des ganzen projektes für fortnite was geht ich kann den jungs mit kiro hier drin tut mir leid ich wollte echt schön machen was ist denn passiert wir sind also wir haben uns heute hier versammelt und wir wollen jetzt hör doch auf das problem er hat meine mutter wenn wir jetzt diese verhandlungen schaffen dann sage ich euch ehrlich schaffen wir das unheimlich dann schaffen wir gar nicht zu schicken versuch mal wirklich nicht anzugreifen oder sonstwas zu machen hör auf mich anzuschreiten da hinten du schneemann lukas komm zu uns komm wir probieren es doch einmal wir probieren es noch einmal geht nicht geht nicht raus geht nicht leute armen wir jetzt gehen wegen euch schade ich bitte dich hier auf der richterposition zu kommen und das ganze immer zu händen mein freund ich bin jetzt einfach ich bin jetzt einfach ich bin jetzt einfach Die Tränke vergeben. Die Testekhaltsbau jetzt. Krasser Richter. Krasser Richter beleidigt direkt. Weg, 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 weg. Das ist doch keine... Jungs, wieso kriegen wir das nicht hin? Möchte sich jemand freiwillig als... Ich kann dir sagen, ob es sich hingeht. Es sind zu viele Egos hier. Amir geht um Richterposition. Das hat doch vorhin so schön angefangen. Wieso habt ihr denn Amir unterbrochen? Ich weiß auch nicht. Chiro kann leider seine Schafe nicht halten. Chiro, du hast ihn doch unterbrochen. Ich hab doch gar nichts gesagt. Ja, weil ich doch aufgerufen worden bin. Komm, ich mach das jetzt. Ich distanzte mich öffentlich von Chiro. Also, okay, meine liebe Freunde. Seid alle ready? Wir haben uns heute alle versammelt. Liebe Damen, liebe Herren, lieber Zetastic und Muni. Wir haben uns heute versammelt, um zu besprechen, ob es wirklich eine gute Idee ist, unsere eigene Köpfe an das Portal zu platzieren. Wir haben dabei zwei Seiten. Einmal den Mandanten Sue und Mandant... Wer ist der andere eigentlich? Nee, Sue ist angeklagt. Ich bin Mandant. Achso, der angeklagte Sue mit Mandanten Kieran. Hallo! Und auf der anderen Seite... Warte, ich bin nicht dumm. Du eigentlich? Armin dachte ich. Armin wurde doch auch angeklagt. Nein, 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 nein. Echt? Weil der hat ein Smoking an. Okay, Mann. Angeklagten Zetashi, wer ist dein... Was wird das hier, Leute? Chat, was ist das? Luka hast du... Pichter, Pichter, nein, der Pichter. Nein, nein, ich bin nicht Pichter. Bitte. Ich mach's selber. Echt? Luka? Ich bin ein Anwalt, Zetashi. Okay, okay, danke, danke, danke. Mandat Zetashi mit... Ja. Jaja, Mandat Zetashi mit Richter, äh, mit Rechtsanwalt. Okay, Sue, beziehungsweise Kieran, Sie reden ja für Sue. Sie können gerne ihr erst Argument bringen, ja? Warum sollten wir die Kosten nicht an das Portal bringen? Ähm. Meine werten Gesellschaften. Damen und Herren. Püster. Ja. Also. Ich bin der Meinung, wenn wir einen an einem Strang ziehen möchten, wenn wir zusammenarbeiten möchten, dann lohnt sich eine Verteilung der Köpfe von unseren Minecraft-Spielern nicht, denn dann bekriegen wir uns und greifen uns schon selber an und haben schon die erste Regel gebrochen, denn wir haben angefangen uns zu kehlen. Es gibt viele Leute, die sich verweigern, den Kopf zu geben, weil sie den Kopf noch nicht verloren haben. Dementsprechend ist der Kopf das seltenste Gut, was sie selbst besitzen. Und da sehe ich es nicht ein, dass mein Mandant Sue hier an der Stelle seinen Kopf geben muss, weil er den Titel einer der stärksten auf der YouTuber-Insel natürlich auch mit den Kristallkriegern zusammen, Herr Anwalt, besitzt und dementsprechend nicht seinen Kopf verlieren möchte. Das ist ein gutes Recht. Und wir haben hier auch natürlich Menschenrechte und im Grundgesetzbuch, Artikel 1, Absatz 1, Grundgesetze, die Würde eines Menschen ist unertastbar. Und so auch in Minecraft. Dankeschön! Wir haben Lava geroben! Ich habe eine Frage, bevor Armin redet. Lass mich ein Anfangsplädoyer machen. Eine kurze Frage nur. Wo stelle ich mich hin, wenn ich auf keiner Seite von beiden stehe? Da hinten, ganz hinten, da hinten, irgendwo. Erstmal ziehen sie bitte ihr Kopf aus, ja? Das ist... Ja, okay, tschüss. Armin! Was haben Sie... Eine Öffnungsplädoyer, bitte! So, meine Lieben... Ich schlaue, Alfa, schleiche noch einen Schlag! Ich verballe euch von hier! Bro, er hat mich doch geschlagen! Ich habe nichts gemacht! Sei ruhig jetzt! Armin redet! So, meine sehr verehrten Damen und Herren! Das ist viel wertvoller als der von den anderen! Ryan! Was passiert hier, Chad? Was passiert hier? Danke! Chill doch mal, Alter! Sehr verehrte Damen und Herren! Liebe Mitspieler der YouTuber-Insel! Wie mein Gegenüber schon erwähnt hat! Hier geht es um die Würde des Menschen! Jedoch vergisst er eine Sache! Zugleich sagt er, wir sollen uns zusammenhalten! Wir sollen eine Einheit sein! Doch das Ego des Einzelnen steht im Weg, das Unheil zu besiegen! Weil jemand einen Kopf nicht abgeben will, der weder ein Vor- noch Nachteil hat! Sondern es rein wirklich nur noch ums Ego geht abzudrücken! Um dieses ganze Unheil zu beenden! Weil schaut euch an, was seit dem ersten Unheil auf der YouTuber-Insel passiert ist! Einspruch! Bitte Ruhe! Bitte Ruhe! Herr Richter! Sie wurden auch ausreden gelassen! Nein, du musst einfach sagen abgelehnt! Ausreden gelassen! Du musst rein abgelehnt! Wasserrad falsch! Armin bitte gehen Sie weiter! Die Insel wurde zerstört! Ein Psychopath wie Timmy wurde Buffs gegeben, damit der jemand wie Sue einsperrt! Ey langsam, langsam! Ruhe bitte! Sue wurde vier Tage lang eingesperrt in einem Gefängnis! Das alles! Dank der Macht von diesem bösen Atmen! Doch nun haben wir die Chance alle Unheile zu besiegen und... Ja? Doch nun haben wir die Chance alle Unheile zu besiegen und wer weiß! Vielleicht verliert Tobi dadurch seine Macht hier oder Tobi kriegt alles zurück! Ein Spruch! Kann jemand... Kann die Jungs... Können Sie euer Mikrofon... Äh, beziehungsweise Hühnchen, kommen Sie nach vorne! Armin, wenn Sie zu Ende geredet haben... Kann ich eine Frage dazu stellen? Und warte, lass mich kurz mein Anfangsvideo beenden! Hallo! Und deswegen bin ich dafür, dass jeder aus Kollektivgründen seinen Kopf abgibt, damit wir das letzte Unheilendliche besiegen können! Danke fürs Zuhören! Armin, wen verteidigst du denn überhaupt? Titachi! Hä? Titachi wird doch seinen Kopf auch nicht abgeben! Doch! Ich hab kurz ne Einspruch! Nee! Titachi, willst du deinen Kopf abgeben? Statement? Titachi, willst du deinen Kopf abgeben? Titachi! Achso, ich bin gemutet! Tut mir leid! Eigentlich nicht! Nur für Lukas würde ich... What? Hä? Nee, verteidigst du denn das? Das ist der schlauste Mensch, den ich kenne! Das ist der schlauste Mensch! Hartweitz! Hartweitz! Seht ihr an der Stelle? Das ist der Kopf nicht ab! Das ist der Kopf nicht ab! Bleib ruhig! Bleib ruhig! Also, ich bin auf der Seite von Reini! Okay, Armin braucht... Bro, Reini! Nein, nein, nein! Okay, das war das GG! Du hast selber gar nicht hingekriegt! Du hast selber gar nicht hingekriegt! Armin redet auch wie ein Löwe und ich hab schon gesagt trotzdem, er ist auf unserer Seite! Nein, nein, nein! Nein, nein! Ich... Jungs! Hallo! Hallo! Ich bin dafür, dass wir YouTube in den Sinn zerstören lassen! Wir sind alle zu duftest! Wir sind alle zu duftest! Wir sind alle zu duftest! Was? Ja! Was darf ich nicht... Er ist verrückt geworden! Er ist verrückt geworden! Ehrlich, ehrlich, ehrlich! Er ist verrückt geworden! Was? Ja, was? Ich hab aber gar nicht! Ich hab alle zufrieden! Ich hab alle zufrieden! Ich hab alle... Schiffes Buch gemacht mit tollen Geschichten! Ey Leute! Er dreht voll durch! Er dreht voll durch! Er dreht voll durch! Ey! Sind wir jetzt dadurch schlauer geworden? Nein! Wir haben gar keine Lösung, nix! Was kam jetzt dabei raus? Tio, kann ich mit dir bitte ganz aufreden? Ja, ich hör dich nicht, warte! Wie ist das hübscheste Hude hab ich gefragt? Ich kann nicht mehr. Tio, ich bin langsam wirklich, ich bin langsam mit dem Gedanken am Spiel alles zu sabotieren, dass wir wirklich drauf gehen. Glaub ich dir. Also es kann doch nicht sein, dass wir das jetzt nicht hinbekommen. Behalt deinen Kopf! Du kannst von der YouTube-Ansel gehen, dass du für immer deinen Kopf nie verloren hast. Lass uns das Ding zerstören. Ey Trio, Trio, Trio! Nein, auf gar keinen Fall! Die YouTube-Ansel ist kurz zum Untergehen! Ja, glaube ich, aber wir müssen nochmal wirklich zusammen am Strang ziehen. Sei doch wirklich zusammen, Alter! Was stimmt mit dir nicht? Vor 33 Jahren nannte man mich einen brutalen, brutalen Koch. Aber dann ist was passiert, ich hab zu viel Salz in die Suppe gemacht. Was wir den Avatar am meisten brauchen, verspannen. Weißt du, was du machen sollst, wenn du zu viel Salz in der Suppe hast? Ich muss ein bisschen mehr Wasser rauchtun. Ey, vier Minuten ist zehn Uhr, Alter! Kein Problem. Leute, tut mir alle einen Gefallen! Stellt euch bitte alle jetzt vor mir! Wo sind denn alle anderen? Dreht euch bitte um! Und zeigt mir alle euer Nacken! Schindelig! Pilchstab macht wie ein Hund! Wuff! Okay, jetzt muss ich mich ballen. Also, wir konnten jetzt keine Einigung finden, habe ich das richtig verstanden. Warum? Weil... Bro, es ist voll eskaliert wegen Amir auf einmal! Bro, was für... Amir! Amir verteidigt! Amir verteidigt jemanden, der auch seinen Kopf nicht vergeben möchte, obwohl er seinen Kopf geben möchte! Ist echt so, anstatt dass wir nicht dieses Kindergarten hier weitermachen, sollten wir uns um das Unheil Null kümmern! Ey Leute, ich muss euch was erklären und zeigen! Seht ihr diesen langen Mast hier? Das ist genau... Das ist ein Mast! Ey Kian, bitte! Mast! Ey, kann... Weißt du... Also, können wir uns jetzt hier einigen? Save your tears from another day! Oder können wir uns nicht einigen? Ich glaube, es wird wieder nichts mit Unheil Null heute! Wir werden es nicht schaffen, alle Köpfe zu platzieren! Es wird nichts, weil wir uns nicht einigen können! Hallo! Kian, komm, Kian! Warte, warte, warte! Darf man auch reingucken? Warte, warte, warte! Geht die Tür hier auf! Warte, warte, warte! Warte, warte, warte! Wir warten noch ein bisschen! Nein, ich bin zu schmusen! Vielleicht! Was ist denn hier passiert? Einfach schnell hier! Einfach schnell hier! War eine Renovierung! War wunderschön! Aua! Ja, die Krasse Krabbe ist wirklich schon echt traurig, ne? So Müll, ne? Was für echt traurig, Digga! Pisha, wie lange hast du dafür gebraucht, das zu bauen? 50 Kruzse Krabbe in die Luft! Bro, ich hab dafür zwei Tage gebraucht! Zeig mir deinen Nacken! Und das Ding ist aber... Krasse Krabbe ist komplett kaputt gemacht! Ey, Leute! Wir müssen uns... Treff euch Unheil 4... Äh, Unheil 4 sag ich... Unheil 1! Groß Unheil 1! Fliegen nochmal kurz zu Unheil 0 Leute! Zu dem Portal! Hm... Sieht nicht gut aus! Also ich glaub es wird nix! Es wird nix! Kian! Kian willst du in einen Sohn sitzen oder was? Okay, hier ist niemand! Es wird nix! Wir brauchen einen neuen Termin! Wir brauchen einen neuen Termin! Du, das wird nichts mehr! Es wird nichts mehr! Wir brauchen einen neuen Termin! Ich denk so, Armin hat noch Bock! Jungs, wir brauchen einen neuen Termin! Was ist los? Wir brauchen einen neuen Termin! Neuer Termin, neuer Termin! Bro! Wir müssen jetzt einfach unsere Köpfe da platzieren! Bro, neuer Termin, neuer Termin! Guck mal, es sind so viele noch gar nicht da! Siu, wie wärs wenn du deine Freizeit platzierst? Nö! Ich hänge den Kopf da rein! Ich weiß viel auch! Boah, PvP pro Kianis! Danke für die Mitgliedschaft auf Level 3! Ich brauch doch für deinen Kopf! Und du weißt, ich kann mir den auch so holen! Ja komm! Dann hol dir den! Gib mir deinen Kopf! Kommt! Soll ich dich jagen? Soll ich dich jagen? Das Böse! Da ist was Böses im Busch! Ja, und zwar du! Ne, du! Hm! Lass einfach alle Köpfe... Tridan, warum platzierst du nicht deinen Kopf? Ich will dir als letztes platzieren! Ja, siehst du du Affe? Was denkst du? Was denkst du? Was denkst du, wer du bist? Dann lass darum kämpfen, Bro! Was denkst du, wer du bist? Lass darum kämpfen, Bro! Lass darum kämpfen, Bro! Ich hab keine Lust mit dir zu kämpfen, man! Auf gar keinen Fall! Ja! Okay! Aber ich will das ohnehin starten, Bro! Ja, dann platzier deinen Kopf! Mein Kopf wird doch nicht imbring! Ich weiß, wenn ich meinen Kopf platziere, ihr werdet auch im Kopf sowieso nicht platzieren! Ey Leute, ihr wisst ihr was das Problem ist? Ich glaube, das ist ein Ranking! Ganz unten rechts sind die ekelhaftesten Köpfe und es geht nur so nach links! Warum? Ey, Pian, ich hasse dich so sehr, Mann! Bro! Du denkst, nur weil du singen kannst, kannst du singen! Hä? Was war ein Deutsch? Was ein Deutsch? Das war ein... Oh mein Gott! Nur weil du singen kannst, kannst du singen! Ey, Pian, was wäre eine Bedingung? Kannst du lachen bitte! Ich platziere meinen Kopf, aber nicht als nächster! Ja, aber... Nein, nein! Sag mal! Was wären denn deine Bedingungen? Platzierst du deinen Kopf, wenn ich meinen platziere, direkt danach? Leute, es gibt einen Geheimgang! Kommt mal mit! Ich schwöre, ohne Spaß! Komm mit! Lass uns doch mal einen Geheimgang! Schnell, 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 schnell! Schnell guckt! Folgt mir! Ohne Spaß! Oh mein Gott! Ich zeig euch das! Oha! Oh! Oh, crazy! Geheimgang, Digga! Das macht voll Bock hier! Lauf mal dagegen! Oh mein Gott! Crazy! Spring da rein! Für Fortnite! Wow! Alter! Crazy! Was sind das Idiot? Wow! Toll! Fünf Sekunden meines Lebens verschwendet! Also... Leute, wir können so von anderen rein und andere raus! Voll cool! Ja, schade! Wo ist denn Ryan? Ryan ist da mal! Hörst du, Ryan ist Kopf aber auch noch! Ey, was machen wir jetzt? Können wir jetzt kurz klären, was wir machen? Wer ist morgen am Start? Obwohl Ostern ist? Was für morgen, Bro! Ja, wir müssen das verschieben! Es sind nicht alle da! Ey! Ey! Ich weiß, was das Problem ist! Ey! Zertestik! Seht ihr diese Vollstück hier? Ich mach das Ansage! Zertestik! Wenn du dein Kopf... Wenn du jetzt nicht platzierst, platziere ich deinen Kopf selber! Oh, oh! Hä? Ja, okay, dann platziere ich meine Inno-Tost! Ja, wo ist das Problem? Hast du deinen eigenen Kopf? Ja! Ja! Ja, okay, Enderchest! Wer hat Enderchest? Hey, aber auch kein Problem, jung! Ja, du hast doch auch Enderchest! Nee, 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 nee! Ja, die hat die mir ja irgendwann abgezogen! Wer hat denn die Krostekrabbe Pizza da? Krostekrabbeladen hochgejagt? Ryan, platziere deinen Kopf! Was? Och, man! Meine Krostekrabbe! Das ist komplett hochgejagt! Komplett! Mann, das ist ja doof! Ey, schau mal! Schatzfleck weg ist! Ich fühle meinen Kopf! Ey! Zertest du deinen Kopf, so hole ich den selber jetzt! Leute, ich würde vorschlagen, wir müssen das auf morgen oder so verschieben dann! Geht doch zu einer Enderchest! Geht doch zu einer! Ich finde es so krass, dass die Höllenkinder als Größe abgestempelt werden, aber du es nicht hinbekommst, deinen Kopf dahin zu hauen! Chat, ich mache Spaß! Ich habe auch gar keinen Bock zu warten! Ich werde schon meinen Kopf platzieren, Leute! Aber es bringt nichts, wenn die anderen das eh nicht machen! Wisst ihr? Darum geht es ja! Wenn ich jetzt meinen Kopf platziere und die anderen das nicht machen, dann fühle ich mich verarscht! Deshalb, es haben wirklich von diesen so... Guck mal, wie viele Leute online sind! Da sind teilweise Leute dabei, die wirklich so oft ihre Köpfe verloren haben, für die ist das doch kein Problem! Aber ich verstehe wirklich, ich sage sogar, wenn ich meinen Kopf auch 5-6 Mal verloren hätte, ich würde auch sagen, okay Leute, ich platziere das jetzt! Aber Leute wie Trinan, ich, Itachi und Kian, wir haben unsere Köpfe noch nicht verloren! Lukas hat seinen Kopf so oft verloren schon! Rinyi hat seinen Kopf so übertrieben oft verloren! Mooney, Zetastic, so die müssen erst platzieren, danach kommen wir! Aber wir können ja nicht mehr abbauen! Hey doch, soll ich auch vor das richtig? Hab den Kopf platziert? Der hätte ich den selber platzieren müssen! Der ist doch da! Der ist doch da! Das ist so richtig! Kiroo hast du ja platziert! Das ist doch egal bei dem platziert, Mann! Ey, Kiroo, aus dir wird heute Chicken Wings gemacht! Ich meine es ernst bei dir, aus dir wird von Unterhalter! Du bist ja schon! Ja, komm mal mit rein! Boah, hier schreibt jemand, Trinan voll frech geworden! Der droht immer mit seinen Kristallen! Echt? Wirklich, Trinan, du hast dich so verändert, Digga! Du kommst auf die Insel! Und warst dein Biceps Bruder! Und jetzt bist du ein Kristallkrieger! Und jetzt bist du irgendwie so mit deinen Kristallen hier am Start! Willst du sogar meinen Kopf holen! Du drohst mir sogar meinen Kopf zu holen! Hast dich einfach voll verändert! Trinan droht mein Bruder! Bist du jetzt Kristallkrieger oder was? Ich bin Trinan, ich hab Kristalle! Du bist kein Kristallkrieger, du bist ein Kristall-Dummkopf! Alles gut! Alles gut, Jungs! Ihr geht jetzt mittlerweile aufeinander los! Sag, sag, sag! Der! Sag, wer hat denn die Gatsache? Sag, ich gründe einen eigenen Clan! Ich mach ne eigene Sache auf! Oder Siu, hab ich nicht recht? Hab ich nicht recht? Wie? Wieso ist es doch nicht schlimm, wenn man einen Clan macht für die Gerechtigkeit? In jedem Stream! In jedem Stream und so sagst du! Wir machen einen eigenen Clan auf die Stars Ananas! Wer? Jassu, da hat er recht! Ich? Wann hab ich das gesagt? Jungs! Was ist euer Problem? Das hab ich nicht einmal gesagt! Ich such jetzt die Stelle raus! Komm, such! Ich such jetzt! Ja, such jetzt! Zeig mir deinen Nacken! Wie oft du was gesagt hast! Wie oft du was gesagt hast! Jungs! Was ist euer Problem? Das ist nicht dein Nacken! Soll er suchen heute? Ich werde so niemals das Unheil besiegen, Bro! Dann rückt mich auch nicht das Tor! Ich weiß, ich hab's gesagt! Er soll einfach suchen! Aber jetzt habt ihr Problem untereinander! Ihr seid so dumm, Alter! Ey, Proteinfilet, Digga! Gib mal wieder eine Fritteuse! Ja! Gib mal deinen Kopf da jetzt hin! Laber mich nicht voll, Alter! Oha! Ich weiß, macht Spaß, Leute! Ich hab doch gesagt, wir machen einen Clan, wo wir gehen für das böse Kämpfe! Ist ja nichts Schlimmes dran! Aber er soll trotzdem suchen! Jungs, du redest grad wie ein Adler! Siehst aber aus wie ein Chicken! Da passt das nicht! Du redest wie ein Boom-Skopf! Ich höre dich nicht! Hast du kurz einen, Jutta? Ja, natürlich! Er hat sogar zwei für dich! Mach zwei raus! Mach zwei für dich! Mach zwei raus! Hast du bekommen! Ja, was kann ich für dich tun? Ich glaub, du bist der einzige noch, dem ich schuldig bin, das zu sagen! Ich glaube, ich werde am heutigen Unheil nicht teilnehmen! Weil die Gruppe, die wir jetzt sind, hat's nicht verdient, weiterzumachen! Boah! Nach meiner Meinung! Dass ich mitkriege, dass Leute dir schon drohen, nachdem du eigentlich hier mäßig so das ganze Ding geleitet hast, dir das alles ermöglicht hast, sehe ich, dass Leute dir drohen, weil sie dir den Kopf wegkriegen wollen, anstatt mit dir zu reden! Mit dir kann man immer reden! Und dass Leute sich während wir noch Unheil haben, Kiro dieses krosse Ding nochmal rumsprengt! Dass wir hier wirklich nichtmals hinkriegen, dass wir auf so zwei Minuten reden können! Ähm, ich glaube, selbst wenn wir reingehen würden, das ist vorbei! Deswegen spare ich mir das ganze den Stress und werde einfach schön nochmal meine letzten Tage vielleicht in der Wasserkriegerbase meine letzten Stunden dort verbringen! Nein, Amir! Ich verstehe den Punkt! Natürlich! Also sagst du, du wirst nicht dabei sein beim Unheil, falls wir da überhaupt reingehen sollten! Ja, hier! Oh mein Gott! Warte, ich habe keinen Platz mehr! Ich werde auf jeden Fall alles dafür tun, dass wir das irgendwie trotzdem schaffen! Kannst du nicht! Aber deine Hilfe wäre schon wichtig gewesen, Bro! Es wäre wichtig gewesen, aber Sue, sag dir! Weißt du, was ich gewohnt bin? Erzähl! Zusammenhalt! Loyalität! Respekt! Ja, aber das klappt nicht mit den Leuten! Guck dir diese Höllenkrieger an! Ich verstehe schon! Ich sag dir ehrlich! Also ich muss sagen, Kiro war in letzter Zeit echt gut zu mir, aber ich kann mir auch vorstellen, dass er wirklich dich die ganze Zeit am provozieren ist! Das... Nein, nein, nein! Weißt du, was das Ding ist? Das kann ich abhaben! Ich bin ja nichts anderes gewohnt! Du weißt ja, Sue, wie das ist, wenn man mal wirklich im Krieg miteinander ist! Du weißt, wie das zwischen uns früher war! So, da kann man... Das kann schon manchmal echt ekelhaft werden! Das nehme ich ihm nicht mal als böse! Aber wenn ich mir überlege, wie wir als die anderen eigentlich hätten... Man müsste da komplett als Einheit, als Faust umgehen! Dass ich hier mitkriege, dass ein... Wie heißt der Typ nochmal? Tridan! Er sagt ja, dann hol ich mir deinen Kopf einfach oder schul mir einfach den Kopf! Obwohl ihr eigentlich Freunde seit Tag 1 seid und hier seid! Weil ich weiß noch, wie ich damals war, die alle angekommen sind! Die haben alle zu dir gehalten und jetzt wollen die dich killen auf einmal! Das geht nicht! Das ist, was mich eher so schockiert! Ich bin selber einfach nur buff gerade, weil ich bin am überlegen... Gibt es überhaupt eine Lösung gerade? Können wir irgendwas machen? Aber das, was Tridan gesagt hat, das hat mich auch wirklich irgendwie auch verletzt! Weil, Bro, ich war mit ihm im Beatles Bruder-Clan! Er sagt plötzlich einfach zu mir, ich hol mir deinen Kopf, wenn ich das will! So, Bro! Ja! Alter, wie kann man nur so ekelhaft sein? Am liebsten würde ich sagen, lass auf den drauf gehen einfach! Und dann seinen Kopf nochmal extra holen! Sollen wir das machen? Aber du musst aufpassen, er hat diese ganzen Enderkristalle, ne? Ja! Hm! Hm! Ja, schon frech von ihm! Ja, ich sag dir ehrlich, guck mal und das... Und dafür will ich alles riskieren, damit die weiter hier spielen können! Bro, seh ich nicht ein! Das Ding ist, die Frage ist, was passiert überhaupt, wenn wir das öffnen? Wir wissen ja noch gar nichts! Stell dir mal vor, es passiert eh was Schlimmes! Es kann ja auch sein, dass was Schlimmes passiert! Wir haben gar keine Ahnung! Und wie willst du das Schlimme... Okay, sagen wir mal... Es wird Safecover Schlimmes passieren! Aber wie willst du das aufhalten? Ja, aber dann haben wir selber Schuld! Weil du sagst ja selber, null Zusammenhalt, null Teamwork, null wirklich... Keiner arbeitet hier mit dem anderen zusammen! Es gibt vielleicht immer so kleine Gruppen, so mit zwei, drei Leuten! Und das war's! Es gibt keinen Zusammenhalt hier! Genau! Genau! Und warum soll ich mir jetzt den Stress tun? Versuchen, das Schlechte aufzuhalten oder es irgendwie rauszufinden? Wenn es eh nicht, wenn es eh eine Katastrophe ist, dann gehe ich lieber jetzt zur Wasserkrieger Base! Krieg vielleicht irgendwo anders hin! Genießt noch die schöne Zeit der YouTube-Benzel, was noch schön ist! Boah, da wird gerade Fittner gemacht! Kian braucht wieder Sachen! Warte, ich glaube Tridan, dem geht es gar nicht mehr gut! Der schießt jetzt gegen meinen Bruder! Lass mal schnell dort hin! Komm mal mit! Warte! Komm mal mit! Ey, Kian! Mit Festung überfluten! Komm, let's go, Leute! Wir überfluten die Festung! Wo ist Kian? Oh! Hä, wo ist Kian? Ey, yo! Das geht nicht weg, das geht nicht weg! Oh! Hä, Digga! Ups! Friedan, ich bin enttäuscht von dir! Ich hab kein Wasserhäuber! Wo ist Kian? Keine Ahnung, bei seiner Burg bin ich, Bro! Ich sag dir ehrlich, das Unheil wird heute nicht... Hm! Ne, aber du hast doch oben eins, oder nicht? Kian! Yasu! Was ist mit Tridan los? Warum schießt er jetzt gegen dich? Bro, Tridan hat sich voll verändert, Digga! Warum sagst du, dass du jetzt Sachen von den Kristallkriegern haben willst? Hä, wie waren doch alle ein Team? Ich weiß auch nicht, Digga! Ich weiß auch nicht, Digga! Ich hab Lukas gerufen, damit er mich killt, dass ich meinen Kopf habe, weil du gerade im Gespräch mit Amir warst! Wo bist du, Siu? Ich bin hier! Hier oben! Ey, ich hab kein Bett, Digga! Wo ist mein Bett? Da seid ihr! Äh... Hast du irgendwo... Tridan hat sich voll verändert, Digga! Ist voll abgehoben! Nichts gegen Tridan, Junge! Das kriegst du, sonst schirrst du gleich mit Kristallen! Bro, ich check das auch nicht! Amir war auch gerade so sauer auf Tridan, ne? Amir will gar nicht mehr mitmachen wegen Tridan! Was? Ja! Er sagt nur zusammen halt! Gar nicht funktioniert! Ich hab kein Bett gerade! Irgendwer hat mein Bett geklaut! Keine Ahnung! Hast du... Ich weiß wo ein Bett ist, sonst gehen wir irgendwo hin und dann... Ja ok, wo denn? Ähm... Ich glaub zu Tobis Haus! Komm mit zu! Ja! Ups! Tobis Haus war hier hinten! Dann gehen wir nochmal hin! Dann gehen wir nochmal hin! Diese Kacki nicht öffnen! Aber das versteht die nicht! Die wollen einfach so... Geniosen, Geniogen! Bitte Ticket vorzeigen! Ey! Ok! So, ich möchte dass mein Bruder mich bitte kehl! Ok, dann bin ich aber... Nein, ich kehl dich nicht! Ja, ich mach das gerne! Ich mach meinen Kopf! Ja... Dann lass Lukas dich gehen! Nein, bitte mach du Bruder! Sicher! Bitte! Ja Bruder, ich will dass du das tust! Dann gehst du mich auch aber! Ja man! Und wir haben unsere Köpfe! Da sind Betten! Wir sind hier alleine! Und... Keine Ahnung! Es tut mir so leid! Nimm deinen Totem aus der Hand! Keine Ahnung! Scheiße! Nochmal! Das war ein Liebesschlag! Ein Liebesschlag? Den Kopf will ich haben! Oh, geht weg Junge! Geht alle weg! Alle weg! Ein Liebesschlag! Kann ich Fleisch? Nein, kannst du nicht nehmen! Was? Du kannst Fleisch nehmen! Chill doch mal, ey Bro! Ist es mit dir falsch, Alter? Guck mal, was Tri da in den Chat schreibt! Tja... Das Unheil wird heute nichts mehr! Ja... Gut, dass die Tasche nicht so ist! Ey, könnt ihr das hier abmachen mit dem Kopf? Wie geht das? Ich kann das nicht! Ey, warte! Kann ich machen! Was macht ihr, Alter? Wenn ich... Schlecks... Kiro, weg mit dir! Kiro, weg! Was willst du tun? Ey! Was? Ich hab Kolben! Ja, ich auch! Alles gut! Wir brauchen den Kolben nicht! Kann man das noch? Ui! Los kurz was machen! So, Leute! Habt ihr euch jetzt geeinigt? Du bist nicht hier eingeladen! Hallo? Wird das klappen? Du bist hier nicht eingeladen! Ich... Ich... Ich als Vorbild hab jetzt mein Kopf platziert! Ihr könnt eure Kopf jetzt auch platzieren! Und ich find schade, dass ihr so... Das... 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 Brizepsbrüder... Das ist schlecht über mich reden! Kian! Kian! Komm! Lass uns den Kopf platzieren! Sue, willst du es nicht auch mir ins Gesicht sagen? Ja! Tridan, ich bin enttäuscht von dir! Sag ich dir doch! Ich sagte die ganze Zeit, ich bin enttäuscht von dir! Was hab ich denn? Was hab ich denn? Sag doch warum! Du kommst zu mir und sagst... Ja! Ich werd deinen Kopf auch holen, wenn ich möchte! Komm, lass eins gegen eins! Das ist Kristall-PVP-Fight! Bro! Platziert doch eure Kopf, damit wir einfach... Komm, Kian! Lass uns meinen Kopf holen! Lass uns meinen Kopf holen, Kian! Lass uns meinen Kopf holen, Kian! Ach so! So sind wir auf einmal, Kian! So sind wir auf einmal... Komm, Kian! Ich will nur, dass Kian mitkommt! Hast du... Hast du einen Kolben? Das ist eure ehrliche Seite! Das ist eure richtige Seite, oder was? Wer hat dir das gemacht grad mit dem Kopf? Das ist krass! Zitachi! Zitachi, komm mit! Wenigstens ein Kristallkrieger! Nur Zitachi und Kian kommen jetzt! Ja, ja, komm! Das ist krass! Ihr habt euch verändert, nicht ich! Ihr habt euch verändert! Oh mein Gott! Ist das krass! Ist das krass! Nein, Pischta, du kommst auch nicht mit! Ich will nur zuschauen! Nein, du darfst nicht zuschauen! Ich will nur zuschauen! Pischta ist wie ein Hund! Ich will nur zuschauen! Was beleidigst du mich jetzt? Zitachi, wenn du Probleme hast mit diesen Leuten... Itachi, bist du ready? Itachi ist ein guter Freund geworden in letzter Zeit. Wo ist er? Itachi war für mich da! Was ist mit den anderen? Ihr wart nicht für mich da, als ich euch gebraucht hab! Hä? Ja, du! Du hast mich einfach einsperren lassen! Und hast mich nicht rausgeholt! Vier Tage lang! Bro, du bist neben mir! Easy, Bro! Pischta ist heute richtig aggressiv unterwegs! Wo ist Itachi? Warte! Der ist jetzt weg! Er hat keinen Bock auf euch! Ich hab nen Kolben! Ich kann mitkommen! Leute, null Zusammenhalt! Das kann nichts werden! Das wird ja eh einfach nur... Ich sag euch, wir werden... Bro, du bist wirklich so nervig! Ich erklär mal ganz kurz... Ich erklär mal kurz die ganze Geschichte, ja? Bro, du bist so nervig! Unheil 7 bis zu dem jetzigen Zeitpunkt! Tobi wollte uns die ganze Zeit etwas beibringen! Er wollte uns zeigen, dass wir ohne Teamwork, ohne Zusammenhalt nichts schaffen! Und wir schaffen das noch nicht mal am letzten Tag! Es wird gar keinen Sinn machen! Bro, du willst deinen Kopf nicht abgeben! Die ganze Zeit meckerst du rum! Ey, mein Kopf, mein Kopf, mein Kopf! Du hast keine Ahnung von Zusammenhaltsju! Und dann, ich will mitkommen und dann sagst du... Nö! Jetzt ist Itachi auch noch... Jetzt ist Itachi auch noch sauer! Mein einziger Kumpel ist sauer! Hörst du mir überhaupt zu? Nein! Bro, ich rede grad mit dir! Du machst mich grad richtig sauer! Es eskaliert einfach alles! Dings, ich will einfach... Ich will einfach die ganze Zeit helfen! Und dann meckerst du ganz... Bleib mit Stiemens mit der Rede! Ich mecker doch gar nicht! Ja, was kann ich nicht tun? Ey, Stu, du machst mich grad richtig sauer! Was mach ich denn? Bro, guck mal, ich will die ganze Zeit helfen! Ich will die ganze Zeit dabei sein und euch unterstützen! Bei beiden Seiten! Und dann bin ich mitgekommen und dann sagst du... Nee, du kommst nicht mit! Ja, weil jetzt... Ich will das nur mit Kieran machen! Das musst du doch einfach mal respektieren, wenn ich das jetzt mit Kieran alleine machen will! Nee, 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 nee! Das Problem ist... Und dann beleidigst du mich dann und so... Dann hab ich dich bitte beleidigt! Nein, 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 nein! Du sagst dann so! Digga, warum Pishta streiten wir jetzt alle Digga? Respektier doch einfach, wenn er sagt, er will das mit mir machen! Na zu! Das ist mir egal, ob ihr das miteinander macht! Aber ihr habt keine Ahnung von Zusammenhalt! Ihr sagt den ganzen Zusammenhalt und dann meckert ihr die ganze Zeit rum! Nee, ich hab... Ich stimme Pishta zu, ausnahmsweise ehrlich! Ja, okay, dann habt ihr recht! Dann geht doch mal aufhörst du uns dann zu kommen! Hä? Ja, dann zieht leidig! Ja, dann zieht leidig! Ich hab keine Lust! Komm, Kieran! Digga, zieht leidig! Wir machen das! Wir machen das zusammen! Das muss mit euch! Das macht gar keinen Sinn! Ich hab den Kolben! Wir brauchten Kolben! Ich komm mit! Ich hab auch einen Maiskolben! Jan! Lass uns zu diesem Ort! Wir wollen uns das erste Mal geküsst haben! Komm mit! Ja! Okay! Immer Zusammenhalt! Wo haben wir uns geküsst? Wo haben wir uns geküsst? Digga, warum sind alle so am meckern? Bro! Weil kein Zusammenhalt existiert! Das sagt genau du! Digga, du redest, Alter! Guck mal, ist das nicht peinlich, dass gerade ich das so sagen kann? Weil die Höllenkrieger haben wenigstens Zusammenhalt! Junge, was willst du überhaupt ein Proteinfilet, Digga? Hol mir das Schweinefilet! Alle Homies dachten ich, Alter! Zieh deinen Helm aus und zeig mir deinen Nacken! Ey! Und jetzt weg mit dir! Ich hab den Kolben! Ja, okay, komm! Kommt, Leute, wir gehen in die... Im Untergrund der Untergründer! Boah! Guck mal, er will den Kopf klauen! Er will den Kopf klauen! Er will den Kopf klauen! Was hab ich denn von deinem Kopf, Digga? Komm, wir machen das ganz einfach! Wenn du den Kopf klaust, mein Sohn... Ey, hast du Blöcke? Ja! Komm hier rein! Komm! Ich bitte dich, diesen Raum zu verlassen! Wir müssen jetzt ein Ritual abschließen! Komm hier rein! Komm hier rein! Komm hier rein! Komm hier rein! Wo geht's hier hin? So! Hier! Stell dich mal hier rein! Alter! Scheiße! Das Wasser nervt! Habt ihr in den Eimer oder so? Warte, warte, warte! Lass mich kurz rein! Ich komm nicht durch! Komm mal hier weg! Ja! Mach mal hier die Wall zu, bitte! Wir sehen nichts mehr! So! Ich hab ne Facke! So! So! Okay! Wir sind jetzt in deinem geschlossenen Raum! Ich komm eh nicht raus! Okay! Stu! Bereit? Bro! Das ist riskant, was wir hier probieren! Bro! Du hast ja deinen Kopf! Es geht doch gar nicht um meinen Kopf gerade! Meine Rüstung! Alles! Er kann klauen und abhauen! Deshalb! Ich checke nicht, warum wir das nicht einfach alleine machen! Komm Kian! Ich hab keinen Kolben! Ich hab einen Kolben! Ich hab einen Kolben! Alles gut! Hast du eine Enderkiste? Bro! Hör mir zu! Hör mir zu! Stu! Bleib hier! Auf gar keinen Fall! Ich vertraue hier niemandem mehr Leute! Wirklich! Ach Digga! Ich soll meine Rüstung einfach neben Höllenkrieger einfach droppen! Neben Höllenkrieger soll ich meine Rüstung droppen! Damit er alles rausnimmt und dann abhaut! Auf gar keinen Fall! Hab doch mal ein bisschen Ehre! Wo bist du zu? Was hat das mit Ehre zu tun? Weil ich nichts mache! Weil ich nichts mache! Ja! Das sagt ihr alle jedes Mal! Die ganze Höllenkrieger Crew! Der ganze Abend am Kuss! Aber ich verspreche es dir, dass ich nichts mache! Nein! Sorry! Chat! Was sagt ihr? Soll ich das mit Kiro machen oder ohne Kiro? Ich würde sagen nur Kian! Nur Kian würde ich sagen! Wo bist du Sio? Lass Itachi und Kian kommen! Wir sind zu dritt! Okay! Itachi soll dann dabei sein! Kiro dann kannst du auch dabei sein! Sio wo bist du? Ich bin hier und ich komme wieder! Soll ich runter oder wo soll ich hin? Ey! Lass mal ganz kurz! Ey Jungs damit das jetzt schneller geht! Bitte an alle ganz kurz! Geht mal weg! Digga! Ich bin schon genervt! Ey! Wirklich! Okay! Wo seid ihr? Wo bist du? Ich bin hier oben! Seid ihr im Gefängnis oder wo seid ihr denn? Hallo! Ich bin vor dem Gefängnis! Vor dem Gefängnis! Er ist im Lager Digga! Flo ist auch online! Haben wir ein Bett? Ne! Ja dann wir brauchen ein Bett! Hast du ein Bett? Dann lass uns das in Tobis Gebäude machen! Kommt! Geht mal weg! Okay, Bro. Das heißt, ihr ready. Ja, zieh deine Rüstung aus. Du musst an einer angenehmen Stelle aber stellen. Nimm mal kurz, habt ihr Items? Platz? Nein, kein bisschen. Habt ihr meine Sache, ja, ne? Ich hab deine... Sponsor eh hier. Ja, ich weiß, ich weiß. Okay. Kian bei drei, okay? Ja, Brudi. Mach das mit richtig viel Liebe. Du weißt, ich liebe dich, Brudi, ja? Kian, 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 Kian. Ich weiß nicht, ob ich hier... So, ich darf nicht holen. Warte, nimm erst mal alle deine Sachen still. Das geht ja nicht weg. Nicht alles, alle Sachen muss drin bleiben. Mach einfach, mach einfach. Damit, Leute, hab ich meinen Kopf. Es zu dem Juskopf. Das allererste Mal auf der YouTuber-Insel. Stopp mal. Nimm deine... Alter, hier, dein Wing-Ding-Ding. Nimm, hier ist Jus, Jus, die Drehschuhung, bevor das die Weile aufhebt. Kannst du das nicht auf mich einfach droppen? Ich muss kurz alles rausnehmen. Hab ich. Mit allen, ihr solltet euch vertrauen. Eldra, Dankeschön! Ey, du kannst das irgendwie nicht aufheben, wir sind rechts, rechts neben dir. Ja, warte, warte, jetzt? Jetzt geht langsam. Die Schuhe sind noch da. Äh, Sekunde. Hinter dir rechts. Ja, warte, warte. Mach ich gleich, mach ich gleich. Hast du? Ja. Hab ich jetzt alles? Ja. Ja, 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 ja. Okay, komm, lass uns jetzt da hin. Okay, komm. Äh. Haben wir alles? Ja, wir haben alles. Let's go. Okay, Freunde. Lass uns los. Ich muss erstmal alles sortieren. Bisschen nervig, dass das alles so durcheinander jetzt ist. Machen wir gleich. Bam. Okay, ich muss kurz noch einmal rausklappen. Verzauung. Und jetzt fliegen wir dahin. Let's go. Oh, du hast einer Seite, hast du Leute, die was weggespringt haben. Andererseits hast du Leute, die drohen. Dann schumme ich deinen Kopf. Das wird, das wird ausatmen. Die Köpfe kommen wir dran, Mann. Aber, aber ist der Zusammenhalt da? Ist kein Ding, ist kein Ding. Ist nicht schlimm. Jungs, wollt ihr eure Köpfe platzieren? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Guck mal, es fehlen eh neun Köpfe. Es macht keinen Sinn. Egal, ob ich das mache oder nicht. Warum fehlen neun Köpfe, Bro? Wieso? Aber Bro, dann mach es doch einfach erst mal. Ey Tridan, sei mal kurz leise. Du nervst gerade. Ich mach das doch gleich. Mach es doch einfach, Bro. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Kommt alle her. Also, eine Sache. Man kann hier oben nichts platzieren. Da werden wahrscheinlich Tobi und Lukas Kopf hinkommen. Ja. Ja, und die SF sind, wenn alle da sind. Das heißt, minus zwei, es fehlen sieben Köpfe. Meiner fehlt, deiner fehlt. Ich will erst mal ne Rede halten, bevor ich hier irgendwas mache. Den Kopf hole ich mir noch. Er will ne Rede halten, weil sein Kopf ja so wichtig ist. Juckt. Darum geht's gerade gar nicht. So. Es geht um was anderes. Also, Leute, ich muss echt sagen, ich bin von so vielen hier enttäuscht. Und es ging mir einfach nicht um meinen Kopf, weil... Gleichfalls. Was gleichfalls? Lass mich doch erst mal ausreden. Dann kannst du auch sagen, was du... Ja, ich bin wirklich enttäuscht. Wir haben sieben Wochen lang nicht geschafft, wirklich hier zusammenzuhalten. Nicht einmal wirklich T-Work bewiesen. Und heute, das war der schlimmste Tag von allen. Also, ich bin mir sicher, egal was passieren wird, wir werden nicht in der Lage sein, das zu machen, was Tobi uns die ganze Zeit beibringen wollte. Und wisst ihr was? Ihr habt ein Ranking. Ganz oben sind die krassesten. Ich bin ganz unten, weil ich einfach scheiße bin. Ist mir egal. Leute, ihr wolltet, dass ich meinen Kopf platziere. Hab ich gemacht. Hier habt ihr jetzt den Salat. Wir werden diesen Boss nicht besinnen können. Gut gesagt. So, ich bin der gleiche Meinung. Riley, hast du deinen Kopf, Riley? Flo ist da. Flo muss auch noch seinen Kopf holen, oder? Oder warte, ich hol meinen Kopf. Sieben Köpfe. Tobis Kopf hat er Riley. Lukas Kopf haben wir auch. Weißt du, was ich nicht verstehe, Digga? Also, jetzt nicht falsch verstehen, Tridan. Du sagst die ganze Zeit zu uns, wir sollen unsere Köpfe dahin packen. Der ist doch schon extra. Lass mich doch kurz aussprechen. Aber wo bitte ist von deinen Clan-Mitgliedern die Köpfe? Verstehe ich nicht. Bro, alles sehr gerne. Ich sag denen jetzt, sie sollen das machen, dann machen die das. Anstatt uns die ganze Zeit aufzufordern, du brauchst Hugh gerade, wir reden. Du sagst den ganzen Kopf ran. Ich fär das lieber erstmal mit deinen eigenen Mates. Fertig aus. Willst du mich auch anhören, Kieran, oder willst du einfach das abhauen? Hä? Ja, haupt ja, ey. Wieso, 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 wieso jetzt erstmal zack das muss hierhin leute wenn was einmal hierhin meine elytra dorthin fleisch hierhin und raketen dort hin sehr nice jetzt mache ich mal noch mal so alle ortizien eine ecke das würde ich gerne verbrennen leute so lavame wahrscheinlich brauche ich eh kein lavaeimer für den boss wenn wir überhaupt in der lage sein sollten das aufzumachen es fehlen ja eh trotzdem noch viele das kommt hierhin das kommt hierhin ja so sollte es eigentlich in ordnung sein dann können wir noch mal die raketen stays kopf wurde auch platziert leute ich hatte halt hier noch stays kopf am start ich habe meine feine gar nicht sehr gut ich glaube ich habe dein kopf ich glaube ich habe dein kopf geben wir mal ender chest hier draußen ich habe nie gesagt dass ich mein kopf nicht platzieren werde es geht einfach nur darum dass die leute die ihre köpfe noch nicht einmal im umlauf hatten dass sie vielleicht das am ende machen weil vielleicht hätten wir auch unsere ohne unsere köpfe das aufgemacht darum ging es mir und das habt ihr alle nicht gecheckt hat keinen sinn wieso macht das keinen sinn warum ich hätte das doch so oder so platziert ja es ging nur darum dass ihr das einfach nicht checkt aber scheiß mal auf die köpfe darum geht es nicht es geht um die argumentation von allen ich habe vorhin was gesagt ich habe gesagt jeder soll guck mal ryan hat gerade gesagt hat wenn mein kopf ich hatte seinen kopf ich hätte sein kopf da hin platzieren können aber ich hatte respekt und habe ihn seinen kopf gegeben habe gesagt du entscheidest darüber ich habe doch auch sein kopf gehabt genau richtig ihr habt alle die ganze zeit gewollt nur weil ihr eure sachen dahin gemacht haben dass wir das auch tun und das was ich weiß ich weiß ich weiß eure köpfe war noch nie im umlauf ja darum geht es doch gar nicht ja aber ich will einfach nur dass ihr versteht dass wir einfach nur diesen boss zusammen verkämpfen möchte und das ganze der länge gezogen wird das ist erstens weiß man nicht mal dass das ein boss ist und zweitens nur weil ihr etwas machen wollte ich weiß es doch es ist das ist schon aber warum ist das zu zwingen wenn ich aus dem fenster das problem ist aber bei der sache ist ihr sagt die ganze von zusammenhalt und ich würde ich möchte einfach nur dass wir alle zusammen einfach eine lösung zu sagen ja aber wie denn andere leute auch die ganze dagegen sind ich habe doch von anfang an gesagt leute alles gut ich platziere mein kopf ich will nur nicht als nächster mein kopf platzieren das habe ich doch die ganze zeit gesagt aber ich habe das jetzt gemacht zum sind alle ich will ich will auch meinen ich will auch mein kopf hängen los ist alles ja passt wirklich eskalation hier er hat mir gesagt ja wir haben eh zu wenig köpfe muni hat jetzt auch ihr kopf platziert ich habe ich habe meinen in einem platzieren ich glaube nicht dass wir nicht mehr kopf haben stark brauchen wir es fehlen ist noch vier die tasche platzieren kopf wie viele hast du denn noch ist ja ich habe noch meinen lukas hat noch sein haben wir muni ja aber die kommen wir kommen ja hier oben hin müssen da oben hin aber wer fehlt denn dann noch eins zwei drei ich sag ehrlich ich hab mir jetzt platzieren ich sag wir werden es nicht schaffen die zwei leute heute nicht mehr sorry man das ist doch gar nicht männlich bro was hat das nicht mit männlichkeit zu tun hä was sagst du da wenn du gegen meinen bruder schießt dann hast du auch automatisch egal was du gegen ihn sagst ich stehe hinter ihm das mit männlich bezeichnest weil ich sage ich bin ich mit dir doch einfach meine seite will ich nicht genau das will ich nicht ja machen ich mache ich mache nicht alles gut machen ich mache nicht alles gut ich mache 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 ich habe ein zwei drei drei köpfe finden oder tritter er versteht es nicht abglaubt man versteht es nicht so ist ein kristall vom wahnsinn sie wollen mich ja nicht anhören keine andere sagt ich kann okay dann lass mich logisch denken okay welche welche köpfe fehlen oben lukas und tobi timmy brauchen wir noch oder hat nicht hatte ich irgendwer von euch den kopf von timmy ja habe ich oh mein gott echt jetzt wir haben alle anderen köpfe wer fehlt noch ich habe etwas in der hand was mir gehört was ich aber auch fahren werde und zwar mein schwert und tobi den kopf gehabt hat sehr krass ehrenaktion und ja ich habe eigentlich alle schreiben von mir dass du denkst anrufen soll ich habe dir schon gesagt wenn es wahrscheinlich nicht aber ich glaube nicht dass das eine möglichkeit das habe ich den leuten auch schon gesagt so aber mein kopf ist da wo ist rein hier 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 rein ich habe mein kopf und die müssen jetzt letztes oben in die mittel aber wo ist armier denn armier ist einfach weg wirklich schade ich habe mein kopf ich bin noch da wo bin ich denn vom server du warst eben weg oder nicht ich habe dich vermisst armier brauchst du noch irgendwas ich bin weggeflogen nene ne 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 ehh知 kas die körper zu sprechen es gab keine mehr eine daskenne mehr hast du ein steak oder so was mit patsche wo denn kopf ist da zuio du hast doch ziemlich spaß bei mir ich hab nichts mehr ich habe kein energie dann alles es geht es geht auch rein ich habe einen zu machen welche köpfe fehlen denn noch was hast du vor dem komische welche köpfe fehlen noch ja oooh er ist der kurse lukas und tobi Lukas und tobi oder nicht was hast du gemacht ich beobachte nein es stehen noch hier und noch eins zwei drei Drei Kappen fehlen noch. Warum? Okay, ich habe noch Timmy's Kopf. Ja, ich habe Timmy's Kopf noch. Ich habe Timmy's Kopf. Ja, ja, alles gut. Ich hole das auch noch. So, wir müssen gemeinsam überlegen. Timmy's Kopf? Aber Izzy spielt nicht aktiv. Was ist mit Lofty? Was ist mit Lofty? Lofty, stimmt. Lofty, Lofty. Der spielt auch nicht aktiv. Ja, doch, aber er war vor ein paar Tagen online. Ich glaube, man muss ungefähr drei Tage online oder so gewesen sein. Hat irgendjemand seinen Kopf? Wer denkt, er braucht Kopf jetzt. Jo. Also, Timmy's Kopf haben wir auf jeden Fall. Ich würde ihn auch platzieren. Aber lass trotzdem erstmal noch weiter überlegen. Es fehlen ja trotzdem noch zwei Köpfe dann. Ich habe noch Ente's Kopf. Okay, Ente wird wahrscheinlich auch klappen. Ente war auch aktiv, oder? Ja, das Ding ist, man weiß halt nicht, wie das programmiert worden ist. Platzier mal Ente's Kopf. Wenn es verschwindet, dann wissen wir, okay, es hat nicht geklappt. Ich glaube jetzt, das ist der fünfte Kopf, der ich hier schon platziere. Okay, es hat geklappt. Ente's Kopf hat geklappt. Das heißt, es fehlt nur noch einer, oder? Er war safe die letzten Tage online. Wieso einen? Timmy, haben wir. Timmy, haben wir. Was ist mit Lukas, der Kopf? Was will Lukas? Ich habe ihn, ich habe ihn, ich habe ihn, ich habe ihn. Der kommt oben platziert. Der kommt doch ganz am Ende. Blackjack. Ich rufe Blackjack an. Oh ja, Blackjack. Blackjack, oh mein Gott. Die Frage ist zählt es. Max war auch letztens auf dem Server. Ich weiß nicht, ob das lang genug weg war so. Ich glaube, es geht einfach nur darum. Und war ihr weit doch auch, oder nicht? Lukas war doch auch online letztens. Ich glaube, es geht wirklich nur darum, dass die Person kurz nur online kommen muss. Das würde vielleicht sogar reichen. Es muss jemand sein, der irgendwann mal da war wahrscheinlich. Oder muss der auch sein. Oder Evives Kopf? Nee, er muss... Guck mal, das Ding ist, ich habe Finskis Kopf platziert. Finski war ja schon über eine Woche nicht mal online, schon fast einen Monat. Nee, nee, nee. Und der Kopf ist direkt weg gewesen. Der ist ja runter, der ist ja runter. Ja, aber Jami, was ist mit Jami's Kopf? Jami. Ich habe Jami's Kopf nicht. Aber er kann auch online kommen, oder nicht? Aber der existiert irgendwo. Ich habe den mal gesehen. Ja, wenn Jami online kommen kann. Zitashi, Zitashi. Hm? Er muss ja nur ganz kurz kommen. Ich weiß nicht, ich kann irgendwie Jami anrufen. Der war auch gestern ja aber da. Das würde safe zählen. Aber Alphastein hat safe. Hör mal zu, hör mal zu. Lukas Kopf und Tobi sind in den Kopf. Jungs, die sind doch open, Bro. Die sind ganz am Ende. Ich habe voll johnt in den Kopf. Wenn es darum geht, ob jemand kurz aktiv war, ich habe noch den Kopf von Alphastein. Der war ja auch kurz wieder da. Ja, guck, ob das funktioniert. Ja, funktioniert. Dann mache ich noch Timmys Kopf. Ja, dann würde das jetzt klappen. Ah, wo ist Timmy? Wenn wir ihn mal brauchen, wenn wir mal endlich mit den Höhen kriegen, Es ist sogar gut, dass er nicht da ist, Bro. Sei ich dir ehrlich. Es würde eh nur eskalieren. Es würde eskalieren. Okay, Rainy, bist du da? Bist du gleich bereit? Äh, Leute, kurze Frage. Ich habe das gleich jetzt mitbekommen. Was ist mit Timmys Kopf? Ah, den hat Sue. Boah, das war eigentlich dumm, was ich gemacht habe. Ja, ich habe den noch gehabt. Das hätte eigentlich ins Feuer fallen können. Doch, doch. Sue hat den. Wo ist Sue? Ja, wir haben den letzten. Ja, ja, genau. Wir haben den letzten. Wir haben alle. Ja. Ich sage euch ehrlich, wir kriegen nur ein Item oder sowas. Wir kriegen auch einen Schlüssel. Timmy ist nicht da. Ich bin echt froh, dass ich ihn mit dem Schwert damals gekillt habe. Sonst wäre das jetzt vielleicht alles nicht möglich gewesen. Und deshalb, Leute, egal was passiert, lasst uns bitte irgendwie jetzt die letzten Sekunden, Minuten oder was weiß ich was, zusammenhalten, okay? Egal, welcher Clan. YouTuber-Insel. An alle jetzt, wo wir gerade auch Stress hatten, jeder Einzelne, egal wer, lasst uns ab jetzt, so wie Sue sagt, oder auch wie Tridan sagt, lasst uns ab jetzt alle zusammen als Team arbeiten. Sprich, die Höhenkrieger, Kristallkrieger, Bicepsbrüder, egal was für Clans. Wir sind jetzt keine Clans mehr, wir sind alle Freunde. Ein Team, wir gehen da jetzt rein. Und egal, was da drin ist, wir machen es fertig, Leute. Für die YouTuber-Insel. Für die YouTuber-Insel. Okay. Ich würde sagen, die Barriere-Blocken sind weg. Die sind weg, okay, sehr geil. Okay, okay, Lukas. Lukas Kopf jetzt und danach Tobis. Wollen wir die gleichzeitig oder nacheinander? Alter, wie krass. Nee, mach ja hintereinander alles. Mach erst dein, mach erst dein. Ich trau mich gar nicht. Sag mal, hört ihr irgendwelche Sounds, wenn da was platziert wird? Ich hör da nicht. Komm, Lukas, mein Bruder. Okay, Leute, seid ihr bereit. Ich opfer mich zum dritten Mal, gar kein Problem. Wir machen das alles. Wir werden das, wir werden es zu siegen. Wir werden es schaffen. Okay, let's go, Lukas. Komm. Drei. Links oder rechts, links oder rechts? Braucht irgendjemand noch Gold-Epfel? Links. Ja, bitte. Ich mach drei, zwei, zwei, eins. Ich stopp euch ein paar. Eins, okay. Okay, erst da, erst, erst da. Geil. Okay, es fehlt nur noch ein. Jungs. Ist hier irgendwo ein Ener-Chast, ganz schnell. Haben wir noch eine? Riley, du's. Jungs, ich möchte, bevor ich das machen möchte, eine Sache. Bro, Digga, könnt ihr mir kurz alle zu tun haben? Ey, ruhig, ruhig, ruhig. Lass mal rein, Riley reden. So, das Ding ist, ich hab das zum Beispiel Trinan und so, ich hab das euch das gestern gesagt, ich weiß, ich kann die Gold dafür geben, dass quasi diese Köpfe der Schlüssel sind, dieses Portal zu öffnen, beziehungsweise das Tor da hinten. Eine Sache möchte ich aber dazu sagen. Ich seh den Zusammenhalt halt noch nicht, den wir, glaube ich, brauchen dafür. Und ich möchte einfach nur, dass ihr mir jetzt kurz zuhört und danach könnt ihr entscheiden, wie ihr wollt. Seid ihr euch sicher, dass wir dieses Portal jetzt öffnen sollten? Ich glaube nämlich, das ist ein Fehler. Bro, es ist ein Fehler, nach dem, was ich heute gesehen hab, zu 100 Prozent, wirklich. Teilweise hab ich mit Leuten mich gerade gestritten, wo ich dachte, ey, das sind meine Bros, so weißt du. Aber vielleicht, vielleicht vereinen uns das Tor. Nein, wir verschieben jetzt nichts. Guck mal, die meisten Leute haben nicht mal Goldäpfel gefarmt, gar nichts. Aber das ist doch deren Schuld so. Wir haben den Leuten so viel schon gegeben. Bro, da draußen ist noch eine Schalka mit Totems, wenn das nicht alles verlootet ist. Es geht nicht darum, wie sich der Einzelne vorbereitet hat. Es geht darum, dass wir zusammenarbeiten, Leute. Es geht darum, wie wir unseren Geld verlootet haben. Guck mal, ich hab gerade Goldäpfel gejobbt und dann höre ich plötzlich, ja, Pisz, da wollte die nicht heilen. Da seh ich doch wieder einfach null Zusammenhalt. Wir machen das jetzt ganz einfach. Bro, aber zu, Digga, ich dachte, du droppst uns beiden was. Hab ich doch auch nicht, ich hab jetzt noch einen Stack, ja, aber ich muss die doch wahrscheinlich, guck mal, bei dem letzten Boss hab ich zwei Stacks Goldäpfel fast gewastet. Guck mal, das Ding ist, chill mal erstmal. Atme tief ein und atme tief aus. Digga, warum bist du provokant, Digga? Bro, ich sag nur chill mal. Ich sag nur chillen. Leute, was ist mit Bäumen los? Du bist der Aggressivste und der alles persönlich. Bro, ich hab nur gesagt, chill mal. Ich schwöre dir, du brauchst gar nicht von Entspannung und so reden. Du bist hier der... Bro, ich sag nur chillen. Chill, Bro. Ja, das sagt man nicht einfach so. In so einer Situation vor allem. Okay, dann sorry, Bro. Alles gut. Keine Ahnung, Digga. Ich sag irgendwas... Kian, brauchst du noch Goldäpfel? Brudi, ich hab, ich hab, ich hab... Ich könnt ein paar Goldäpfel gebrauchen. Ey, shit, ich kann das nicht wegmachen. Tjunk, ey, Kiro, ich hab nur verliebt, ich kann dir aber einen geben. Ey, Tobi, kannst du... Rani, wo bist du? Ding ist, äh, guck mal, Kian, eine Frage. Ich weiß, dass es gibt jetzt zwei, okay? Ich hab drei, also zwei. Warte, Tobi, komm dann gleich. Sorry, Chat, ich muss eigentlich rauskippen. Ich bin so... Eine Frage, könnte ich ein paar Äpfel nehmen, damit sie in die Goldäpfel machen? Ich würde mal kurz nochmal mit euch reden. Was ist eure Meinung dazu, zu dem heutigen Tag? Glaubt ihr, dass wir wirklich gleich Zusammenhalt haben werden? Denkt ihr, wir werden T-Work haben? Denkt ihr, wir werden in der Lage sein, irgendwas gemeinsam zu packen? Ich sag euch, WeTalk, wir haben das bei den letzten Unheilen alle nicht geschafft gehabt und ich denke, wir werden das heute auch nicht schaffen. So, es wird übertrieben schwierig. So, wie können wir uns das gleich vorstellen? Ich bin mir sicher, wir müssen gleich eh wieder ein Rätsel lösen. So, save. Wir gehen dann da rein. Wenn das wirklich dann aufgehen sollte, müssen wir ein Rätsel lösen. Und wenn dieser Boss erscheint, ich kann mir vorstellen, dass es wieder so viel Stress geben wird. Ja. Können wir kurz reden? Lass uns das nach dem Unheil machen, okay? Gerade ist kritisch, ich muss mit der Community reden. Lass uns das gerne nach dem Unheil machen. Alles gut, lass uns einfach jetzt so tun, als ob nichts gewesen wäre, okay? Nee, aber das macht doch gar keinen Sinn. Das war dem Auffang nach dem Unheil. Ja, ich weiß, ich... Ich gebe dir doch jetzt keine Schuhe, damit du in die Scheine abwagst. Nein, 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 nein. Ich schaue dir doch aus. Scheiße, weißt du, was du machen möchtest? Verstehe ich, was du machen möchtest? Egal, egal. Ey, Kian, ich helfe dir die Sachen rauszuholen. Na, alles gut, das Ding ist, ich will die Sachen nicht benutzen, nigger. Das ist halt... Ich wollte sie eigentlich in der Kiste packen. Weil es gibt sie jetzt nicht weg. Alter. Digga. Ja. Ich liebe dich, Tobi. Sei ehrlich, ich habe die Goldäpfel. Ich liebe dich wirklich, Tobi, Dankeschön. Julius, das wird aber nicht funktionieren, aber danke trotzdem. danke schön und sorry für die Störung. Ja, okay. Dann verteilt keiner Goldäpfel. Okay, ich warte auf euch. Ja, Kiro, ich hab halt auch keine mehr. Lass uns erstmal ruhig alle zusammenkommen, oder? Ey, ey, Kian, Dankeschön. Ich hole mal die anderen. Ich habe 16 Goldäpfel. Brauchst du welche? Nee, danke. Geh, Jungs. Ich wollte nicht, ich wollte irgendwo, kann sein, ich wollte einfach sagen, Wir haben ein Steck und Teil nichts. Guck mal, guck mal, Jungs, ich möchte jetzt eine endgültige Entscheidung von euch hören. Wer ist dafür, dass wir das Portal öffnen, der geht jetzt hier auf die rechte Seite. Bro, wir öffnen das safe. Titachi? Nein, wir müssen irgendwie, wir müssen nochmal alles überdenken, der geht auf die linke Seite. Also von dir aus links. Von mir aus links. Was heißt alles überdenken, Bro? Wir brauchen nicht überdenken, Leute. Die sind auch niemals ausgedrückt. Das war falsch. Die sind auch falsch ausgedrückt. Die sind auch falsch ausgedrückt. Die sind auch einfach unvorbereitet. Wer sagt, wir müssen erstmal nochmal, keine Ahnung, die Zusammenhalt trainieren, der geht nicht auf die linke Seite. Das würde ich auch gerne noch machen. Ja, was möchtest du denn dafür machen? Ich dachte, das geht jetzt allgemein, ich will die historische Gemeinschaften, den sei wahrscheinlich. Nie. Nie. Ja, Ryan hat jetzt den letzten Kopfplatz hier. Das ist eine Sache, eine Sache, eine Sache, damit, um das klarzustellen, ne? Eine Sache, um das klarzustellen, die Tasche, da bist du wahrscheinlich auch auf dem falschen, auf der falschen Fährte. Lukas, und generell für euch alle, Tobi hat jetzt auch ein paar Sachen gemacht. Dankeschön. Das ist wahrscheinlich keine Option sein wird, das Torn niemals zu öffnen. Es ist ein Gamble. Wenn wir jetzt, wenn wir es jetzt nicht öffnen, das, da möchte ich, ich möchte da so fair sein, wenn wir es jetzt nicht öffnen, kann es sein, dass das Unheil von selbst irgendwann rauskommt, obwohl wir gar nicht vorbereitet sind. Das wurde gesagt, das Ding ist, es ist nicht so, dass wir es einfach für immer zulassen können. Ryan, es ist gerade Sex gegen Sex. Lasst uns mal ganz kurz einfach, damit wir das, glaube ich, einfach klären, Digga. Kurz ein paar Missverständnisse. Ich entschuldige mich, falls ich bei Trinan oder bei Piszta oder bei wem auch immer gerade zu Unrecht war. Ich glaube, wir sollten einfach erst mal anfangen, bevor wir in das Tor gehen, unsere eigenen Fehler einzugestehen und einfach aufhören und zu streiten. Also ich entschuldige mich. Ich fand ganz viele Aktionen heute von den einzelnen Leuten hier richtig unfair, bin ich ehrlich. Finde ich sogar immer noch. Aber ich bin nicht nachtragend und ich bin auch kein Mensch, der irgendwie unbedingt recht haben muss. Deshalb von meiner Seite aus, wenn ich hier irgendwie einen Verletzter habe, sorry. Und ich finde, wir sollten erst mal hier ein Team werden, bevor wir uns da rumkriegen. Genau. Kian, gut gesagt. Ich wollte das auch schon machen. Kann ich bitte, Renziu? Gut, Kian, mach. Aber, wie gesagt, ich habe auch vielleicht ein bisschen Faxen gemacht, auch nicht richtig ausgedrückt. Ich wollte einfach nur jetzt das Tor öffnen. Ich entschuldige mich auch bei allen, die es vielleicht falsch aufgenommen haben, die, wo ich heute vielleicht ein bisschen im Unrecht war, vor allem bei Kian natürlich. Aber, wie gesagt, Kian hat schon das auf den Punkt gebracht. Wir sollten uns alle entschuldigen, beziehungsweise uns das alles jetzt klären, bevor wir überhaupt da reingehen. Weil sonst macht das gar keinen Sinn. Ich sage auch nochmal kurz was, ihr habt das eigentlich richtig schön gerade zusammengefasst. Es geht mir auch gerade eigentlich nur darum, wir haben viele Streitereien heute gehabt, vieles ging leider sehr, sehr falsch in die ganz falsche Richtung. Und ich habe mich gerade auch auf die linke Seite hingestellt, weil ich eigentlich der Meinung bin, egal ob wir uns auch jetzt entschuldigen, ich entschuldige mich auch bei allen, die vielleicht irgendwas negativ aufgegriffen haben oder aufgenommen haben. Ich wollte nie meinen Kopf nicht abgeben, es ging mir einfach nur um das Prinzip und ich habe euch das Prinzip auch erklärt gehabt. Aber wie dem auch sei, ich bin wirklich der Meinung, wir sollten wirklich nochmal zusammenarbeiten und irgendwie versuchen, noch besser zu werden, dass wir unser Teamwork noch besser gestalten können. Weil jetzt gerade ist null Teamwork vorhanden, Leute. Null. Ich würde auch noch kurz was sagen. Es tut mir leid an die Höllenkrieger, dass es so ausgeartet ist. Wir sind nämlich eine Einheit gewesen, haben uns gekürzt als allererstes platziert. Wir haben es gezeigt, wie es vorgeht. Die anderen konnten es nicht nachmachen, aber vielleicht schaffen es wir jetzt im Kampf, das Unheil zu besiegen. Yeah. Okay. Aber was ist denn jetzt? Welche Seite hat jetzt gewonnen? Ich habe keine eindeutige Entscheidung, Leute. Ich habe keine eindeutige Entscheidung. Leute, lasst uns alle zusammen gegen dieses was auch immer ist das Kämpfen. Alle zusammen. Lasst uns einfach jetzt das Tor öffnen und wir kämpfen alle zusammen für die YouTuber-Inseln, nicht für uns Einzelnen. Let's go. Lasst es, lasst es, lasst es machen. Hey, Stace, du bist auch mal wieder online. Guten Morgen, Freunde. Ja, guten Morgen. Okay, also, ich will sagen, Rhyne, ich glaube, das hat sich jetzt besser, also, die Lage hat sich verbessert. Rhyne, wie entscheidest du dich noch? Und ich würde sagen, wir... Ja, genau, warte, Rhyne hat selber seine Meinung noch gar nicht gesagt. Was ist denn deine Meinung? Ich habe es ja vorher schon gesagt. Was ist deine Meinung? Oder ich habe es gestern schon gesagt. Ich bin dagegen, das jetzt zu öffnen. Boah, Adrian, Dankeschön. Der Text ist so klein, ich kann das gar nicht lesen. und weil... Vielen Dank. Na klar, Junge. Mach das Nummer auf, Alter. Also, ich glaube, ich glaube nicht, dass es eine schlaue Entscheidung ist, das jetzt zu öffnen, aber ich kann auch verstehen, weil, wie gesagt, es ist komplett ein Gamble. Ich sage gar nicht, dass meine Meinung da richtig ist, weil es kann sein, dass sich dann morgen das Tor öffnet, wenn nur zwei Leute da sind und dann ist eh alles vorbei. Mach es einfach. Bro, mach das toll. Mach jetzt auf hier. Oh mein Gott, es gibt kein Zurück mehr. Jetzt gibt es kein Zurück mehr. Was passiert? Oh mein Gott. Was ist jetzt hier los, Alter? Leute, 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 das ist entweder der Anfang oder das Ende, die wir uns immer vorgestellt haben. Und vielleicht ist es das Ende von allem. Aber komme, was wolle, wir sind zusammen und das ist das einzig Wichtige. Ob es schlecht oder gut läuft, in guten und schlechten Zeiten, die Insel ist immer vor allem. Leute, es gibt eh kein Zurück mehr. Jetzt müssen wir da durch. Let's go. Hä? Hä, das war's? Let's go. Ja. Was ist jetzt? Was haben wir eigentlich schon immer was bekommen? Siehsam, öffne dich. Öffne dich jetzt endlich. Hat jemand einen Schlüssel? Warte, ruhig. Hört ihr das? 3, 2, 1, 2, 1. Warte, was ist das für Geräusch? Was ist das für Geräusch? Hä? Ich dachte, ich hör was. Ich hab was gehört. Ich hab auch grad was gehört, Jungs, ohne Witz. Ich hab nichts gehört. Tobi, öffne uns, bitte das Tor. Warte, warte, warte. Warte, warte, warte. Ich rauche dich ruhig, oder was? Freunde, es gibt eh kein Zurück mehr. Egal, was jetzt passiert ist, wir müssen uns jetzt komplett auf diesen Boss konzentrieren. Scheiß drauf. Was ist da? Was ist da? Auch wenn es kein T-Work geben wird, ich werde mein Bestes geben. Leute, dass die Leute ein Like und ein Abo da lassen sollen. Like und ein Abo da lassen? Okay, geil, let's go. Wir müssen alle alles geben, wir müssen den Schatten. Braucht jemand noch Goldäpfel? Ich hab noch die Hälfte von den Goldäpfel, gönnt euch. Was? Habt ihr es verstanden? Teilt das bitte. Ich hab noch Goldäpfel, klasse. Ich hab gesagt, einer von Splintz. Einer von Splintz. Wer hat den Schlüssel? Guckt alle zum Metall. Guckt alle zum Metall. Guckt alle zum Metall. Guckt alle zum Metall. Oh mein Gott. Ruf nach Zusammenhalt. Sorry, Leute, ich hab einen Schlüssel bekommen. Der zweite Schlüssel zur Wahrheit. Nutzt diesen Schlüssel, um das Tor zu öffnen. Das Tor? Was? Seid ihr wirklich bereit, Leute? Ich finde das Tor. Ach, du grüne Neune. Okay, stellt euch mal bitte alle nochmal vor dem Tor auf. Alle aufstellen. Guckt alle, guckt alle, guckt alle. Guckt alle, guckt alle, guckt alle. Hat jemand noch Goldäpfel? Was willst du? Bro, klar, war tot. Leute, bevor wir das machen, lasst uns bitte nochmal, guck mal, es gibt jetzt eh kein Zurück mehr. Es gibt jetzt kein Zurück mehr. Alle bitte Items aufteilen. Ich hab jetzt die Hälfte von meinen Goldäpfel weggegeben, damit jeder wirklich Items gleich hat. Jungs, wer braucht Tote? Ich brauch Tote. Ich kann nichts passieren. Ich kann nichts passieren. Ich zeig mir alle in den Nacken. Lasst uns kurz noch einmal rausgehen, alles vorbereiten und dann gehen wir rein. Leute, Leute, raus, raus. Was? Einfach nachher. Wir sind noch nicht vorbereitet. Ey, Flo, Flo, Flo. Ich kann auch nicht mehr warten, aber ich sehe gerade, die Hälfte hat keine Äpfel, gar nicht. Ich bin mir ehrlich, es hat viel gegeben. Ich hab keine Äpfel gesammelt. Zwei Totes hast du genommen. Ich hab ne ganzen Schalke an Totem zu teilen. Ich hab meine ganze Schalke an Totems verteilt. Okay, alle, die bereit sind, stellen sich dann auf. Dann wissen wir, wer bereit ist. Ich bin bereit. Alle, die bereit sind, stellen sich bitte auf. Ich bin auch bereit. Ey, die Zeug kriegt immer. Dann werden die Goldäpfel. Meine Brüder, lass uns alles geben. Wir werden überleben. Alle, die bereit sind, bitte einmal aufstellen. Natürlich, meine Frau ist neben mir, Alter. Let's go. Müzielle Krieger. Höhenkrieger werden das wieder regeln, Alter. So wie immer. Okay, nur noch Zutelsticks und dann starten wir. Wir haben nämlich die stärksten Zutaten. Nur noch Sticks, Leute. Holt mal Sticks her, ey. Komm schon. Oh mein Gott. Wir seht die Armee. Sticks. So, bin da. Hallo. Leute, jetzt noch einmal richtig fett Like-Hype in den Chat. Wir eskalieren das. Wir müssen da jetzt durch. Wir werden diesen Boss platt machen. Wir werden unser Bestes geben, Leute. Egal, ob wir hier Streit hatten oder nicht. Wir werden jetzt unser Bestes geben. Let's go, Mann. Okay, bitte einmal alle ausstellen. Es gibt kein Zurück, meine Leute. Egal, was passiert ist. Wir werden alle unser Bestes geben. Ich hoffe, wir werden das schaffen. Was macht der Kollege da hinten? Wir werden das. Höhenländspieger. Höhenländspieger. Stays, beeil dich, bitte. Ruf nach Zusammenhalt. Der zweite Schlüssel zur Wahrheit. Nutzt diesen Schlüssel, um das Tor zu öffnen. Leute, seid ihr bereit, für die YouTuber-Insel zu kämpfen? Seid ihr ready? Mach es. Mach die Tür auch. Mach den Ruf. Mach es. Ich hab's gemacht. 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 Ey, Jungs, geht weg. Trete zurück. Tobi, wir sind bereit. Wir sind bereit, Tobi. Wir sind noch nicht alle da, oder was? Geht noch mehr. Mach jetzt auf, ey. Was ist denn? Tobi, wieso da? Warum haust du mich? Mann, Tobi, ey. Mach' ich ruhig ruhig ruhig. Was ist das Problem? Was ist das Problem? Alle guten Singen sind drei. Vielleicht würde ich einfach in die Flitterwochen gehen. Feht irgendwer oder irgendwas. Ich hab' ein Drache-Atem. Ja, wir sind auch stark. Tobi, ey. Sesam, öffne dich. Vielleicht muss ich das troppen, oder so. Warte, was steht da drauf? Was steht da drauf? Kian! Hast du Gedächtnisverlust, oder sowas? Erzenschüssel. Erzenschüssel. Erzenschüssel auch noch. Ich bin so gehypt. Was wird gleich passieren, Leute? Mann! Es ist soweit. Es ist soweit. Ja, Alter, was geht denn? Willkommen zu, Alter. Die Zuschauer können bei uns allen nochmal wirklich ein Abo dalassen. Glocke aktivieren. Like dalassen. Für die ganze Crew von der YouTuber-Insel. Egal, ob es Streit gab oder nicht. Wir sind ein Team. Wir sind eine Familie. Wir müssen zusammenhalten und diesen Boss fertig machen. Wir treten ihn in seinen Popo. Ich will seinen großen Zeh. Ich nehme den rechten. Danke für die ganzen Donis, die ich gerade wahrscheinlich alle übersehen habe. Sorry, ich muss noch einmal haustappen. Kian, lass das zusammen machen. Bist du bereit? Okay. Bei der Zahl 3, okay? Stell dich alle hinter die. Lukas, komm zu mir. Drück F5, dann siehst du alles. Bei 3, okay? 1, 2. 3. Wenn der Zeiger ruhig steht, nein, ich erscheine. Oh mein Gott, Leute. Oh mein Gott, ruhig, 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 ruhig. Was ist das denn? Wer ist er denn? Das sieht ja auch nochmal krass aus. Warte, warte, check die Karte. Das drohst du. Das drohst du. Es geht kein Zurück mehr. Das drohst du. Hallo. Oh mein Gott. Leute, nicht alles klauen. Was passiert hier, Leute? Haltet innen und blickt ins Gesicht eures Untergangs. In dieses Gesicht? Das da ist unser Untergang. Bro, wie sieht das aus? Das ist doch der Typ von Solo-Leveling. Warte mal, warte mal. Wie sieht das denn bitte aus? Leute. Hi, Junge. Habt ihr Solo-Leveling geguckt, Leute? Ich nicht, aber die sagen das die ganze Zeit so. Das Typ von Solo-Leveling. Wir haben keine Shorts. Das ist vorbei. Ich hab's noch nicht geguckt. Was passiert denn, Kian? Jungs, wir haben keine Shorts, Mann. Das Ding wird uns fertig machen. Was heißt das? Das ist ein Loop, Junge. Das ist ein Loop, Junge. Leute, lass zurück, lass zurück. Ja, okay, komm. Nein, nein, nein. Freunde, was passiert gleich? Es lächelt, es lächelt, es lächelt. Nein, nein. Ich darf es so. Nein, nein. Es lächelt nicht. Es lächelt nicht. Was passiert, wenn ich das noch mal aktiviere? Ich stehe auf seinem Fuß. Okay, nein, nein, nein. Oh mein Gott, Steve. Das sieht gar nichts mehr. Wir müssen herausfinden, was wir hier machen müssen. Ich hab Angst, das Ding zu berühren. Jungs, was stand da? Was stand da? Ich bin in dem Buch. Bro! Hör mir alle zu. Mach mal Ken Murray, mach mal Ken Murray. Ey, ich bin in einem Zoom und ich bin gestorben. Jungs, das Buch. Wir wissen noch, was wir machen müssen. Das steht Falken in. Das heißt, was aber einfach alle ruhig sein müssen und einfach ins Gesicht gucken müssen. Ey, Leute, hier sind noch Tränke drin. Nimm bitte jeder einen Trank raus. Blick ins Gesicht. Ja, aber wir wollen doch nicht in sich gesicht des Untergangs blicken. Ja. Ganz kurz, Leute, wie viele Tränke waren hier drin? Einer hat bestimmt alle Tränke rausgenommen, oder? Ich hab einen genommen. Ich hab einen. Ich hab einen. Ja, wenn ihr wirklich viele genommen habt, nehmt nicht so viele raus. Jeder, am besten zwei oder so. Ich brauch keinen. Ich nehm keinen. Ey, Jungs. Da kann ich den Shader aktivieren. Das ist geil. Der Shader sieht richtig geil aus. Oh mein Gott. Wie krank sich das aus? Oh, mit. Okay. Also, Jungs. Was kann man machen? Was muss man hier machen? Oh mein Gott. Wir haben noch nicht ins Gesicht. Leute, das heißt, ich mach einfach jetzt ruhig bleiben und angucken. Lass einen da nach rein aufstellen. Ein Leute. Das hört aus. Nicht eine Reihe. Unnötig. Guck dir den mal ins Gesicht. Es gehört an. Nicht mit zu sein Fuß. Vielleicht wacht er dann auf. Nein, 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 nein. Nicht zu machen. Nicht erkehlt sich. Der kehrt sich. Oha. Demin, ich mein Gott. Du hast eine Chance gegen den Typen. Lass mal alle für die Sekunde einfach wirklich ruhig sein. Ruhig, Leute. Ruhig. Ey, Bro. Ich hab nur noch vier Herzen. Timi, sag mal ruhig jetzt. Oh mein Gott. Vier Herzen. Drei. Zwei. Eins. Ruhig. Ender per 1 funktionieren immer noch nicht. Danke. Danke. See you, Bro. Hilfe. Hilfe. Was? No, 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 no. Horror, Junge. Das geht aus wie auch so Leveling. Ja? Digga. Warte, wir dürfen uns nicht bewegen, oder was? Ey, ey. Was ist so Leveling passiert? Wenn er aufsteht, zu uns kommt, nicht bewegen. Was müssen wir denn gleich machen, Jungs? Also ich auch bin richtig hässlich. Ich will nicht mal anmerken. Was macht denn Solo Leveling? Alles in der anderen Seite. Aber eigentlich steht da auch. Ruhig, 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 ruhig. Ruhig, ruhig, ruhig. Ruhig, ruhig, ruhig. Ich hab das Gefühl, der hat Angst vor uns. Der macht Gläserhungen gleich. Das Noob, Junge. Ich hatte ruhig, da durch. No hand. Hat jemand eine neue Anweisung? Ruhig, ruhig. Jungs, verbeugt euch. Ey, im Buch, im Buch. Opfert etwas euch Wichtiges. Okay, ich hoffe mein Helm. Äh, opfert etwas euch Wichtiges. Hier, der ist eh fast kaputt. Kriegst du. Mein Turm, die muss Timmy opfersieren. Die muss Timmy opfersieren. Irgendwas Wichtiges. Irgendwas Wichtiges. Junge, es ist Witz. Gibt den Helm wieder. Gibt den Helm wieder. Gibt den Helm wieder. Warte, warte. In Lava schmeißen. Warte, dann geht's. Lenderite geht. Lenderite geht. Lenderite geht. Was ist mir wichtig, Leute? An alle, die jetzt noch lieben. Gibt den Helm wieder. Meine Ender-Pelns? Ich probier's. Gibt mir den Helm wieder. Meine Ender-Pelns, die ich immer benutze habe, um abzubauen, wenn es zu gefährlich wurde. Oh mein Drachenatem, oh nein. Ja, ich hab auch nicht. Drachenatem. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Das ist ja nicht so wichtig. Ich mach auf meinen Tischleister rein. Ich mach auf meinen Tischleister rein. Jungs, ihr nehmt das nicht ernst. Ich hab meine Leute den Helm wieder auf den Kopf. Ich hab meinen OP-Bogen in die Lava. Ich hab meine Familie gerade geopfert. Ich hab meine OP-Bogen rein. Ich hab drei Ender-Pelns. Ich hab meinen OP-Bogen rein geworfen. Ich opfer mich. Warum sind sie denn aus? Ich opfer mich. Lukas auch nicht. Lukas auch fast nicht selbst. Das ist das, was ich sagen, Bro. Das ist das. Das ist das, was ich sagen, Bro. Ich opfere meine Ruiz vor, denke. Leute, wir müssen wirklich ernst bleiben, der kann jederzeit irgendwas angreifen oder irgendwas machen. Geh mal weg von diesem Podest, nicht draufstehen. Aber wer muss sich so hässlich? Das sieht so gruselig aus, Leute. Hat jemand von euch das Buch genommen? Passiert mal bitte das Buch wieder zurück. Was ist das für ein Geräusch? Die Flammen, die Flammen, die Flammen! Was ist das für ein Verräter? Was ist das für ein Verräter? Was passiert hier? Ich seh keine Flammen. Ich seh keine Flammen. Ach, da sind die Flammen. Hey, ihr krankt durch! Ich seh's, ich seh's! Alle hier in die Mitte, Leute, alle in die Mitte, alle in die Mitte, alle in die Mitte! Hey, Leute, mein neuer Brot! Oh Gott! Die Mitte ist der Null! Ey, Leute, könnt ihr mir ganz kurz alle zuhören? Auch raus! Das Ding basiert im Anime so, es wird wie ein Gott behandelt. Wenn wir nicht das tun, was er will, greift er uns an. Ja, dann blieb's ja gut. Okay, das Ding ist, er hat aufgehört zu lachen. Hat das irgendwas zu bedeuten, Kian? Ja, 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 ja. Das ist gut, das ist ein gutes Zeichen. Okay, also wenn er lacht, ist das kein gutes Zeichen. Nein! Doch, doch, das ist ein gutes Zeichen, wenn er lacht. Bro, es ist nächstes Mal auf einem Bein, vielleicht lacht er dann wieder. Leute, wer ist der Verräter? Wie greift er uns an? Verräter! Aber hat das geklappt mit, hat das geklappt mit der Aufvergabe? Ja, das ist der Verräter! Reinier ist der Verräter! Reinier ist der Verräter! Reinier ist der Verräter! Reinier ist der Verräter! Es macht doch gar keinen Sinn, jetzt darüber zu streiten, Jungs! Wir müssen eine gemeinsame Lösung finden! Und die Zeit läuft ab! Und die Zeit läuft ab! Das ist der Zeit, die Flamme! Das ist ein Timer! Oh mein Gott! Wo ist der Timer? Nein! Die Flamme! Die Flamme! Okay, Jungs, dann müssen wir uns wirklich beeilen! Dann lasst uns wirklich, ich versuche alle Rätsel so schnell es geht zu lösen! Okay, da steht ein Verräter! Das kann nur Lukas sein! Nein! Nein! Hör mal zu! Ich weiß nicht, ob wirklich ein Mensch damit gemeint ist! Vielleicht ist es was anderes gemeint! Die meint doch nicht mich, oder? Die meint safe nicht mich, oder? Leute! Reinier war doch davor auch ein Verräter! 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 Aber vielleicht ist Reinier wieder ein Verräter! Er meinte vielleicht, dass wir... Okay, okay, okay! Wir müssen uns beeilen! Habt ihr eine Information dir nicht gesagt hat? Ich habe keine Information! Leute, das ist jetzt wirklich wichtig! Wenn ihr irgendwas von Tobi herausgefunden habt in den letzten Tagen, bitte sagt das jetzt! Oh mein Verständchen! Du weißt das! Irgendwas! Habt ihr ein Buch bekommen? Habt ihr irgendein Horn bekommen? Irgendwas Jungs! Überlegt mal bitte! Okay! Nicht Schluss! Oh nein! Oh mein Gott! Ich hau da ab! Ich habe irgendwie dieses Verlangen, die ganze Zeit mit einem Goldapfel zu geben! Bleibt in der Null! Bleibt in der Null! Das ist einfach ein Verräter! Hey! Ne, ich sage ganz ehrlich, es ist Lukas der Verräter, weil Tobi nie in den Vordergrund gerückt hat! Stimmt! Das müssen wir jetzt Lukas Opfern oder was? Nein, 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 nein! Nein, 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 nein! Das hat noch Pinder im Karriert da nicht auf den! Ne, nein, nein, nein! Du geschuld! Wie Kiro? Das denn jetzt hier? Wo ist er denn? Wo ist er denn? Kiro? 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 Bei Solo-Leveling! Wenn ihr hier schnürft, wirklich ohne Tote! Kiro? 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 Ich bin erlischt und dann bin ich gestorben direkt! Okay, Kian! Guck mal, das Ding ist, du kennst diesen Anime! Bitte sag mal! Er hat sich bestimmt komplett daran inspiriert! Bitte erzähl uns alles, was du dann weißt! Okay? Ich werde genau das machen, was du machst! Bro! Also im Anime läuft das so, dass wir uns erstmal verbeugen müssen die ganze Zeit! Ich verbeug mich noch nie an! Ich habe mich schon durch! Ja, ja, in dem... Shit! Ja, ich soll mich... Hä? Ich will doch reden, Digga! Entspann dich doch! Verbeugen war nicht richtig! Dann grinst er! Genauso wie hier! So! Aber es gab keinen Verrätern in Anime! Keinen! Das ist das Ding! Wir müssen uns echt beeilen! Wir sind ja alle Verräter! Im Anime sind wir alle so wie dort! Kian! Was ist wenn das die Lösung ist? Es gibt keine Verräter! Ja! Es gibt kein Verräter! Ja! Ich glaube auch nicht! Aber Jungs! Kiro weg! Warte! Drüber tap! Drüber tap! Kiro ist einfach... Hä? Er ist weg! Er ist weg! Er ist weg! Er schaut von oben zu! Dann kann er ja nichts mehr machen! Was heißt? Respawnt man nicht? Ey Leute! Das wir alle ausprobieren! Kommt mal alle! Kommt mal alle nach vorne! Guckt einfach dahin! Und jetzt! Wartet! Es gibt keinen Verräter bei uns! Es gibt keinen Verräter! Es gibt keinen Verräter! Unter uns! Es gibt einen Verräter unter uns! Ach Timmy, Junge! Jungs! Nimm das bitte mal ernst! Wirklich! Wir müssen als Team hier arbeiten! Sonst klappt das nicht! Warte! Ich weiß nicht! Es gibt keinen Verräter bei uns! Dann muss es ja eventuell doch einen Verräter geben! Möchte irgendjemand wirklich beichten! Hat irgendjemand Scheiße gebaut in den letzten Tagen! Ja! Ich weiß nicht! Hey! Soll ich noch? Ja! Nix hier! Das ist mein Hochzeitgespräch! Junge! Es wird dunkel! Ich höre dich nicht, Bro! Noch mal lauter bitte! Warte mal kurz! Bin ich damit gemeint? Weil ich habe ja einfach kein Verraten! Ah ja! Nein! Leute Leute! Leute Leute! Leute Leute! Und die uns hierher gelockt hat, um ihn zu befreien! Und die uns hierher gelockt hat, um ihn zu befreien! Bro! Wir müssen ihn nicht finden! Wir müssen ihn nicht finden! Müsst du sagen wer es ist! Ey Jungs! An alle die keinen Shader benutzen! Können die mir bitte noch mal so einen Nachtsichtstank droppen! Komm Matthew! Ist auch kein mehr! Überlegen! Jetzt hast du drei Stück! Dann kannst du wieder eingehen! Weil ich benutze auch einen Shader! Ich habe zwei nur! Armin, was kannst du? Hat jemand viele viele Tote? Es gibt keinen! Ich habe selber 1, 2, 3, 4! Aber ich habe gerade einen verloren! Was heißt verloren? Ja ja! Aber ich bin gerade gestorben! Ich bin einfach weg! Könntest du mir auch reingehen in die Tasche? Er ist rausgelaufen! Er ist rausgelaufen! Nein! Dankeschön! Ich glaube Alfa ist gerade nach dem Dach, Leute! Guckt mal Tap! Die sind jetzt alle in ihrem Seelenmodus! Jungs! Das Junge ist Alfa-Spanchen weg! Ich weiß nicht! Ich weiß nicht! Ich glaube, er hat Wasser platziert, glaube ich! Nein Leute! Ich glaube, pro Flamme ist einer immer weg! Nein! Bei Solo-Levelin war es so! Guck mal! Entweder man läuft jetzt raus! Man geht jetzt! Aber das Torf ist nicht offen! Oder man bleibt hier! Das Torf ist zu! Nein! Wer rausgelaufen ist, ist gestorben! Nein! 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 Ja, die haben überlebt, weil der andere das Rätsel gelöst hat und die dann weglaufen konnten, aber die, die einfach nur so weggelaufen sind, sind gestorben! Jungs, ich kenne die ganze Serie von Anfang bis Ende! Der eine, der so schnell war, der hat abgehauen und hat Läden auftiziert! Aber Jungs, eine wichtige Sache! Die konnten wirklich abhauen! Das Ding ist, er hat sich nur davon inspirieren lassen! Es heißt nicht, dass er alles 1 zu 1 übernommen hat! Und Tobi ist selber so übertrieben kreativ! Ich denke, es ist was ganz anderes, Leute! Ja, ja, ja! Leute! Oh mein Gott! Ich hab die Lösung! Ich hab die Lösung! Ich hab die Lösung! Ich hab die Lösung! Leute! Warte! Warte! Ich glaube, wir sind alle Verräter! Boah! Fisch! Nein, warte doch! Das machen alle Verräter! Das ist keine Verräter! Finde den Verräter! Wir sind alle Verräter! Wir sind alle! Wir sind das ganze Unheil! Ja, aber wir müssen einfach warten, bis die Zeit abgelaufen ist! Wir dürfen jetzt nicht overpanning! Doch, doch! Kann sein! Wir sind wieder selbst unheil! Und unsterben! Hey, kann ich das Wasser wegmachen, Alter? Wenn es stimmt, sollte er anfangen zu lachen, glaube ich! Bro, riskiert das doch nicht! Amir! Was denn? Ich hab auch schon versucht, das geht nicht! Ich glaub nicht! Also ich sag's mal so! Wir dürfen diesen Kreis nicht verlassen! Richtig? Nein, nein, nein! Warte! Können wir nicht oben einfach rausfliegen? Nein, geht nicht! Nein, nein! Hallo! Okay, okay! Timmy! Warum sollte Timmy denn der Verräter sein? Das macht keinen Sinn! Oh, sorry! Weil Timmy ist Verräter! Nee, du bist Verräter! Ja, aber dein ganzer Clan ist dann ein kompletter Verrat! Amir! Nein, nein! Du bist der Verräter! Wir machen grad einfach zu viel Hackmack! Wir müssen warten! So wie immer! Eigentlich nix neu! Timmy! Hä? Warte mal! Oh! Amir hat Stace erledigt! Und der nächste! Bro, ist schlecht! Timmy! Was hat er gesagt? Ich kenn die ganze Zeit Leute irgendwie! Immer wenn vier Flammen ausgehen, wenn vier Flammen ausgehen, verschwindet jemand! Ja, ja! Was? Timmy! Ja, wenn vier Flammen ausgehen, ist einer weg! Ich glaub das ist auch komplett random! Timmy! Jaaa! Ich hör dich! Ich werde sterben! Kann ich mich bei dir entschuldigen? Kannst du mal hierhin kommen? Du willst dich bei mir entschuldigen! Du willst dich bei mir entschuldigen! Oh! Ich starb schon wieder! Schon wieder! Ey Jungs, du müsstest über das Wache waren! Ich hab keine Ahnung! Es wird mehr! Leute, wir haben recht! Immer wenn vier Flammen weggehen, dann stirbt einer! Ja, ich nehm deine Entschuldigung an, Junge! Aber nur wenn du auf Knien gehst und dich vor wie verbeugst! Wir alle Angst haben und nicht vom Tisch hier weggehen wollen! Da kommt noch jeden Timmy! Ähm... Ja, wir haben gerade was anderes hier! Ich kann scheiben! Das steht gerade! Luka! Oh mein Gott! Luka! Luka, du hast Macht-Toker verschwungen! Ey, okay, okay, alles Lukas! Luka, alles! Du ekliger! Verschwinde doch! Was willst du? Ich war doch verliegt! Jungs! Ja, wohl! Timmy! Timmy macht sie wieder unsere Anzeige! Es ist eskaliert hier langsam! Ah! Was habe ich? Jungs! Jetzt kann ich nicht reden! Jetzt kann ich nicht reden! Wer ist der Verräter? Wer ist der Verräter? Sag mal ruhig, sag mal ruhig! Wir müssen Verräter glaub ich bin! Wir müssen kein Verräter! Hast du gerade Timmy rausgekickt an mir? Ja! Warte, warte, wir dürfen das Ding nicht verladen! Oh mein Gott! Naja, Timmy war es mir wert! Zack, dass du bist! Dann ist auch der Verräter! Dann ist auch der Verräter! Dann ist auch der Verräter! Also ich könnte mich gerne ausschmeißen! Wir sind so viele, die Jungs! Denk doch mal nach! Es sind schon viele gestorben! Die Testik war von der Liebe verblendet! Aber was passiert denn? Was sehen wir nicht, Leute? Was sehen wir nicht? Leute, denken nach! Irgendeine Lösung muss es geben! Ich weiß es! Das ist alles, warum wir nicht zusammenhalten konnten! Timmy war größenwahnsinnig! C-Tessic hat sich eher um die Liebe gekümmert! Statt den Zusammenhalt der YouTuber-Insel! Alle, wie wir verschwinden, hat schlecht geplant! Stakes kam unvorbereitet hierhin! Beule starb schon wieder! Der ist nur gestorben! Wer war noch da? Das ist das Problem! Ey! Moni wurde in Luft durchsteckt! Falt Tritreda! 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 Moni ist wieder da! Moni ist wieder da! Moni ist wieder da! Moni ist wieder da! Vielleicht... Was sagt das so bedeuten, dass Moni wieder da ist? Stimme Dinge begangen! Jungs, wir müssen an unserem Verrat schon geben! Es tut mir so leid, dass es provokant war, dass ich allgemein so ein bisschen Stress geschoben habe am Anfang auf der YouTuber-Insel. Es tut mir leid, wenn ich irgendjemanden verletzt habe! Es tut mir leid, für alle Fehler, die ich begann habe! Nein, nein, Jungs! Ihr müsst euch spezifische Fehler finden! Ich komme mal, Jungs! Bei mir zum Beispiel die Formation zurückgehalten habe immer! Es tut mir leid, dass ich meinen Kopf nicht platzieren wollte! Mir tut es leid, dass ich die Rache über die Zusammenhalt gestellt habe! Mir tut es leid, dass ich Tobi die ganze Zeit hintergangen habe, mit dem ich in seinem Punkt eingebrochen bin und Sachen von ihm geklaut habe! Ey! Geh raus! Kian! Was? Geh raus da! Kian, raus! Warum ist da Lava? Ich weiß nicht! Die Tashi ist wohl doch nicht so stark, Eta! Die Tashi ist doch nicht so stark! Was macht ihr? Hä? Hä? Tobi! 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 Was wird das? Die Lösung ist doch ultra einfach! Hä? Hä? Welche Lösung? Wer ist der Verräter? Ja, ist eine echte Stimme! Du bist der Verräter! Oh mein Gott! Hä? Die Maske! Wobei! 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 Der Böse! Äh! Ist das jetzt ein blöder Scherz? Ist das jetzt ein blöder Scherz? Was? Was ist gerade passiert? Hä? 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 Jungs? Hä? Was passiert? Was passiert hier? Server geschlossen? Ich check gerade gar nichts mehr! Letzte Nachricht unten links! Tobi ist tot! Tobi ist gestorben! Ich ruf Kyan an! Ich check gar nichts mehr! Ich check gerade gar nichts mehr! WTF? Hä? Ich checke gar nichts mehr gerade. Was soll das? Kian. Bro, wo bist du? Lass uns mal alle Discord treffen. Ja, Server ist geschlossen. Tobi ist gestorben und dann Server zu, oder was? Was soll das? Die Figur ist der Verräter. Tobi war der Verräter. Der Boss ist der Verräter. Kian, lass mal Discord bitte. An alle anderen YouTuber, falls ihr meinen Stream gerade anguckt. Lass uns mal irgendwie treffen. Egal wer auch Höllenkrieger. Lass mal alle irgendwie Discord. Hä? Jungs, holt mal alle her. Das Server geht nicht bei mir, Bro. Tobi wurde gekillt und dann ist er ever gecrasht. Hallo? Was soll das? Warum geht das Server nicht mehr? Hä? Tobi vielleicht ein neues Video. Ich gucke mal kurz. Bro, Tobi ist einmal so. Aber Tobi ist gestorben. Ey, Jungs, was sollte das? Was ist gerade passiert? Tobi wurde gekillt, Alter. Unten links stand einfach, Tobi ist gekillt worden. Habt ihr diese Laserstrahlen gesehen? Ja, sein Auge. Der Server ist aus. Von einem Laserstrahl geholt. Digga, ich verstehe das nicht. Das ist doch nicht real. Es war das, was du in der Insel? Die Verbindung zum Server kann nicht hergestellt werden. Jungs, wir haben keinen Admin mehr. Wer soll sich um einen Server kümmern? Es geht nicht mehr. Bro, was ist schwein? Wir haben nicht mehr der Admin-Rechtsat, wenn Tobi sogar stirbt. Das war's. Das war's. Bro, irgend so böse Wicht hat den YouTuber entgenommen. Kann dir niemand mehr hochfahren? Das war's mit der Insel. Das war's mit der Insel, Jungs, das war's halt auch voll. Das Unheil, Null-Mass, hat die Insel besiegt. Ja, alles nur wegen diesen Toilettenkriegern und so. Was für Toilettenkrieger, was sagst du da? Die haben die sogar aufgelöst. Das hat gar keinen Sinn, Bro. Die haben sich doch schon komplett aufgelöst. Arme hat mich attackiert, Arme hat mich attackiert. Und seitdem ich nicht mehr da war, alles nur berg runter. Alles lief eh schief, Jungs. Wirklich null Zusammenarbeit, gar nichts. Also ich hab auch gesagt, ich hab gesagt, ich hab gesagt, ich hab gesagt, ich weiß ja nicht, was ihr. woundedkriegern bekommen habt, ne? Ja, Tobi hat seine normale Stimme geredet. Jungs, was ist, wenn das... Bei mir wurde grad geschrieben, was ist, wenn das Monster der Verräter war? Ja, Tobi hat ja nur gelächelt. Hab ich das nicht gesagt, dass das der Verräter war? Aber das haben wir ja schon gesagt, das hatten wir gesagt. Vielleicht hätten wir den Verräter aufgelassen. Oh, vor mir geht's, vor mir geht's. Ich bin drauf. Let's go. das ist das kinder erst mal 10 minuten auch in schwierigen zeiten so einen falschen film so was sagst du da haben ehrlich du bist so ein fall hier ist weg mit seiner person heiratet nein lukas was ist das man ich will zocken insel ist einfach weg sie ist kaputt der boss ist der verräter etwas das nicht haben wir jetzt leute ist der verräter was das schreibt einer jahre ist der verräter einfach kann er wusste was war denn jetzt die lösung ich checke das gerade nicht wir sollten die verräter finden dass das war so ehrlich das war krank wollte ich glaube ehrlich ich glaube ehrlich vielleicht hätten wir irgendwie die statue oder sowas werden statt und nicht einmal erwähnt ob die lieben der verräter ist nein aber warum sollte die statue der verräter sein das macht gar keinen sinn aus jetzt sogar tobi hops genommen ja stimmt stimmt ich habe euch allen gesagt lasst nicht reingehen wie oft habe ich das gesagt aber dann wurde gewartet dann wurde er geholt weil er übermütig war wie oft habe ich das nicht gesagt habe ich nicht gesagt lasst da nicht reingehen wir sind noch nicht bereit ich glaube sogar teilweise dass wir uns da drin attackiert haben dass zum beispiel leute andere leute rausgekickt haben das sind alles diese gründe gewesen einfach alle egoistisch gewesen was wir lösen müssen ich habe doch keine ahnung alter also es muss doch irgendeinen weg geben es kann doch nicht sein dass auf einmal server weg ist und wir jetzt alle hier sind und irgendwie jetzt nach hause gehen oder so aber was hat das zu bedeuten jungen tun wir können ja scharade spielen tobi hat doch bestimmt jetzt keine keine rechte mehr auf dem server das war's ja warte mal wieso sagst du dass er keine rechte mehr hat das wahrscheinlich wurde ein monster die weg zu sagen jemand anderes hat sich jetzt drauf gehackt oder tobi hat die ganze für jemand anderen gearbeitet das heißt jemand anderes stand die ganze zeit über tobi wie kompliziert ist diese ganze scheiße ich hatte ich hab die lösung muss ich hab mir wirklich lösung dass wir intelligent wenn die zu schlau wird wird ihr alles übernehmen und genau das passiert was wir haben wir sind programmierer und wer wollte etwas programmieren was es so viele youtuber in sondern nicht gab und diese kreis so bösartig dass sie selbst Tobi erledigt hat und deswegen, Leute, KI ist gefährlich, Alter. Ey, das ist das Schlauste, was du jemals gesagt hast. Nein, Bro, es ist wirklich so. Ich mein, es ist wirklich ernst, es ist wirklich das Schlauste, was du jemals gesagt hast. Bro, es kann wirklich sein, sag ich dir ehrlich. Aber komm, Leute. Also sagst du auf jeden Fall durch diese KI und jemand anderes, der über Tobi steht, oder was? Genau, diese KI ist gerade auf der Insel und macht alles kaputt wahrscheinlich. Und wir können nicht rauf. Der löscht gerade wahrscheinlich alle Backups, alle Weltdateien, alle Spielerdateien. Der löscht wahrscheinlich alles gerade. Bro, weißt du, warum ich sage, dass das schlau war? Weil überlegt mal, dieser rote Faden von Unheil 7 bis jetzt, es hat alles perfekt diesen Sinn ergeben, wo ich mir denke, das kann kein Mensch gemacht haben. Eine Sache hat keinen Sinn gemacht. Das eine Sache hat keinen Sinn gemacht, dass wir da reingegangen sind, obwohl wir nicht zusammengearbeitet haben. Ja, das stimmt. Wir hätten es sein lassen sollen. Lukas ist herangegangen, Lukas. Leute, alle sagen, wir rufen Tobi an, wo soll ich Tobi's Telefonnummer herbekommen? Also ich habe Tobi schon angerufen. Ich habe Tobi angerufen. Er ist herangegangen. Er hat einfach nur dreist gesagt. Er hat nichts getan und aufgelegt. Ja, weil er Angst hat, Bro, weil er weiß, er hat richtig... Er soll hier auf Discord kommen. Bitte, bitte. Ich schreibe Tobi auf Discord. Er muss uns aufklären. Ich check auch gar nichts mehr, Leute. Ich check gar nichts mehr. Es gibt das nicht, es wird noch in die Flitterwochen gehen. Ey, was ist das, wenn jetzt irgendwie das einfach, keine Ahnung, so wie bei Fortnite, so auf einmal alles anders wird. Schwarzes Loch. Nein, das geht nicht zu Ende. Ich hatte eigentlich drauf vertraut. Tobi hat genau das gemacht, was er gesagt hat. Er hat immer gesagt, das war der Anfang vom Ende für immer. Aber welcher Anfang, wenn wir keinen Server mehr haben? Wir haben nichts mehr mehr spielen können. Nee, das eben war der Anfang. Wer die Insel weg macht, Bro, hä? Warte, soll das ein Reset sein? Aber vielleicht ist wiederum das Ende wieder der Anfang für irgendwas anderes. Also, das ist der YouTuber Insel 3 oder was? Hä? Nein, niemals. Das macht keinen Sinn. Warum ist denn so ein Reset sein, die gelacht hat? Die hat ja auch mal gelacht, Bro. Irgendwie haben wir das hier getriggert. Und das Ding ist, die Figo ist ja nicht mal aufgestanden. Ja, das ist 100%. Wir waren nicht würdig. 100%. Wir waren es einfach nicht würdig, gegen ihn zu kämpfen. Guck mal, in der Serie ist das genauso, dass alle gegen diesen Boss wirklich sterben. Also, es ist wirklich so, dass keiner eine Chance hat. Danke für den Spoiler. Ja, ich hoffe, ich habe ihn eingeladen. Warte, warte, er kommt gleich, glaube ich. Ja, ja, wirklich. Das Ding ist, hier reden die ganze Zeit nur Männer. Aber Moni hat bis jetzt schon gar nichts gesagt. Und ich glaube, sie hat auch was Gutes zu sagen. Soll ich euch ehrlich? Ich glaube, sie hat... Tobi! Tobi ist da. Tobi ist da. Hey, ich habe. Bitte rede aber mit deiner normalen Stimme. Wer redet? Ich bin wirklich enttäuscht von euch. Wer ist denn? Hallo, wer bist du? Das ist Tobi. Er ist weg! Er ist wirklich so enttäuscht von uns. Und der Stimme, Junge. Warum ist der enttäuscht von uns? Hä? Was haben wir denn gesagt? Er hat noch gar nichts gemacht? Doch, ich glaube, ich weiß genau, was er meint. Überlegt mal, von Anfang an wollte er doch das hier. Genau, das war doch sein Ziel. Und wir haben es trotzdem am letzten Tag nicht geschafft. Was wollte der Zusammenhalt? Ja, von Anfang an. Natürlich ist er enttäuscht. Bro, aber er kann doch nicht erwarten, Bro, dass wir jetzt alle Friede, Freue, Alkohol machen. Bro, das ist das Ding. Timmy, du verstehst nicht. Das mit dem Erwarten ist noch... Also, er hat gesagt, wir müssen zusammenarbeiten. Er wurde doch gerade selber hops genommen. Er kann doch selber nicht dagegen machen. Ich glaube, er wollte gar nicht, dass wir da reingehen. Ich glaube, Tobi hat einfach für jemand anderes gearbeitet. Bro, ich glaube, ehrlich, Kobi ist Verschwörungs drin. Ich glaube, Tobi ist Verschwörungstheorie. Nein, nein, warte mal. Er hat Geld bekommen dafür. Checkt ihr, checkt ihr nicht, dass gerade, dass wir alle zusammen verzweifelt sind, dass die YouTuber-Insel vielleicht vorbei ist. Das ist doch auch ein Atem unserer Zusammenhalte. Hallo, Q1 hat's dran, Höllenkrieger ist niemals verzweifelt. Ja, nicht so, ja. Gib mir, hör auf, wenn du deinen Kliff zusammen bist, du bist immer an deinem Kliff. Digga, wenn es keine YouTuber-Insel gibt, gibt es auch keine Höllenkrieger, du Clown. Was checkst du eigentlich nicht? Da macht Höllenkrieger ein Relife auf, pass auf. Junge, von Warnaküsen sind fünf Höllenkrieger-Banner. Junge, du gehst zu Lidl, Digga, und dann sagst du auch den ganzen Leuten, ich bin Höllenkrieger oder was, Digga? Was los ist mit dir? Leute, mein Name ist Timmy, ich bin Höllenkrieger für den Boden. Ich checke gerade gar nichts mehr. Du warst immer noch voll in seinem Film, Alter. Höllenkrieger. Höllenkrieger, Höllenkrieger, Alter. Wir sagen, let's go, Gomme, Halene. Bist du ein Bizeps-Freund in Relife? Ich bin gerade Kian und mein Bizeps grüßt hat seinen Kopf. Ich glaube eher, dass du das guter bist. Komm, komm her. Holt, sie sagt, ich habe es gecheckt, damit ihr auf der Insel bleibt, hättet ihr alle retten müssen, damit solltet ihr zusammenhalten. Hä? Hä? Ich habe es falsch vorgelesen, alles gut. Was hat das zu bedeuten, dass wir da Einzeltrops genommen haben? Ich glaube, wir waren schon auf dem richtigen Weg mit dem, dass wir zugeben müssen, was wir falsch gemacht haben. Weil am Ende haben ein paar Leute überlebt. Sorry, Leute, ich habe komplett falsch vorgelesen. Danke dir. Als Tobi weggeschossen wurde, ist der Server ausgegangen. Richtig. Weil er keinen Zugriff mehr drauf hatte. Weil er war ja die Macht. Und was weiß man, wenn dieser Laser so eine KI-Hackung war und Tobi einfach übernommen hat? Richtig. Das könnte sein, theoretisch. Wenn ich mal, dass es mal einer verstanden hat, dir. Also wollt ihr mir jetzt wirklich sagen, dass diese KI, wenn es wirklich eine KI gibt, wisst ihr, was ich mich aber frage? Nee. Wenn Tobi hier reinkommt und sagt, ich bin enttäuscht so, dann würde er uns doch sagen, ey Leute, ich habe keinen Zugriff mehr auf die Insel. Ja, deswegen. Das macht irgendwie keinen Sinn. Warum soll er sich nicht trauen? Das ist schon krass. Bro, ein ganzes Projekt geht nicht mehr. Bro, ich habe auch das Gefühl, er traut sich gerade jetzt auch nicht. Weil guck mal, das Ding ist, überleg mal, Lukas hat keine Admin-Rechte mehr, Tobi hat jetzt quasi alles übernommen gehabt und jetzt haben wir gar keine Möglichkeit mehr auf den Server zu kommen. Nein, er kommt nicht, weil guck mal, er hat Lukas die Rechte genommen und jetzt hat er selber verkackt. Und jetzt weiß ich, okay, es ist jetzt richtig peinlich. Vielleicht versuchst du es gerade so für sie gerade vorbei. Ja, aber dann soll er doch uns sagen, wie weit er gerade ist. Bildschirmertragung, Code zeigen, damit die anderen auch alle draufschauen können. Die sagen, nein. Nein, aber ehrlich, wie sehr kämpft mit Server? Das war genau um 11 Uhr 11. Vielleicht hat das auch was zu bedeuten. Was bedeutet das? Genau um 11 Uhr 11 ist der Server down gegangen, sagt einer bei mir im Chat. Also sehr höchstens. Nein, ich habe es. Serverrechnung wurde nicht bezahlt. Ey, so schlecht. Oh mein Gott. Wir haben es nicht geschafft, zusammen das Serverrechnung zu zahlen. Ey, ums, wie schlecht kann man denn sein? Wir müssen mehr spenden. Ey, ich kack doch ab. Schade. Ach man, Jungs. Was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt? Ich kann nichts machen. Nur mal HD, 1,5,5. Ich muss erst noch ein bisschen. Meine Hotkeys. Ey, neues Video von Tobald schreibt einer bei mir. Ist das fake? Ja, lügt. Ich gucke noch mal. Nein, nein, ist nichts. Oh mein Gott, das war nicht schlecht von ihm. Tobi. Aber mein Entschuldigungsviel. Versuchen auf die YouTuberinsel 1 zu joinen. Genau, Digga. Aber ironischerweise, Leute, vor elf Tagen sein Titel das Ende der YouTuberinsel? Und dann um 11.11 Uhr ist der Server down gegangen. Vor elf Tagen, 11.11 Uhr. Oh mein Gott, das macht Sinn. Bro. Bro, und das meine ich, das kann einfach kein Mensch alles gewesen sein. Und wenn das Ende vom... der Anfang vom Ende sein soll oder andersrum und ständig die Zahl 1 ist, sollen wir wieder auf die YouTuberinsel 1 oder was? Oh. Vielleicht sollten wir mal mit YouTuberinsel 1 mit Tobi reden. Oder wir sollten langsam mit YouTuberinsel 3 anfangen. Ich check gar nichts mehr, wer mein Kopf braucht. Ich hoffe... Also ich sag mal so, in dieser ganzen Zeit, seitdem ich YouTube mache, gab es nicht so über... Also es gab noch nicht so übertrieben viele Rätsel, die ich lösen musste. Wirklich. Innerhalb von einem Monat... Also es fühlt sich so an, als ob ich Minecraft jetzt studiert habe. Als ob ich die YouTuberinsel studiert habe. Das Rätsel... Jungs, was machen wir jetzt? Also es ist einfach... Cut oder was? Nein, nein, nein. Also wir machen... Nein, nein, kein Cut. Geht weiter, Leute. Das Rätsel ist im Siu ein neues Buch. Wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht. Kauft euch jetzt da. 53,50, bro. Dein 50, da steht's eigentlich. Auf Seite 11. Auf Seite 11. Auf Seite 11. Auf Seite 11, Zeile 11. Leute, ich hab das Buch gerade hier. Ich hab das Buch gerade da. Spoiler, du darfst nicht spoilern, bro. Na, lass mal auch so ein Buch bitte vorlesen. Nee, das erste Kapitel, bro. Oh mein Gott, ich glaube, ich steht wirklich ein Rätsel. Ja, siehst du? Dann lohnt es ja doch, das Buch zu holen, Alter. Sei ich dir ehrlich. Vielleicht kann jemand so zuschauen, die YouTuberin... Erienn-Männer. Das wär das. Das ist auch so eine nice Theorie, das ist, Steph. Kapitel, ein Ende im Ende. Das war's. Ich hab's gewusst. Gigi's. Gigi's. Das war die Lösung. Und wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, dann holt euch jetzt das Buch. Jetzt, Leute. Das Buch. Sag das doch mal. Ich tüß doch eure Augen, Leute. Wir müssen das Beste daraus machen. Danke auf Twitch. Leute, kennt ihr dieses... Abonnent. Leute, danke fürs abonnieren. Danke fürs abonnieren. Nee, aber jetzt Spaß beiseite, Leute. Was heißt das jetzt? Was wird passieren? Was machen wir jetzt? Ja, lass, lass, lass euch's machen. Ich würd sagen, wir können jetzt warten und, äh, keine Ahnung, Kaffee trinken. Aber... Ich würd sagen, wir können jetzt warten. Das war's. Das war's. Ich hab's mir wirklich. Du bist so schlau. Ich mach's da. Ja, auch mal. Was ist das? Wenn wir bei den Monstern so viel falsch gemacht haben, dass sich der Code geändert hat. Was ist, wenn die Liebe zwischen Muni und Timi so stark war, dass die YouTuber-Nutzer rutschen? gestern so ein schönes event und heute können wir nicht mal auf dem server vielleicht müssen wir uns entschuldigen bei tobi jungs was das zeigt doch dass er nicht perfekt ist das heißt jemand anderes war die ganze zeit über tobi vielleicht hat er vielleicht hat der andere jetzt aber auch sein kanal vielleicht das verbot er hat sich verstanden und wir haben es auch nicht verstanden die rechten hobi schreiben habt ihr auch in eurem hauptmenü so eine ding so ein extra button spiel jetzt auch noch um ich schwöre worte ich glaube ich weiß was ist das ich ist das hier steht hier steht wann das ja wieder online geht es bei euch nicht das war wieder online soll ich vorlesen ja also hier steht was ist das das war ehrenlos von flo er wird auch noch sein pc gehackt bei mir steht verbindung mit dem server wird hergestellt oh mein gott server drauf nein die ganze helse ist kaputt oh mein gott die ganze helse ist kaputt jungs ich bin erstmal raus ich bin einfach an wenn was ist ja okay bro ciao haut rein haut rein jungs warte mal stellt euch mal vor die youtuber du bist ein brot bitte eine woche dauern was machen wir in dieser woche jungs überlegt mal alles hat bis jetzt auf rätsel basiert vielleicht ist das wieder ein rätsel ich kann aber nicht mehr zu viel rätsel ich kann nicht mehr man rätsel rätsel mätsel bretsel ich muss euch was sagen ja bro was kann ich vielleicht müssen wir morgen probieren um 11.11 nochmal das war aber nicht wie kommt ihr aber stimmt das ding ist die leute scheinen bei mir auch 11.11 die kommt aber alle um 11 auf 11.11 weil da schon aufgegangen sind weiß es nicht 40 stunden sind dann um ja macht das aber sinn keine ahnung bro es macht alles keinen sinn mehr könnten wir alle ein gefeind tun ich werde morgen auf jeden fall nicht streamen aber morgen ich baller ein song ehrlich wo darf ich darauf reagieren dann mit herz ey leute darauf freue ich mich schon kian hat bestimmt wieder so ein richtiges brett rausgeballert always sohn brett von hornbach mit musik crazy Hij leute ich verabschied mir schon aber euch ja ja こ торpoint bei mir lebt auf na 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 ehrlich jetzt ehrlich jetzt bei mir нашей bei mir die als ey es geht ich bin drauf Wilson Without nr ich hab's geschafft ich hab ich bin auf der youtube danke wer das getan hat kurs ist schon gemacht ich will nur mal so anmerken ich habe gesagt lass es nicht öffnen ich hab's gesagt so habe ich doch am ende auch gesagt von anfang an ich habe gesagt das wird uns komplett aus sei mal ehrlich habe ich das nicht auch gesagt ja aber nicht von anfang an ich wollte ich selbst ja natürlich weil ich noch ein bisschen hoffnung hat denn das team aber nix da ich war so übertrieben motiviert auf alles was ist ja oh mein gott okay leute ich muss sagen was das ist nicht so ein idiot der macht mich so sauer dass er das korrigiert er faked das einfach in so einer situation jungs checkt ihr das das ding ist einfach ihr müsst das verstehen er hat einfach wirklich auch eine frau die frau ist im call zu den lügen von da seid ihr auch noch alle live oder was weiß ich was jetzt was was machen wir es bisher oder war ich bin ganz aufkommen und springe herum ich bin schon für die beerdigung bereiten ich habe mein anzug an der youtube-insel ich werde jetzt ganz viele kommentare vorlesen ich für eure ideen jetzt sehen sie was aber tut neu insel 22 22 heute wegen 11 11 plus 11 11 ich glaube nicht 22 plus 22 das ist jetzt nicht so weit 22 22 rosa ich ehrlich macht einfach youtube insel 3 nein ich werde das hier nicht aufgeben wollte auf gar keinen fall es will dass es genauso weitergeht wir haben gestern noch solche emotionale reden gehalten auf einmal alles so vorbei oder was hat jemand am 11 begann die youtube insel 2 stimmt das weiß ich nicht die statue hat tobi die rechte genommen und als admin den server geschlossen das ist das so ist wie ich bin sehr gut am 11 november oh mein gott der pool für der pool aber die insel 1 ist ganz anders dauern gegangen also ich bin mir sicher dass es das kann nicht das ist safe wieder ein rätsel leute 100 prozent es ist locker wieder ein rätsel es macht gar keinen sinn es ist zu 100 prozent wieder irgendein rätsel leute es ist irgendein rätsel wieder und ich finde wirklich timmy hat das schlauste von allen bis jetzt gesagt ausnahmsweise muss ja also was heißt ki ich kann mir halt schon vorstellen dass irgendwie quasi eine höhere macht jetzt am start ist und das tobi da irgendwie was versucht hat die ganze zeit um das irgendwie abzuhalten von allen das war gar nicht so doof was die mir gesagt hat es macht schon sinn hatte was haki warum schießt sie gegen muni warum sollte muni verräter sein sie hat doch nie was gemacht die arme weil sie ziemlich geheiratet hat das redest du problem aus liebe ja das ist ja noch mal was anderes du hast sie gezwungen junge nein ich habe sie gefragt sie hat da gesagt deshalb halte ich mich daraus und sagte natürlich sagt ja wenn ein paar zu mir auch kommen sage ich auch mal ja ich habe nicht immer gesagt dass lucas der schlüssel ist leute bei mir war gerade in tobi im chat und hat irgendwas gesagt dass das unheil irgendwas mit und ich weiß nicht genug was es gibt auch faker 2 2 account 2 account dass das von tobi schreibt auch alles was auf den bäumen lebt gelegt oder meine höllenkrieger familie tut nicht lügen alter doch merkt ihr das doch nein doch du bist in einem film immer auf dem jetzt die leute schreiben 2 ich connecte jetzt wieder pass auf 2 wäre lustig aber ich will erstmal dieses rätsel lösen ich will dieses rätsel erst mal lösen ihr solltet das nicht öffnen weil tobi hat doch gesagt dass ihr euch zu sehr ausrüstet aber ich habe mich ja nicht was aus dass ihr euch nein nein weil wir uns nicht wahrscheinlich ich habe das gerade nur vorgelesen das hat er falsch geschrieben ich weiß auch nicht was ich jetzt tun soll alles unsere schuld was ist mit dir doch auch alles deine schuld ich habe gesagt ich will sich auch wenn die leute die lachen nicht öffnen vor der karte ich wollte auch nicht öffnen ich war doch auf andere seite weiß ich nicht leute im endeffekt haben wir uns alle selber dafür entschieden das zu öffnen alle haben gesagt wir halten jetzt zusammen und besiegen den boss ich mich im nachhinein kann keiner sagen dass es einer dafür nicht dass er dagegen war ja wir waren alle dafür bestand alle vor dem zorn haben diesen horn da das stimmt man wurde gefühlt aber gezwungen nein 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 ich wollte meinen kopf nicht geben bruder ihr habt mich drei leute habe ich angeschrien setze den kopf ich habe immer noch streit ist echt so rein ich habe das so in meinem chat gerade ist gerade nicht mehr in minecraft sind streiten wir uns immer noch und was ist wenn ich wenn ich auf der auf dieser links plattform da irgendwas bau für 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 dieses unwiesender die höllkrieger sind doch da okay man ich will dich davon abhalten dass du ein bisschen zeit geben vielleicht das zu fixen okay aber können wir so lange dann auch selber einfach irgendwas machen also so hart wer will dich davon abhalten dass du ein single player wert aufmachen nein bitte machen was das macht ja ich würde ja gern mit euch spielen aber es geht nicht ich kann ich dann machen ich bitte machen ich habe einfach mal ich mache bildschirm übertragen für euch dann können zusammen zocken ist das ist auch gar kein fall ist ich bin weg wir sehen uns ich bin ich ich will euch das nur aufmunteren morgen morgen ist bestimmt alles wieder gut und dann dann können wir wieder hat die alten faxen machen wie immer eine frage an dich doch sagt ach chat 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 das ist irgendwie alles so komisch das ist alles so seltsam wo ist mein chat ist hier den chat gerade nicht mehr verzeihung wartet 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 zusammenhalt und vertrauen ja hatten wir nicht hatten wir gar nicht 0,0 wobei jetzt kanal haben wir uns doch schon angeguckt zu lukas ist der schlüssel nein wir haben irgendwas da verkackt leute ich denke nicht dass es irgendwie in dem moment sich auch nur noch auf die statue bezog sondern auf das was davor passiert ist und deshalb hat tobi doch auch gesagt ich bin voll enttäuscht von euch allen wir haben es nicht geschafft wir hatten sieben wochen zeit dafür sieben unheile hatten wir wir haben es einfach nicht hinbekommen ich bin mir auch sicher auch das ist jetzt nicht das ende das ist wieder das gehört zum rätsel 100 prozent alles andere macht gar keinen sinn wobei es was ich verstehe ja wo die tobi am ende er geht down der server ist aus warum sagt er zu uns wir haben es nicht verstanden ich stecke es nicht ja weil wir einfach ihn enttäuscht haben das meinte damit das geht aber warum geht er einfach warum steht dann am ende ja ich sag doch guck mal dass das team erzählt hat das hat sich irgendwie logisch angehört ich glaube einfach tobi war auch einfach irgendwie aber wir haben doch immer gedacht dass tobi der könig ist auf diesem schachbrett ich glaube bro tobi war gar nicht der könig ja und wer soll ich glaube jemand anderes jemand anderes über tobi achso ich wollte gerade sagen denkst du etwa ein spieler oder was jetzt ist die frage hat entweder das was team gesagt hat mit k.i. oder doch jemand anderes stell dir vor irgendeiner ist einfach auf der insel der hat pro der der spielt die ganze rolle ist eigentlich der wahre könig manu schreibt manu schreibt tobi war die königin oh mein gott tobi war die königin obi war die königin auf dem schachbrett auf diesem schachbrett die königin kann ja alles machen theoretisch gesehen die kann ja überall hin springen also springen nicht aber in andere richtung quasi gehen und der könig kann immer nur einen schritt machen aber der könig ist die wichtigste ist die wichtigste person und die wichtigste rolle und jetzt überlegt mal jemand anderes hat die ganze zeit der königin gesagt hey du musst das und das machen so dass das klingt dass das klingt logisch oh mein gott weil tobi hat ja alles ausgeführt vielleicht lukas ist der könig und der verriet und verriet uns die ganze zeit lukas lukas hat nichts anderes zu tun tobi hat ein chef oh mein gott also diese theorie gerade die aus dem chat raus kam das ist geisteskrank in kombination mit dem was timmy gesagt hat obwohl ich stimme nicht mag hat er recht gehabt oder ist richtig schlau gewesen jetzt muss ich überlegen tobi ist eine marionette aber wenn es so aber deshalb ist er auch immer da jetzt überleg mal weiter vielleicht ist dieser tobi den wir für tobi halten nicht wirklich tobi sondern mehrere leute spielen die sind tobi nah oder das hat zu crazy ist hier wo warum ist tobi immer da warum egal wann du dich eingeloggt hast es war immer jemand da es war immer dieser typ da mal hat er geredet mal hat er nicht geredet und jetzt die letzte zeit hat er mit seiner echten stimme geredet jetzt überleg mal dieser typ wurde von mehreren leuten gespielt die ganze zeit dass dieser typ auch wirklich quasi wie so eine organisation oder so die die ganze zeit diese insel unter unter aufsicht hatte ok also über tobi einfach nur eine figur und die leute alle zusammen haben zusammen schach gespielt mit dieser figur wir waren die bauern wir waren die bauern auf diesem spielbrett tobi war vielleicht diese königin und jetzt müssen wir herausfinden wer dieser könig war digga das ist das ist wirklich ich sehe schon mein nächstes buch leute ich sehe schon mein nächstes buch und das zweite buch wird geiler als das erste buch aber das zweite buch ist dann nicht mehr für sechsjährige sondern das zweite buchen ist ja dann so komplex das checkt man ja gar nicht wenn man sechs jahre alt ist ihr habt es nicht verstanden was haben wir nicht verstanden meint ihr meint ihr jetzt ich glaube aber noch den zusammenhang haben wir nicht verstanden dann ist der könig stell dir mal vorstand steckt hinter allem ich glaube nicht ich gehe jetzt mit dem reden nimm uns mit was geht stanni ja ich habe nur eine kurze frage an stanni ja stanni bist du der könig auf dem spielbrett einfach nur ja oder nein sagen ja 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 oh mein gott ok danke das reicht mir schon verstanden mhm statement chat statement tobi hat geschrieben ihr habt es nicht verstanden bro das sind irgendwelche fake tobys aber stimmt 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 mein bilder warum sollte das tausendmal immer wieder sagen ihr habt es nicht verstanden zu ihr habt es nicht verstanden oder vielleicht ist er das doch nein das ist geisteskrank einfach das ist einfach geisteskrank diese theorie jungs wir haben jetzt eine theorie entwickelt mit hilfe von dem chat mit hilfe von timis aussage flo du bist ja auch gerade da ne guck mal also überleg mal alles was bis jetzt passiert ist von anfang an bis jetzt war ja wirklich perfekt es war ja so perfekt kalkuliert dass es theoretisch für einen normalen menschen gar keinen sinn ergeben würde richtig das alles so zu programmieren wie das quasi entstanden ist so und jetzt überlegt mal wir waren oft stell dir einfach so ein schachbrett vor okay und wir sind diese bauern gewesen und das ding ist wir dachten alle dass tobi der könig ist bro aber nein tobi war die königin und jetzt stell dir mal vor tobi hat die ganze zeit anweisungen von diesem könig bekommen und dieser könig ist jemand anderes dieser könig ist vielleicht wirklich jemand anderes der tobi die ganze zeit anweisung gegeben hat und timi hat sogar gesagt dass vielleicht dieser könig eine ki ist eine intelligente dingens er aber aber ich dachte mir auch schon dass das dass er uns davor bewahren wollte mal kurz weiter nachdenken das ist geisteskrankte theorie leute wirklich den geisteskrankte theorie ich habe online kommen du komm auch ich habe die fake tobi schreiben aber auch richtig geile sachen neues video von dingens von tobi stellt euch mal vor echt diese künstliche intelligenz steht über allem über tobi oder es ist wirklich einfach ein mensch leute der über tobi steht wenn das wirklich so sein sollte aber das mit dem könig und der königin fand ich echt interessant das habt ihr echt krass aufgeschrieben heute das war echt krass sowas würde ich eingeben ich habe jetzt was denkst du was denkst du wenn es weitergeht ich glaube das ist auch ein rätsel also es ist auch wieder ein rätsel es ist zu 100% wieder ein rätsel also du denkst es ein rätsel wenn es weitergeht wir müssen wahrscheinlich wieder irgendwas machen es macht ja keinen sinn dass es wieder einfach aus dem nichts plötzlich keinen zugriff mehr auf den server gibt ja so ich kann mir vorstellen so stellen wir vor es bleibt die ganze woche lang so was sollen wir machen nein safe nicht safe nicht macht gar keinen sinn tobi hat zu kieren gesagt ihr habt zu sehr euch für einen krieg vorbereitet ach leute 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 ich bin noch in einer runde das team verboten leider alles gut ich weiß guck mal wie die blöde du gleich nach guck mal jetzt guck mal jetzt kennst du dich so kack aus ne fake leute es gibt so viele fake hobbys da müsst ihr echt aufpassen ja ja es ist ja wirklich mehr fake hobbys da jetzt keine ahnung fake süß digger und glaube die geht es richtig geil vielleicht müsst ihr zu elf den server joinen also mit elf leuten meinst du oder wie gleichzeitig safe auch nicht nein wo habt ihr jetzt genau die elf her also klar wir haben über die elf geredet aber ich denke jetzt nicht dass die elf wirklich so ausschlaggebend für alles sein wird hör mir mal zu meinem bester wir haben 11 uhr 11 ja klar das könnte auch zufall sein das hatten wir ja ich weiß es ja zufall aber die leute denken dass irgendwas besonderes ist verstehst du dich meine meine bester ja mein bester ja mein bester verstehst du mal ich komme erst nicht weiter ich auch nicht ich weiß ich weiß ja wo wir werden das irgendwie lösen müssen wir aber bis dahin bis dahin zu wir sehen uns auf der anderen seite wir sehen uns auf der anderen seite macht gut leute ihr habt gehört ich bin jetzt gewaltete stufe ist es ist also machen wir erstmal das lied an Von Flo Jungs Jungs Nein Ich versuche weitere Informationen herauszufinden Es gibt im Bild von Video Eine rote 0 Tobi Und einmal eine mit einer Lieder Eine 0 Jungs Ist die Lieder Eine 0 Lieder eine 0 Jungs Die Insel geht weiter Weil auf Tobis Banner etwas steht Das heißt es kommt noch etwas 100% Ali Also ich gehe auch nicht davon aus Dass es jetzt heute das Ende ist 100% geht es weiter Meinst du? Locker Es muss doch weiter gehen Ach man Ich habe wieder Vermasselt Ich komme nicht weiter Stace Bist immer noch beim ersten Oder ja Es muss ja irgendwie weiter gehen Aber jetzt stellt euch mal vor Was Stace gesagt hat Wenn die Server wirklich dann Oder wenn der Server Gar nicht für uns mehr zugänglich ist Eine Woche lang Oder für immer Das würde auch keinen Sinn machen Hey dieser Modus Ist so nervig Nerve Gell Naja Dieser Top run gerade Sue Wie gesagt Was bringt es jetzt Den Kopf darüber zu grübeln Wir können jetzt nichts anderes machen Außer warten Abwarten und einen Tee trinken Mein Süßer Mein Lieber Mein Lieber Mein Lieber Ich glaube er ignoriert mich auch gerade Ich bin halt abgelenkt Warte Ich komme nicht weiter Es ist vorbei Wo kommst du nicht weiter? Ich bin irgendwie in Wasser Aber wie hin? Wohin? Beim ersten Modul komme ich nicht weiter Jeder Modul ist so verwendet Leute wartet Ich suche kurz was raus Der echte Tobi hat Mod bei mir Stimmt ja Wohlfall vergessen Wartet, wartet, wartet Wir haben es gleich Ey das ist doch nichts Bro ich komme selber gerade nicht klar Bitte erste Modul nur fertig Ich verpasste gerade wieder ganz viele Donis Ey Vielen vielen Dank für die ganzen Donis Die gerade reingekommen sind Tut mir leid Ich habe die gerade wieder übersehen Und überhört Also überhört nicht Aber ich habe die nicht vorgelesen Was für alles gut Gar nicht gut Solange du wild bist Danke Danke Ich hoffe die anderen konnten Den Text wenigstens lesen Ich muss kurz was für euch raussuchen Ich hoffe ich finde ein cooles Bild Warum finde ich kein cooles Bild dazu Nein Nein Sorry Sue Ich wollte dich nicht erschrecken Warum Weil du bist ein Süßli Müsli Warum Weil ich dich mag Ey aber Sue heute ne Du warst heute richtig Du warst heute richtig am nerven Du nervst die ganze Zeit Du nervst sogar jetzt Okay Und Was willst du jetzt tun Willst du dich jetzt streiten noch Like Like Ja So ne Nervensäge Vega ich weiß Du bist ne Nervensäge Ey pfjuh man Was sagst du da gegen Pischta Ist halt echt schon ne Guck mal ich dachte wir werden Schöne Lü Lü Brüder aber Falsch geglaubt Ist er nicht Ist er nicht Pischta Lass ihn Bro ehrlich Ist er nicht Lass ihn Lass ihn Bro lass ich lasse ich lasse los Ach Leute 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 Aber er ist bei mir und Sue Und Sue macht sowas Was hab ich denn jetzt schon wieder getan Er hat sich verdient Er hat sich verändert Er hat sich verändert Was hab ich denn jetzt schon wieder getan Sue Was Aufpassen Sue hat sich verändert meine Damen und Herren Du hast sich verändert Du hast nennt man Was hast du Verändert Ich mach jetzt Photoshop auf Fotografierst du mich schöner Guckt jetzt zu Leute Jetzt kommt Sue's Theorie nochmal Für alle Die jetzt Eingeschaltet haben Aber Okay Was 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 Deine Hose ist das Kurz Seid ihr bereit Leute Ich erklär euch das nochmal kurz Nö Also Wir hören eh nichts Ich bin richtig stolz auf diese Theorie Ja Guckt mal kurz rein Fischdowns Soll ich gleich mal reingucken Ja Safe Guckt in meinen Stream rein Dürfen wir das Achso Ja dürft ihr Also Ihr müsst euch das so vorstellen Die ganze Zeit Von Anfang an bis jetzt Waren wir alle Bauern Auf diesem ganzen Schachbrett Mal war der eine Vielleicht ein Turm Springer Oder Läufer ne Aber Hauptsächlich waren wir alle Bauern Jeder hatte so ab und zu mal Ne Rolle Zum Beispiel bei Unheil 4 Ging es darum Dass Ryan uns verraten hat Zack Da war er vielleicht der Springer Aber Hauptsächlich geht es auch um diese beiden Hier Diese beiden Die Königin War von Anfang an Tobi Tobi konnte alles machen Er konnte in jede Richtung Leute Er konnte alles bestimmen Auf der Insel Er hat alles gemacht Was er machen wollte Aber Natürlich Gab es dann in dem Fall Auch den König Und dieser König War jemand anderes Der dann wirklich Tobi quasi zu bestimmten Sachen Gezwungen hat Und wir müssen jetzt herausfinden Wer diese Person ist Check das Check das Check das Du schlau ne Oh mein Gott Leute Das heißt Bam 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 Alle weg Alle Unheile sind weg Zack Und jetzt kommt das Finale Das Finale Leute Wer sind diese beiden wirklich Wer sind diese beiden wirklich Ich bin ich stark Wir müssen Komm schach eins gegen eins Mitascha hast du zugehört? Nein Sag nochmal Sag nicht nochmal Sag mal ehrlich Es wird Zeit zu gehen Bro Ich weiß was in der Lava Mit Schachbrett da Ich bin kein Bauer Habt ihr irgendwas rausgefunden? Irgendwas? Ja Okay ich erklär euch das nochmal von neu Nein 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 bitte 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 Nein Leute Ihr redet zu viel Ey ich bin voll stolz Auf diese Theorie Aber bei mir hat jemand reingeschrieben Dass 11 Seid mal ehrlich Chad Findet ihr die Theorie gut? Hat das was? Nein Absolut nicht Nein Natürlich Ich glaube nicht dass Tobi Irgendwas mit Schach gedacht hat oder? Nein aber das ist doch nur eine Metapher Jungs Idioten Ey aber er mag Schach ne? Er mag wohl Schach Ich hab mal mit dem über Schach gesprochen Die haben die Metapher einfach nicht gecheckt Schade Leute die sind so doof Das sind Christelkiger Sue Wusstest du dass Flo einfach alles vorher wusste? Ey Pischle Wie bist du? Wie? Ich weiß Ich hab eben gerade auf Flos letztes Auf dieses eine Video reagiert Ich auch Ich komm nicht drauf Und Flo hat einfach alles vorhergesagt Er hat oder Tobi hat sogar am Ende gesagt Warte ich Ja Ryan die wusste aber auch alles Tobi hat denen das einfach erzählt Und das Ding ist Die hätten uns das einfach alles erzählen müssen Dann finde ich das sehr schade von beiden Und das meinte Tobi wahrscheinlich auch Null Teamwork gezeigt Ich hab eine Sache eben den Leuten erklärt Und zwar Was ich an Tobi kritisiere Ein Vergleich den ich sehr gut finde Und zwar Tobi hat die ganze Zeit Tobi wusste wahrscheinlich die ganze Zeit Was auf uns zukommt Aber das nicht kommuniziert Und mein Vergleich war Tobi ist der Mathelehrer Und der Mathelehrer Sagt den ganzen Zeit den Schülern Sie müssen verstehen Sie müssen es verstehen Sie müssen den Satz des Pythagoras Egal was verstehen Und erwartet am Ende Dass sie die Klausur lösen Aber ohne dass er ihnen klar und deutlich erklärt Wie Mathe funktioniert Oder wie das funktioniert Können die Leute diese Klausur nicht bestehen Es ist unmöglich Und Tobi hat die ganze Zeit Nicht klar mit uns geredet Er hat die ganze Zeit nur gesagt Ja ihr müsst verstehen Ihr müsst verstehen Hätte einfach nur mit uns geredet Hätte erklärt Er erklärt genauso wie der Mathelehrer Die Matheaufgaben erklärt Damit wir nicht so bestehen Stopp 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 Er hat es nicht gemacht Das heißt In deiner Story ist Tobi der Mathelehrer Und in meiner Story ist er der König Ja Okay Und es läuft beides auf das gleiche hinaus Nein Läuft es nicht Was labert ihr beide da eigentlich Mathelehrer Schach Hör beiden einfach nicht zu Hör beiden einfach nicht zu Ich war meine Tobi cooler Chat Seid mal ehrlich So Weißt du was der König beim Schach machen kann Weißt du was der machen kann Ja der kann immer nur Einen Schritt nach vorne Ja So jetzt überleg mal Stopp 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 Das heißt aber trotzdem Ich überleg mal Wenn es diese künstliche Intelligenz Geben sollte So Der kann ja nicht wie ein Mensch Wirklich agieren Er kann ja nicht wie ein Mensch agieren Deshalb braucht er die Königin In dem Fall war dann Die Königin Tobi Weil Tobi quasi dann Direkt ein Draht zu uns hatte Checkst du das Und wer war König? Ja ich den König Den gibt es noch gar nicht Den müssen wir rausfinden Es ist irgendjemand am Start Der über Tobi steht Das meine ich Crazy crazy Checkst du das jetzt? Jetzt verstehe ich Aber die Königin ist stärker als der König Der König muss nur beschützt werden Stopp 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 Ja das verstehe ich auch Die Königin ist theoretisch stärker Aber der König ist doch quasi Hauptbestandteil von dem ganzen Ding Von dem ganzen Projekt dann in dem Fall Nein Der Königin ist die wichtigste Figur Auf dem Feld Und die Bauern sind sehr stark Bauern sind eigentlich die Spielentscheidenden Figuren Ja und wie waren die Bauern? Wie sind die Bauern gewesen? Ey ja Seys dann hast du mir gar nicht zu geil Ich war Läufer Ich war Läufer Ich erklär euch das nochmal Leute Nein ich muss das erklären Das ist zu geil die Theorie Ich kann sagen was ihr sollt Ja okay ich erklär das jetzt von vorne Ja okay los Ich erklär das jetzt von vorne Alles von vorne damit ihr das checkt Ja klar 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 los Also Warte 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 Wir müssen wir kämpfen Und schon gar nichts Ihr habt gar nichts Ihr wisst schon Wenn ein Bauer durchkommt Wir reden jetzt nur von dem Zeitpunkt Wo Lukas kein Admin mehr war Okay wir können jetzt nochmal Ein paar Schritte zurück gehen Wir können ein paar Schritte zurück gehen Als Lukas noch regiert hat Als Lukas noch Die Regierung Als Lukas regiert hat Ich muss dann wegen dem Wort lachen Die YouTube-Insel ist eine Regierung Also wir gehen jetzt nicht von dem Zeitpunkt aus Wo du die Insel geleitet hast als Admin Okay wir gehen jetzt von dem Zeitpunkt aus Wo du kein Admin mehr warst Da war alles gut Da gab es auch noch kein Schachbrett Aber jetzt gibt es ein Schachbrett Als du deine Admin-Rechte verloren hast Weil jemand anderes ins Spiel kam Und zwar kam dieser Kollege ins Spiel Dieser Typ Dieser Typ Dessen Namen wir nicht wissen Dieser König Hat quasi Tobi Zu seinem Assistenten gemacht Weil du nicht in der Lage warst Mit Tobi damit zusammenzuarbeiten Hat dieser Typ gesagt Ey komm Weißt du was Ich mach dich zu diesem Assistenten von mir Dadurch ist Tobi Der Admin geworden Zack Als die Königin Die Königin war in der Lage alles zu machen Alle Wege zu leiten In alle Richtungen zu gehen Alles zu machen Was er wollte Und diese ganzen Diese ganzen Ideen und Strukturen Die gemacht wurden Kam von dieser Person Kam von dieser Komischen Person Dessen Namen wir nicht wissen Oh mein Gott Checkst du das Und auf dem ganzen Spielbrett Waren wir die Bauern Ab und zu gab es natürlich Momente Wo jeder bestimmte Rollen hatte Zum Beispiel Unheil 4 Da war plötzlich Rainy der Springer Oder so Oder Itachi war plötzlich Ein Turm Verstehst du Also jeder von uns Hatte natürlich mal Besondere Rollen gehabt Dann waren wir halt hier Diese besonderen Rollen Die dahinter waren Aber alle im größten Teil Waren hier diese Bauern Versteht ihr das Das macht alles so Sinn Was ich hier sage Oh sehr schöne Theorie Nur So hast So hast So hast Star und König Falschheit umgezeigt Ja Links ist Star und Rechts ist König Ist doch egal Queen's Gambit gespielt Weißt du was Queen's Gambit ist? Ja The Queen's Dream Eben genau Aber jetzt will ich von euch Ein Statement hören Jungs Macht das Sinn Oder macht das keinen Sinn? Crazy Theorie Bro Crazy Sag mal ehrlich Hey bei mir hat jemand Bei mir hat jemand Mir ein Instagram Geschickt 11 Also 11 Doppelpunkt 11 Die Uhrzeit Ist die Zeit Für Wünsche Habt ihr gehört? Ja Zeit für Wünsche Mhmm Ich habe wirklich solche Wünsche euch Hä Leute Die Leute schreiben bei mir Tobi hat mit Kian geredet Stimmt das? Keine Ahnung Die Freien hat gesagt Ihr bereitet euch zu sehr Auf einen Kampf vor Und er hat Achso Das war Vergangenheit Okay Er hat erklärt Was ihr falsch gemacht habt Aber was haben wir Ja toll Aber wenn Kian das wusste Und uns das nicht gesagt hat Was sollen wir denn machen? Oder jeder hatte irgendwelche Information Also wirklich das geistert Jeder hat irgendwelche Information Ich habe nicht weitergesagt Aber Schiefslamm Ja Komm nicht zu mir Komm nicht zu mir Komm nicht zu mir Guck mal Aber es macht keinen Sinn Dass alles wirklich so perfekt abgelaufen ist Es muss alles von Anfang an geplant gewesen sein Mhmm Ja Ich glaube nicht Dass Tobi das wusste Dass was jetzt passiert Ich glaube nicht Dass Tobi wusste Dass er verliert Ich glaube Er hat etwas erzeugt Was stärker als er ist Ich glaube Er hat Das kann nicht sein Stimmt zu Und Flo wusste einfach alles Bro Nein Das ist traurig Wenn Reini und Flo Das einfach wussten Und uns nichts gesagt haben Das bestätigt doch einfach nur Tobis Aussage Also Sollten die sich beide schämen Ganz einfach Wenn die alles wussten Und uns nicht gesagt haben Traurig Fakt Es können nicht alle Bauern gewesen sein Da ein paar bestimmte Unterweisungen hatten Ja ja Das meine ich ja Guck mal Genau das meine ich Phoenix Du hast es verstanden Es waren natürlich nicht alle Bauern Ich wollte jetzt nicht sagen Dass bestimmte Leute hier Besondere Rollen hatten Aber es war Fakt Es gab Leute Die besondere Rollen hatten Als andere Deshalb gab es halt diese Bauern Und es gab diese Leute Die diese besonderen Rollen hatten Und die zwei Leute Die ganz oben stehen Tobi und diese komische Person Falls es wirklich die Person gibt Ist ja auch nur eine Theorie Leute Es ist ja auch nur eine Theorie Es muss ja nicht sein Dass es wahr ist Denkst du Tobi hat jemanden rangeholt? Es gab damals keinen anderen Außer mich und Tobi Niemanden Und das schwöre ich jetzt hier Deswegen wenn Etwas noch etwas existiert Dann hat Tobi es rangeholt Okay ich sag dir dann Wenn das wirklich stimmen sollte Und wir wirklich dann In den nächsten Tagen Irgendwas feststellen Dann kannst du an meine Worte nochmal denken Ja das mache ich so Einfach Mancharakter Guck mal Jemand hat geschrieben Jo Pichter Das Video Also von Tobi Eine Minute elf Sag dir doch Schon bald Ihr trifft Euren ersten richtigen Gegner Was soll das Was bedeutet das Ist der König Der unser Erster richtiger Gegner Der das alles so leitet Hast du denn den Leuten schon Tobi hat eine bestimmte Sache gesagt Eine bestimmte hat er gesagt Mit seiner richtigen Stimme Niemlich noch Ja ja Aber dein Ding hat gar keinen Sinn ergeben Ich stelle dir mal vor Die Aufgabe von Tobi war es Dass wir Tobi beschützen Vor dem König Aber wieso sagt er uns das nicht Ich verstehe alles nicht Siu Wieso redet er denn nicht mit uns Wenn er etwas von uns möchte Dann soll er klar und deutlich Mit uns reden Wieso macht er die ganze Zeit Rätsel Ich bin sogar mit ihm Verabredet zum Reden Er hat mich Er hat mich gestern Bei Siu im Stream gefragt Ob wir reden können Er wollte dieses Wochenende Überreden Untergang Aber wieso denn so spät Ich glaube er wusste nicht Dass das jetzt alles schon So zu Ende geht Er hat keinen Bock auf dich Baby Du bist im am Start Da gebe ich Geh in Rat Er hat eben 1 plus 1 3 4 gerechnet Ja Ich habe gerade neue Formel aufgestellt Das ist die Jungs Die macht euch gerade lustig darüber Ich halte daran fest Es macht einfach so krank Sinn Es macht so krank Sinn Zu wichtig Deshalb hat Tobi auch einzelne Sachen gemacht Weil der König nur einzelne Schritte machen Kann Aber dann für mich Ist für mich dann der König Wie heißt das Diese Figur Da Und was wir gesehen haben Der Stein Also willst du sagen Okay Dann halten wir mal fest Dann drehen wir mal diese Theorie Einfach ein bisschen um Dann sagen wir einfach Dass Tobi der König war Und es eine Königin gibt Wenn du das dann schon so sagt Kann das aussehen Kann auch sein Hä Wissen wir ja nicht Du stellst ja die Theorien hier auf Bro Du hast das aber gerade selber so gesagt Du hast ja quasi meine Theorie umgedreht gerade Hä Warte mal Warte mal Dass Tobi gerade der König ist Und Ding die Dame Ja Irgendjemand anderes die Dame Gehen wir mal davon aus Dass das was bis jetzt erlebt wurde Wirklich noch so So ein kleiner Teil war Von dem was eigentlich passieren wird Kann ja sein Vielleicht ist es ja wirklich so Es wird gebollert Und jemand hat auch gerade gesagt Tobi hat ja immer nur kleine Schritte gemacht Ja Und der König kann immer nur einen Schritt machen Das heißt jetzt stell dir mal vor Wenn diese Königin kommt Dann passiert alles auf einmal Finde ich das geil was macht Und es ist eskaliert Ja übelst Also mit anderen Worten Bei beiden kann man trotzdem ein Fragezeichen hinpacken Ja Ey Jungs ich hab Hunger ne Nein Junge Ich bin einfach nur Bart Das ist nicht ständig Ich seh mein nächstes Buch schon kommen Bei Gott Pischta Ich bin jetzt Gommel Digga Wenn du beendest Ich bin richtig sauer Da bin ich auch drin Digga die Story ist geisteskrank Alter krank Leute Ich hab's gemacht YouTube bei Insel 2 Aber wenn ich das Buch sehen wollte Dann müsst ihr euch ein YouTube bei Insel 1 Buch kaufen Was sollen wir denn jetzt machen Wir können jetzt nichts machen außer abwarten oder wie Wir wissen ja nicht mal was passiert Aber er hat gesagt Es ist ein Neuanfang oder nicht Ne Wieso mit die Chat Ich find den Chat gerade richtig Schön Schön also zum Lesen Die Leute haben einfach Keinen Bock Auf dich Ich sage Pischta ist Sohn vom Bauer Ja ok Wenn ihr Mitglied haben wollt Dann mach ich das Aber ich hab doch auch die ganze Zeit Auf den Chat geachtet Ich fand das jetzt nicht schlimm Also funktioniert shit Pischta Ja natürlich Ironischerweise kann ich nicht auf Bearbeiten drücken Leute Ich kann nicht auf diesen Button drücken wo ich Mitglied einstehen kann Ja das geht wirklich nicht Das geht echt nicht Pischta hat auch vorhin Ich hab vorhin gesagt Hey ich kann Tite nicht mehr ändern Und dann hat Pischta auch gesagt Bei mir geht's auch nicht mehr Irgendwie ist YouTube verbatgt gerade Es ergibt keinen Sinn Dass es endet richtig Und deshalb glaube ich Dass meine Theorie richtig ist Ich glaube wirklich an meine Theorie Wie bitte Lukas Nein nein ich weiß nicht Hast du das Ende von Flo's Video schon einmal gesehen Es ist gefühlt die gesamte Auflösung Das alles was passiert ist Ist da zusammengefasst Ja also ich hab's doch selber erlebt Was heute passiert ist Deshalb also wenn das quasi nur das ist Was wir heute erlebt haben Nein 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 Tobi sagt auch am Ende was Ja was sagt du denn Ich kann's einmal zitieren Warte Bist du tot? Ja also Oh mein Gott Tobi hat gesagt Die haben geredet Und Flo hat gesagt Ja genau das meine ich Und jetzt kommt das nöte Unheil Und die Insel ist vorbei So und Tobi hat geantwortet Also Flo hat dann gesagt Das ist das Ende dann Dann gibt es halt keine Insel mehr Und dann meinte Tobi halt vorbei Also so hat er nachgefragt vorbei Und er hat Flo hat gefragt Ist die Insel nicht vorbei Und dann hat Tobi geantwortet Das ist der Anfang Vielleicht wird die Insel Vielleicht wird das Ende der Insel Ein neuer Anfang sein Das waren Tobis Worte Ja aber das wissen wir auch schon Das wurde schon oft gesagt Das haben wir sogar voll auf dem Stream gesagt Guck mal Einer hat im Stream geschrieben Es muss ja irgendein neuer Anfang Von irgendetwas sein Also es kann nicht das Ende sein Es macht alles andere Macht keinen Sinn Es macht keinen Sinn Dass es hier aufhört Und deshalb Leute Macht meine Theorie Noch mehr Sinn dadurch Bitte Die Theorie macht wirklich gar keinen Sinn Ey ich sag ehrlich Die Theorie macht wirklich Ihr müsst euch da reinstecken Ihr müsst euch das Vorteil Was du denkst Ey Stace sag das einfach gerade Nur er hat nicht mal zugehört Sei mal ehrlich Du hast nicht zugehört Bro Darf ich auch was sagen bitte Sag mal ehrlich Stace Was hast du zugehört Ja habe ich Ja und wo macht das bitte keinen Sinn Was ich sage Oh du erzielt Schwachsinn Was laberst du da So Jungs Darf ich mal auch was sagen bitte Also ehrlich Ich wollte gerade zehnmal unterbrochen Darf ich auch noch unterbrechen Ich glaube Lukas erzähl Aber niemand will dich wehnen Ich glaube es ist alles in April Schürz In zwei Tagen ist der 1. April Aber jetzt Bro Das macht doch keinen Sinn Lukas Wer heute der 1. April Wäre das lustig Ey Ich baue das Bett einpüsch da So was ich sagen wollte Seemann hat geschrieben Was ist Wenn er 0.1 Tobi kontrollieren kann Und er wollte Dass er ihn besiegt Damit Tobi frei ist Weil ihr meintet ja Dass Tobi ganze Zeit Für jemanden arbeitet Vielleicht will er das alles nicht Tobi kann für niemanden arbeiten Aber was sagt man es zu Tobi hat jemand erschaffen oder nicht Ja Dieses Steinskript Hat er nur erschaffen Die gibt es ja nicht einfach so In Minecraft Die muss er erschaffen haben Die hat er erschaffen Weil er von jemand anderem Diesen Auftrag bekommen hat Von wem Ja Und das sage ich doch Die ganze Zeit Es muss jemand anderes geben Der über Tobi steht Ich habe auch noch Bettei du Fisch Ja Kann gut sein Ja Danke Wieso redest du nicht klar Du hörst auch nicht zu Deine Zuhörspanne ist gerade Auf minus 22% Gerade Tobis Mama ist das Sagen die Ich nutze es Ja Das war auch meine Idee Wie viel Eisen hast du Pisch da 5 Gib mal Bro Leid du bist Egoist Hier nehmen 5 Eisen Nehmen Ja was können wir machen Wir können jetzt nichts machen Außer abwarten oder wie Wir sind Gomme Bad Wars Ich bin Gomme Bad Wars Sky Wars Ey Junge ich bin so gute Crypt ne Nimm das Eisen und bau mal mit härteren Blöckenbett ein Was ist das Digga Bro Digga baut du doch mal selber ich bin kein Bauer Aufmerksamkeit Spannung ihr seid schon wieder gar nicht mehr am Start Du hast du gesagt hat Weißt du was du gesagt hast Ja sag mal Wir versuchen was du's Theorie zu wiederholen Okay genau erklär mal bitte Schachfiguren und der König ist jemand anders Und Tobi war dieser Königin Und ja Das ist so ein bisschen halt die Bauern die das Spiel entscheiden Eigentlich das Spiel entscheiden Ja So Okay Ich wäre der Läufer So Schlaue Sache Leute Sie sagt auch Es ist der Aufbau Eines Schachbretts Sagst du dann wird die Lösung in den Zügen der Figur liegen Die Uhr symbolisiert quasi dann alles Check dir das Danke für die Doni Was hat das mit den Elften zu tun? Ey Stace ich hab mit dem was? Bad Blau kaputt gemacht Habt ihr das nicht verstanden? Also das hat eine Person schon reingeschrieben Also Tobi hat vor elf Tagen sein letztes Video hochgeladen Und zwar war das Video das Ende der YouTuberinsel vor elf Tagen Und der Server ist um elf Uhr elf Genau um elf Uhr elf offline gegangen Das kann eigentlich Also das wäre krasser Zufall Und das meine ich Das kann nicht von einem Mensch gemacht worden sein Es muss ja über irgendeine künstliche Intelligenz Künstliche Intelligenz gemacht worden sein Versteht ihr das? Es muss ja wirklich jemand das so perfekt programmieren Also Tobi hat das safe alles programmiert Aber Verstehst du auf was ich hinaus will? Du bist so nervig Ich muss jetzt erstmal deine Strategie studieren Ich muss erstmal das View Strategie jetzt studieren Erstmal eine Runde Schach reingehen Ey ich bin dabei warte Warte lasse ich mir einander spielen Ey seid ihr gut? Ich bin sehr gut Wo können wir Schach spielen? Chester Ich will auch Ich will auch Ich bin wirklich ein Profi Schachspieler Chester 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 zugegeben er spielt einfach gegen ich werde ihn nicht durch spielen jetzt gar kein bock leute wir sind die noch verlassen wir haben genug über schacht geredet ich habe keine nerven auf schacht leute mehr explodiert nein das ist der sinn des lebens so meine damen und herren ich habe mich warum ich muss ja keine ahnung weil ich vielleicht seit drei stunden live bei dieser warum an alle jungs kommt komme und er kommt zu mir damit ich euch kids fahren kann was mit dem mädel ist auch kommt ich gehe jetzt an einen ort wo alles ruhig ist gute nacht leute und bis später dann ist der anfang vom unheil 0 oh mein gott das ist auch schlau versteht ihr das alle unheilung die wir bis jetzt hatten die waren ja immer nur auf einen tag bezogen die bezogen sich direkt nur auf einen tag und da war es vorbei aber jetzt überlegt mal das unheil 0 einfach für einen längeren zeitraum bestimmt ist danke für eure aufmerksamkeit ja ich weiß ich weiß das ist gut noch recht oder nicht recht aber mal weiter so das reicht ich bin bei allen theorien von dir mit dabei lukas dann hat kein schacht man schreibt und das ende von trubi man sieht nichts in einem stream oder ist man doch ich schaue ich seid ihr besten züge das ist zu krass wie viele krasse theorien ihr aufschreibt zu als du bei lukas warst hat er irgendwas von schach gesagt ja da habe ich scharf programmiert für die uni roh siehst du siehst sind das alles zufälle rohler ich komme gerade nicht drauf klar und marcel heute 50 mitglieder aus marcel danke junge Marcel, Junge! Marcel, Junge! Danke, Marcel! Marcel, Abbey, Marcel, Davbey, Marcel, Abbey, Marcel, Davbey! Krass, Leute, so viele sind jetzt Mitglieder dank Marcel geworden. Boah, hättet ihr Bock auf TTTs, Yu? Das Bomben-Spiel? Nee, TTT, das ist so Innocence, Imposter und Detektive und so. Lass doch dieses Bomben-Spiel spielen. Ja, in Minecraft. Bomb-Party? Ja, ja. Komm, komm! Lass uns das echt spielen, bitte. Ja, aber mach du Lobby, ich hab' keinen Bock. Boah, darauf hab' ich richtig Bock jetzt. Ja, dann mach' aber du Lobby, ich hab' keinen Bock. Ja, okay. Aber mach' du Lobby, ich hab' keinen Bock. Oh, ey, ey, Mann, ja, ich verliere. Das ist so, das ist ein okay Move. Du bist am Gewinn, du bist fett am Gewinn grad. Nein, nein, ich hab' verloren. Nein. Leute, chill, wir spielen jetzt ein Spiel, was ihr denkt. Das ist nicht cool, aber es ist cooler als ihr. Vertraut mir. Ja. Aber natürlich bleiben wir noch in Minecraft. Because we have to look like this. If the server goes online or not. If not, it's okay. We will play tomorrow. But today, it's a nice day. It's a not a sunny day outside. And we have to play video games. You know what I'm talking about? Also, we have to play Minecraft YouTuber and so. Komm, 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 schnell, 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 komm drauf. Danke. Jungs, kommt rein. Na, warte, warte. Komm rein, Lukas. Ich zerstör' dich jetzt auf der Deutsch-Jumann. Ja, ich hab' vergessen, dass wir nur drei Minuten haben. Ja, ja. Oh. Hm, hm, hm. Oh, wie kann ich meinen Namen dann? Egal. Regeln. Wie kann ich meinen Namen? Egal. Wie kann ich meinen Namen? Wie kann ich meinen Namen? Egal. Wie kann ich meine Namen? Ja, 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 ja. Ich bin da schon drin. Ach so, ich bin noch nicht dran. Ja, ich hab' ich schlecht. Arian, können wir über die Klammer machen? Wer ist ein weiteres? Ein weiteres? Das ist Ronaldo Sweet? Huuuuh. Huuuuh. Huuuh. Huuuuh. Huuuh. 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 regeln der das ist jetzt muss ich machen ein wort mit ts hamburg ist nicht kein englisches ach so ich weiß es muss gar nicht damit enden das ist doch so easy bist du dumm das ist easy das hätte ich auch aber ich hoffe er verkauft es geschieht ihm richtig nein hilf ihm nicht erst erst so rüber alle kommen wir draußen ist crazy also safe hilfe du sagst ja oh mein gott er kriegt die einfachsten begriffe ich habe die 10k geschafft das ist schwer leute das ist echt schwer ich wusste das auch gerade nicht aber nicht bei deinen begriffen die so einfach waren arbeit ich habe die 10k geschafft du bist ja so schlecht ja 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 und das ist schwer wieder kommen das ist schwer ja fuß cool fuß gehen fuß gehen oh mein gott dankeschön für deinen verlauf auf den spaß wie wärs mit herz mit t äh wasser jungs ja das ist schwer das sage ich dir nein das ist easy sag doch titachi nein sag ihm nicht ey ich hasse euch nein das war spaß hä ich hasse euch ich hasse euch ich schwöre ich hasse euch ey schick ey schick dankeschön warte ich hab doch einfach enter vielleicht gehts manchmal ne irgendwelche werden Pech 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 Escape ist doch Englisch, oder nicht? GZ ist schwer. Crazy. Sjö hat mehr als er sonst was. Sjö, danke schön, ne? Danke, Sjö, ne? Toll. Buch. Hilfe. Genetik. Fest. Fester. Oh, fester. Sjö, ne? Ähm. IGS. Interagierte Gesamtschule. Haha, haha. Oh, ist zuverlässig gegen einen Fünfjährigen. Ö ist auch ohne. Wenn O ist, könnt ihr auch das Ö benutzen. Guck mal, was ich für ein Wort bekomme. Skorpion. Skorpion. Ja, wollte ich einschreiben. Alpaka. Hä? Oh, er macht nur mit einem S. Hab ich mit einem S gemacht? Inder. Schielen. Brussel. Ähm, lieben. Ähm, Eshek. Äh, Eige. Abwarten. Und Checking. Abbau. Oh mein Gott. Ähm, Hand. Hand. Stahl. Ahl. Abbau. Platin. Ähm, Nagel, Neu, Nagel. Engel. Endlos. Ähm. Ah, nee. Da komm, verlier, 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 verlier. Sag doch nicht. Steigen. Äh, T. Äh, Nomen. Stufe. Stuhl. Chinese. Ach, drücke. Ja? Sehr gut. Stiefen, mein Gott. Hallo, bist du von allen Geistern, ne? Scheiße. Doppel-S. Hab ich gemacht? Doppel-S. Hab ich gemacht? Rennen. Deutsch. Leiten. Leber. Wow, das ist das. Eigelb, 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 Eigelb. Herzen, 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 Warzen. Oh, gestalten. Samtsschule. Gestalten. Ähm. Acht. Oh, Orbit. Äh, Rostik. Sprudel. Sprudel. Äh, heben, 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 heben. Ähm, er war, äh. Ja, okay. Er wachsen. Nee. Ich hab verdient zu gewinnen, Retalk. Hewe. Rewe. 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 Bam. Ey, das ist doch eine Runde, oder nicht? Das hat Bock gemacht. Mit den Leuten, die alle Leute können mitmachen, meinetwegen. Ja, ja, los, jetzt komm, starte. Oh, drei Lebewesen. Okay, ich schlief. Nein, das dauert echt zu lange. Ich. Nein, chill, das geht schnell. Guck, die, die haben alle keine Ahnung, die fliegen gleich raus. Ja, guck, der weiß nicht mal was hier, Digga. Ewig wär's gewesen, stimmt. Oh mein Gott, ihr seid so smart. Steg. Guck mal, er kommt nicht auf Steg. Er weiß nicht. Niko, du musst irgendwas machen. Oder er hat keine Ahnung, er hat verlassen. Er war überfordert. Oskar. Oskar, los. Los, f***. Sollen wir eine neue Gruppe machen? Das ist doch f***. Wollen wir die URL wegmachen oder was? Ja, ja, warum musst du die URL wegmachen? Oder ist hier startet? Oder F-11. Oh, ich hab leider keine F-11 auf meiner Tasche dazu. Hä, Itachi bist raus? Nee. Hast du das nicht gewusst? Nee. Attackieren oder nicht? Wir gehen raus. Deswegen hab ich mich stieg. Ja, lass raus, lass raus. Du mach' einen neuen Link. Ich hab' keinen Bock, so mit so den Leuten das Spiel will ich helfen. Ja, diese Schnelle macht mehr Spaß. Herr Lukas ist dran, aber ich kann, ja, wieso kann ich nichts eingeben? Ich kann nichts eingeben nirgendwo. Wahrscheinlich schon im Neumal-Chat. Ja, okay, bist du? Ja. Ja, ich kann nicht, bin ich das überhaupt? In dir können wir kein Fortnite spielen. Hä, ich kann nichts eingeben bei mir nirgendwo. Bin ich das? Ich bin das gar nicht, oder? Ich bin gar nicht drin. Du bist selbst nicht drin. Ich hab' einen neuen Link. Ah, okay. Du hast einen neuen Link? Okay, schick den und ich mach' volles Spiel. Ich kann den Link nicht verstecken, ne? Hä, dann mach' einfach irgendwie n schwarzen Balken oder so rüber. Schick mal ihn mal. Okay, ich hab' F-11. Was ist alles? Ich schließe kurz meine alte Tastatur an, wartet. Wartet, ich mach' kurz hier, zack. Wartet. Einige Millionen. Alles gut, dann zeigst du halt. Ja, hinten. Ich kann nichts eintern. Pech gehabt. Wir gehen rein. Da ist zack. Süd. Sieh, che, che, che. Doch, es müsste eigentlich klappen. Ich höhere auch alles. Achso, bei dir. Kraft. Hashtag Orbit. Eltern. Hast du in dem 80%. Du sie eingehen. Kraft. ein ventil ich weiß was ich auch was war ein vertrauen ja einfach was willst du was bist du ich schreibe gar nicht lange schlagen ein junger bist du doof schlecht länder man schlecht jungen handball bist du verrückt wettbüro wettbüro aufstieg 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 das crazy das hast du nicht geschafft indisch er hat mich schon er jungs was ist das ich hasse euch alle jungs ich gehe jetzt wie es mord nk alle mal leiten noch mal leiten lieben lieben und leiten ganz schnell schnell da haben wir das nicht mehr hatten wir nicht mein buch kaufen land mit mit es gutbach hat die ab grenzen zuschlag jungs das ist alles heftig heftig deftig wirst dich gut jungs leber liebe leben 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 älter blut älter nein da geht nichts mit e geschrieben älter haften älter älter steig bei kiannis im chat hat tobert geschrieben was ist passiert das war ein faker alles gut das sind alles faker ne zocker boi das war ein faker safe jungs jungs das ist schwer bro bus linie oder so bus linie gestalt marx du magst du ich soll war ein spaß sie wanz 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 ja ich liege die url aber das heißt ja nicht dass ihr reinkommen müsst äh 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 zurecht mhm okay man kunst das hat da wird leider ein herz gedroppt das war das auch schwer bro ich glaube das was für dich als stürmer wo das einfach ist die sling ist hatte ich zu verletzt ja zu verletzt mich immer wieder was machen wir jetzt wo wir auf die insel können wo sind wir hier gelandet wo sind wir hier nur geblieben lasst uns alle keine idee was sein kann versteckt was bestimmte person wussten dass das passiert und bestimmte nicht bestimmt wusste dass jemand bestimmt das bestimmt stimmt wo jemand bestimmt um etwas bestimmtes zu wissen denkst du dich aufs days ich mache an der cover werfen ist unauffällig ich glaube ich habe irgendwie das gefühl ist hier weißt du was ich glaube die lösung steht auf der letzten seite deines buchs denkst du nicht auch glaubst du darfst du dich mal die letzte seite vor jeder seite durchlesen wegen watch time wegen watch time hier befindet sich die lösung ihr müsst euch vorstellen wenn das buch jetzt abgeht wird es einfach komplette story über die youtube 2 als buch also wenn wenn das buch wirklich abgehen soll das ist ja die insel 1 dann werde ich natürlich mit dem verlag auch alles dafür sorgen dass ich auch die geschichte die gerade am start ist dass ich das auch natürlich als buch dann verfasse und ich sage euch das was auch gerade also diese story schon geisteskrank und die jetzige story ist genauso geil und das wird heftig leute deshalb wenn ihr bock habt checkt gerne den ersten link in der video beschreibung ab gerade bestseller 1 aber leute spiegel bestseller dass wir das verkrankt wenn wir das schaffen sollten da würde ich mich übertrieben freuen und ja leute und wenn die youtuber insel wirklich weitergehen sollte was sein muss habe ich ja gesagt werde ich dafür sorgen dass zwei leute die das buch haben dass sie mir dann irgendein foto oder so schicken auf instagram oder so und dann sorge ich dafür dass die zwei mit mir eine folge aufnehmen dürfen und wenn die gut sind dann kann ich mir vorstellen dass sie dann auch weiter drauf bleiben dürfen also ihr braucht kein mikrofon ihr müsst kein youtuber sein aber ist halt nur ein vorteil wenn ihr zufällig dann doch irgendein pc habt doch ein mikrofon dann kann es sein dass die anderen sogar sagen okay geil bleibt dran oder bleibt auf jeden fall auf der insel und macht mit ich sage ich sage ich sogar noch ein take weil viele leute haben wahrscheinlich bei dir in der community nicht die java version sobald der server oder vielleicht machen jetzt auch einen neuen server ich habe keine ahnung was jetzt passiert aber falls das war wieder da ist und ich habe rechte werde ich auch dafür sorgen dass falls bei su2 leute dran kommen die die nicht die java version haben also die nicht auf pc sind und nicht im ideale sondern haben werde ich dafür sorgen dass sogar die leute auf der bad drop version raufkommen können für die aufhahnbeziehung jeder hat wirklich die möglichkeit also denkt euch jetzt nicht ich hoffe jetzt buch nicht weil ich denn eh keine chance habe also insgesamt kauft euch das war jetzt wirklich wirklich also die sollen nicht nur wegen der insel genau die sollen wirklich wenn ihr wirklich denkt okay ich habe bock auf die damalige story dann gönnt euch das und wenn ihr sagt okay ich will gerne probieren die chance zu haben auf die insel zu kommen das ist ja quasi nur als dankeschön dann ich werde quasi zwei leuten dann diese chance geben dafür dass sie dann mich das zu supporten ich würde am liebsten euch eine chance geben aber macht ja keinen sinn wenn wir dann 100 leute auf die youtuber insel lassen wisst ihr deshalb ich wollte eigentlich nur eine person drauf lassen aber dann dachte ich mir kommen ich frag mal die anderen ob die vielleicht ein problem hätten wenn ich zwei leute draus mache und so zum glück haben die meisten gesagt ja okay ist kein problem zwei leute aber drei wäre dann wiederum zu viel glaube ich deshalb zwei ist glaube ich optimal zwei ist glaube ich optimal leute deshalb gut lag also wenn dann probiert es aus jeder hat die chance aber wie gesagt kauft es nicht wegen der youtuber insel also doch wegen der insel schon aber nicht weil ihr denkt jetzt komplett ihr kommt auf die youtube es ist eine chance es ist ein nebenwerk zu dem buch das buch an sich ist ein meisterwerk das ist nur ein nebenwerk dazu also wollte ich das buch liest es gerne durch vielleicht versteht ja auch so ein bisschen mehr hinter timi die sache hinter timi wieso timi jetzt böse ist wieso sauer ist das also ihr werdet schon viele sachen verstehen wenn ihr das buch lest und wenn eine zweite fortsetzung kommt für youtube insel 2 ist es eh nötig wenn ihr das also dass er das erste buch lest weil es ist aufbauend auf die erste youtube insel und ja deswegen auf jeden fall das buch abchecken lesen ist insgesamt gut also lesen ist hilft euch wirklich ihr kommt auf andere gedanken ihr tut was für eure augen ihr könnt ihr euch gut einschlafen also wollte ich das buch lest irgendwie abends ein bisschen da drin geht schlafen und freue ich auf den nächsten tag also sehr sehr ist es auch nicht unbedingt zu viele seiten das heißt ihr werdet da jetzt nicht jahre dran lesen sondern ihr holt es euch lest euch durch und denkt euch jetzt weiß ich bescheid also wirklich wirklich heute ich das und ja ehrenmann lukas ist ein ehrenmann ich habe lukas dafür kein geld gegeben heute aber das war mal werbung auf einem ganz anderen level kurs geht raus lukas ich habe gerade extra noch eine seite gesucht um euch was zu zeigen aber eigentlich will ich die bilder euch nicht zeigen also hier steckt wirklich viel liebe drin leute habt ihr wahrscheinlich auch schon gemerkt und vor allem weil es halt mein eigenes werk sozusagen deshalb freut man sich da umso mehr dafür noch mal werbung zu machen also sorry falls ich wirklich gerade aktuell übertreibe mit werbung aber ich denke mal jeder von euch kann die lage verstehen wenn du selber dein eigenes werk rausbringt natürlich machst du dann 20 mal werbung mehr als was anderes hier leute der warden der warden erinnert ihr euch noch wo wir mit candy und rustig beim worden waren das ist die stelle ja was machen wir jetzt lukas ich habe keine ahnung ich würde vielleicht noch mal auf aufkommen oder sowas gehen müssen mit der community spielen aber was anderes können wir nicht machen oder also deine theorie macht sind zu und ich vertraue da jetzt auch drauf aber das ding ist diese theorie ist entstanden durch den chat das ist das krasse dran die frage ist das sagt uns nichts darüber aus was jetzt mit der insel los ist weil ich kann mir nicht vorstellen dass die insel einfach weg ist und sagen ich habe das buch zweimal gekauft kurz bro danke es soll ich wollte ich nicht unterbrechen ja also die frage ist was passiert ist mit der insel was macht man jetzt weil wir können jetzt einfach nur abwarten was machen wir leute was machen wir machen ich bin zum beispiel ich kann auch nicht viel machen ich rede zwar mit tobi jetzt am wochen das ist schon gebungen die frage ist ob sich daran was geändert hat oder nicht aber tobi hatte mich gefragt das heißt dass du das wird safe wegen video oder sowas werden die andere sache ist wir sind alle über ostern weg oder nicht also ich bin gar nicht zu hause über ostern ich besuche meine familie ich bin ja das ist eine gute frage die du gerade gestellt hast leute seid ihr da wenn ich morgen früh noch mal streamen oder seite wegen ostern weg schreibt mir bitte im chat rein wer quasi morgen am start wäre dann können wir morgen noch mal probieren ob die server gehen also ich werde später heute amt e nochmal probieren vielleicht ob ich dann auch im video oder so was machen wir wenn morgen die youtube insel nicht funktioniert sollen wir dann andere spiele spielen habt ihr mario kart und sowas vertraue mir du stellst das richtig komisch aber es gibt einen server da kann man so mario partie spielen in minecraft version und ich schwöre das lustig und wir können das alle zusammen spielen ja dann können wir das morgen machen das morgen also falls der server morgen nicht online ist ja morgen früh könnte ich noch streamen aber ich fahre gegen abend zu meiner mutter und ja lasst uns morgen früh irgendwie ich bin halt erst am montag wieder dabei montag ist ja noch frei und ich sag euch ehrlich ich habe ab nächste woche habe ich wieder uni und am donnerstag ich weiß ich habe noch nicht auf einen stundenplan geguckt aber am donnerstag und wir da präsenz haben an wenn tobi da auftaucht der ich sage ich ehrlich ich werde den typen so einen fetten gehfeder ziehen das muss unbedingt erzählen aber ich kann ja ich darf die anderen auch meiner uni wahrscheinlich wollen wir das nicht also werde ich ein blog gemacht und dann mache ich irgendwie so keine ahnung so eine tnt falle so am eingang unserer uni oder sowas das wäre richtig krass da bin ich sehr gespannt was der zu sagen hat dann immer wieder vor mir steht der typ nachdem er mir einfach alles weggenommen was was mir gehört hat tobi bereitet gerade unheil minus 1 vor so gut für euch leute das war krass wenn es jetzt rückwärts gehen würde tobi bereitet wieder unheil 1 vor es wieder aufwärts und jetzt geht das hunderte trinkt auf uhr hat es geht jetzt bis zur sieben minus 1 bis sie sich anringt hat bei der sieben angefangen und es wird bei der sieben aufhören es ist nicht das ende es kann nicht das ende sein das macht keinen sinn dafür dafür ist das alles zu krass gemacht dass das jetzt das ende ist ich wette das gehört auch zu dem rätsel ich mache ich was mit tobi ist tobi ist gestorben tobi ist einfach da stand weil er übermütig war dass das wird er nie selbst zu sich machen das heißt irgendwas ist schief gelaufen deshalb ist sowieso das mit dem schachbrett sinn macht ja sie macht andere quasi über tobi steht die frage ist aber wir müssen rausfinden wer vielleicht weiß tobi das aber wo ist tobi wieso ist er jetzt nicht bei uns erst hat in der selben position wie wir wenn es nicht klappt wieso ist er nicht vielleicht darf er nicht vielleicht kann er nicht und darf nicht ja du hast recht du hast vermutlich überleg mal wieso kommt er gar nicht mehr zur uni wieso geht er nicht mehr zur uni wo war wann war er das letzte mal während einer vorlesung bei dir also wir hatten halt in der letzten zeit keine uni die geht jetzt erst wieder los weil neues semester anfängt deswegen also ich weiß ich vielleicht ist auch einfach nicht da bei der uni ich habe keine ahnung aber am donnerstag ist unser erster offizieller unitag wieder vielleicht ist der professor euer professor ist der hacker boah nein das ist zu viel ich glaube nicht ich habe angst ich habe jetzt angst zur uni zu gehen ich traue mich doch nicht mehr wenn mein professor einfach der oh mein gott ja ich bin sehr gespannt auf die nix aber tobi wollte eh mit mir reden ich werde euch auch alle erzählen was los ist aber tobi meint er will mit mir reden ich habe keine ahnung weshalb krass ein was möchte ich mir sagen sind morgen da krass 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 bitte ostern ist ja glaube ich auch offiziell am sonntag kann es sein oder montag ich weiß es nicht was ist was offiziell ostern also wann 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 geht die raus und es sind eier und sowas ich weiß nicht ob das welche machen wahrscheinlich nicht alle aber ich kenne das auch wenn wir das irgendwie sowas im garten versteckt wird falls ihr den garten habt oder sowas zwar bei mir mal früher so aber manche machen halt auch einfach nur irgendwie keine ahnung irgendwas anderes meriem sagt sondern schwierigkeiten bis werde ich dich unterstützen danke sonntag ist offiziell ostern das heißt morgen sind wahrscheinlich noch welche da hat so tobi anrufen ich habe schon angerufen wie gesagt erst einmal kurz rangegangen aber er hat nicht also direkt wieder aufgelegt das ist die frage was wir jetzt machen ich glaube es gibt aber ihr müsst wirklich alle jetzt glocke aktivieren alles machen weil sobald die server wieder online sind dann werden wir direkt wieder online kommen er wurde wahrscheinlich besiegt er war der könig und jetzt schachmacht er war die ganze wahrscheinlich auf unserer seite toby war die ganze zeit auf unserer seite hat uns versucht zu überzeugen und wir haben gegen irgendwas anderes gekämpft das ist das ist meine vermutung und er wurde aber von der anderen seite schachmacht jetzt lasst uns genau lasst uns mal diese seite noch mal erweitern ich habe euch ja nur eine seite gerade ist ich weiß nicht ob du mein stream vorhin geguckt hat ist ja schon nur eine schachbrett seite gezeigt jetzt stell dir mal vor diese seite war unsere seite mit tobi und auf der anderen seite sind ganz andere menschen ganz viele andere menschen nein das ist auch zu weit her geholt leute aber ich war ja das mit dem schachbrett fühle ich er hat es versucht und ich denke tobi hat ein geheimnis safe 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 heute ihr wisst hier wurde zum beispiel gerade gefragt zu welcher religion hast du ich finde immer thema religion und politik möchte ich nicht in meinem stream erwähnen weil politik und religion immer so das muss jeder für sich entscheiden ist ja ich wäre eigentlich nur immer komplett mich nur auf youtube beziehen und eigentlich immer auch nur gute laune haben klar jetzt heute das mit dem unheil aber das hat ja nichts mit politik oder ich glaube ich habe mich schon gewundert du warst auf einmal komplett weg ja egal also ich bin dann schon wieder da aber mein stream ist glaube ich nicht Die theorie mit dem mathe lehrer ist voll klug weil über den direktor gibt es hier noch eine der die schule gebaut hat und wer hat die youtube-insel gebaut ich Ich merke schon Mathe lehrer war gar keine theorie das war das war ein vergleich das war das war eine metapher dass tobi einfach mit uns klartisch zu reden sollte aber 1 seiner bücher ist für mich 1 für meine tochter auch cool das freut mich danke dir und annaunt ganz viel spaß beim lesen du gehst auf eiersuche geht ihr auf eiersuche danke nico ich weiß es nicht wir haben wir das vielleicht eine lösung müssen wir vielleicht alle zugeben was wir falsch gemacht haben ich habe keine ahnung wo es ist alles so kompliziert alles wirklich auch die nachricht die bei mir stand als ich gestorben bin macht gar keinen sinn das habe ich auch den leuten eben schon erklärt bei mir stand einfach war zu macht hungrig weißt du was ich krass finde ich finde die youtuber insel erinnert mich wirklich an fortnight events das war damals genauso mit den ganzen fortnight events da haben wir auch immer und das ist die überleitung wir spielen jetzt den duo cash cup später mit zu wirklich und das meine ich alles was programmiert wurde das ist zu krank das ist zu heftig als dafür dass dann die insel heute aufgeht und für immer dann auf bleibt das macht keinen sinn auch das gehört wahrscheinlich zum plan safe aber tobis plan wieso ja vielleicht nicht tobis plan bro vielleicht nicht ich hab die ganze zeit gesagt tobi ist nicht böse aber je mehr ich jetzt darüber nachdenke desto weniger sinn macht es wieso wieso hat tobi uns nicht eingeweiht in alles wenn er wusste dass die insel untergeht vielleicht durfte er das nicht überleg mal ryan die wusste auch so vieles Flo wusste ja auch so vieles haben die uns das erzählt nein Flo hat mit Tobi geredet und Flo hat Tobi gefragt wieso er dich nicht retten kann Tobi meinte ich kann's Hugh retten also er zu Gefängnis im Gefängnis war aber das verstößt gegen meine Ideale hat er gesagt das waren Tobis Worte aber was macht das mit was sind seine Ideale seine Ideale sind die nicht zu helfen oder was überleg mal Tobi hatte einen gewissen Zeitraum Zeit gehabt zum Beispiel so sag ich mal jetzt diese acht Wochen oder neun Wochen waren das und vielleicht war seine Aufgabe in diesen neun Wochen uns irgendwie alle zusammen zu bringen und weil er das nicht geschafft hat ist er gekickt worden ja deshalb muss ja jemand anderes über Tobi dann stehen weil er ist am Ende gestorben Leute man hat es unten links gesehen ja das hat man ja es hat wirklich gestorben und man hat gemerkt Tobi hat ja wirklich immer nur versucht das Beste für uns quasi raus zu klar man dachte er ist böse er ist dies er ist das aber im Endeffekt war er nicht böse ne aber er hat ja wirklich nie irgendwie was wirklich böses gemacht nein hat er nicht vielleicht sollten wir denken dass er böse ist überleg mal am Anfang sollten wir guck mal am Anfang hat er ja eine ganz andere Theorie gehabt beziehungsweise er hat sich ganz anders dargestellt gehabt weil er vielleicht gedacht hat okay komm wenn ich mich jetzt als Bösewicht darstelle werden alle anderen sich zusammentun alle anderen werden sich zusammentun alle werden zusammenhalten und gegen mich kämpfen wollen haben wir versucht hat nicht geklappt dann hat er vielleicht seine Idealien wie du schon gerade gesagt hast also seine Machenschaft ein bisschen verändert gehabt und hat dann gesehen okay krass ich muss dann vielleicht andere Strenge ziehen und das so umleiten dass dann quasi unter anderem halt das mit dem Boss dass wir dann quasi versuchen gemeinsam gegen diesen Boss zu fighten und auch das hat nicht geklappt und was hat das eigentlich mit dieser einen Fee auf sich vielleicht ist die irgendwie für irgendwas aber ich weiß es auch nicht vielleicht ist Tobi ich weiß auch nicht was mit der vielleicht ist Tobi Unheil Null vielleicht warum wurde das gelöscht vielleicht ist es auch gar nicht Tobi vielleicht ist es Manuel Neuer ich weiß es nicht ich kann nicht mal draufklicken egal warum leckt das bei mir ich habe auch schon so langsam Kopfschmerzen bei dem ganzen überlegen weil Tobi ich sag dir ehrlich wenn Tobi jetzt kommen würde er hätte safe irgendeine wenn auch nicht plausible er hatte irgendeine Antwort auf alles aber wo ist er? er kann es ja nicht mal zuhören gerade er kann uns nicht mal zuhören weil wir nicht auf der Insel sind jetzt legt es nicht mehr sehr nice ja keine Ahnung Bro keine Ahnung also er kann uns zuhören er kann ja den Stream angucken aber ich glaube er will uns extra nichts sagen aber wenn es ihn jetzt selbst getroffen hat wenn er getroffen wurde von seinen eigenen Taten und der Bauch hat auch okay halten wir mal fest du sagst er wurde getroffen von seinen eigenen Taten willst du damit sagen er ist kein Admin mehr? ich weiß es nicht du musst dir vorstellen Stu Admins können nur sterben und zwar das sage ich jetzt nur die können nur sterben wenn denen entweder die Berechtigung weggenommen wird oder ein anderer die Berechtigung hat wie ein Admin also Admin können nur von Admin getötet werden oder also es geht nicht anders das heißt Tobi konnte nur durch den Slash Kill Befehl mäßig getötet werden weil anders er kann kein Schar durch Lava nehmen nicht durch irgendwie Pfeile nicht durch nichts aber da stand nicht dass er einfach nur gestorben ist da stand er wurde von Hochmut getroffen das heißt er muss von etwas getötet worden sein was viel mächtiger als er ist oder er hat seine Rechte verloren und wurde dann getötet Bro dann bestätigt das doch einfach nur noch wieder meine Aussage von vorhin mit dem Schachbrett weil es macht doch sonst gar keinen anderen Sinn es muss ja jemand anderes wirklich diesen Befehl dann eingegeben haben er wird ja selber sich nicht killen und dann den Server offline nehmen verstehst du das ja du hast recht Digga schlecht mit anderen Worten es gab von Anfang an 3 Admins du Tobi und jemand anderes und Mr. X und Mr. X oder Mrs. X keine Ahnung ist die Frage Tobi macht die Züge im Sinne der Unheile ihr seid diejenigen die Sinn draus finden müssen und den nächsten Zug machen um euch und Tobi zu beschützen ja dankeschön haben wir die Möglichkeit dieses Unheil zu besiegen bei Sue ihr habt doch alle noch gelebt das Ding das Ding ist ganz am Ende hat Ami ja Timmy rausgekickt ja okay ich will jetzt nicht sagen Leute das hört sich jetzt voll fies an vielleicht waren die ersten die wirklich draufgegangen sind die Bauern aber das will ich gar nicht so damit sagen aber es waren ja wirklich wie du gesagt hast am Ende waren ja wirklich mehrere Leute noch am Start sechs sieben Leute oder so stell dir mal vor das war die hintere Reihe außer jetzt König und König äh König und König alles klar König und Königin und die erste Reihe die raufgegangen sind zum Beispiel stays und so stays dann war es ja wirklich ein Bauer Statement Digga was für ein Bauer ich bin absolut Läufer gewesen ich wurde einfach noch falsch gesetzt ah also willst du sagen Lukas ist auch ein Bauer oder was? in dem Moment war er vielleicht auch ein Bauer ja aber nur in dem Moment das habe ich auch nicht verstanden ich verstehe auch nicht die Begründung warum ich da getötet wurde das macht alles keinen Sinn ich habe das eben schon den Leuten erklärt da stand halt ich war machtgierig oder irgendwie sowas in die Richtung aber was ist denn daran machtgierig? Guck mal stell dir mal vor ich mache jetzt mal ein Beispiel stell dir mal vor Timmy wäre wirklich jetzt in dem Fall ein Bauer gewesen und Timmy wurde ja von Amir nach vorne geschickt und zack Timmy ist dann quasi aus diesem Kreis gefallen also hat Amir Timmy ja dadurch gekillt Amir hat Timmy gekillt ich frage ich mich wieso hat das Amir gemacht? was war Amirs Intention dahinter? und jetzt gehen wir davon aus und wie wir das vorhin gesagt haben wir hätten alle wirklich zusammen halten müssen und dadurch dass wir Timmy als Bauern in den Tod geschickt haben haben wir ja quasi unnötig einen Opfer gehabt kann ich kurz was sagen? wir hatten richtig viele unnötige Opfer gehabt ich wollte mich einfach mal bei euch bedanken weil guck mal ich bin hier grad so konzentriert ich spiele und ihr seid einfach voll die Unterhaltung und mein Chat macht das auch macht weiter so ich schwöre ich sag einfach gar nix ich schwöre ihr seid die Besten ihr seid wirklich die Besten ich schwöre ihr seid die Besten den kann ich nur sagen Jungs älter sagen Wannabe! Dankeschön! Danke Bro! Wannabe! Danke! Die One Million! Ich fandest du grad meine Schachbrett-Theorie Wannabe? sag mal ehrlich die war doch sensationell oder? aber ne Leute ich hoffe die meisten haben das gecheckt Ich hoffe die meisten von euch haben gecheckt was hier Sache ist mit anderen Worten Fazlid diese zwei da kann man ein fettes Fragezeichen davor reinklatschen ok? oder da drüber und wir waren die Bauern alle anderen waren die Bauern ab und zu gab es Leute die eine bestimmte Rolle hatten von mir aus aufs Feld du hattest dann zum Beispiel die Turmrolle aber um uns gehts gar nicht es geht nur um diese zwei um diese zwei gehts und diese zwei aber wir sind uns sicher Tobi ist eine von den beiden oder sind wir da nicht sicher Tobi ist eine doch 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 Tobi ist eine von diesen beiden Tobi ist entweder die Königin oder der König gewesen von Anfang an und das ist jetzt die Aufgabe herauszufinden wer der andere ist darum gehts welche Version welche Version ist dieses Forge was wir haben? 1.20.2 1.20.2 ne ich kenn dich nicht mehr ich stell dich direkt als Designer ein sehr nice sehr nice sehr nice sehr nice also mit anderen Worten es war plausibel was ich hier gemalt habe ey das Spiel ist cool es war plausibel aber es ist immer noch keine Erklärung also es ist eine Theorie die aber nicht verfolgt die ist nicht vollständig das heißt wir müssen an der Theorie dranbleiben und gucken ob wir sie irgendwie vervollständigt bekommen wenn der König doch dazugehört warum tötet er euch dann? weil er nicht in unserem Team ist stimmt das macht keinen Sinn das ist das einzige was nicht dran Sinn macht wieso würde der eigene König alle seine Figuren opfern um am Ende sogar die Dame zu töten oder zu opfern ok stopp 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 die Theorie können wir dann erweitern überleg mal diese zwei Seiten die wir haben wir hatten Leute aus dem gegnerischen Team bei uns und andersrum das heißt wir hatten Gute bei den Bösen und Böse bei den Guten oh mein Gott und jetzt stell dir mal vor Tobi ist auf unserer Seite gewesen als Guter aber dadurch dass wir Leute hatten die quasi uns alle gegenseitig verraten haben ist quasi für die andere Seite wo dieser böse Admin dessen Namen wir nicht wissen ich hab den Faden verloren grüß dich Face Eskander ich liebe euch so sehr oh mein Gott die Leute im Chat haben recht ich hab bei einer Stunde nicht geredet ihr seid besten die Leute im Chat haben recht ihr habt alle recht klar ich bin der König in Wahrheit und hab Tobi die ganze Zeit kontrolliert und bald kommt die ganze Auflösung und Tobi war nur meine Marionette und ich hab das ganze gemacht so im Hintergrund ja ihr habt recht Jungs und Mädels im Chat macht Sinn der Hacker ist Tobis Vater der Hacker ist Tobis Vater ich war in Wahrheit die ganze Zeit der Strippenzieher hinter Tobi ich hab jetzt mit so zusammengearbeitet es war alles geplant trolle ich weiß das alles am 1. April auf der Kopf ein Video ey was ist das? ich spiel gerade Moon Wars oder so ich hab euch die ganze Zeit hinter das Licht gefühlt ha 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 ach Leute 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 ist wieder zu lustig alles ist doch einfach Bauern Alpha Clan Springer Läufer ihr 5 mit den Zuweisungen passt sogar mit der Anzahl der Figuren im Schach Brett stimmt also ich bin immer noch voll der Meinung dass das mit dem Schachbrett Sinn ergibt ich hätte Bock auf Tekken aber Kieran ist nicht da mein Jetpack ist leer ja du tankst auf den ja Lukas verarscht uns wirklich die ganze Zeit schon Lukas verarscht du uns gerade? nein also das macht doch gar keinen Sinn oder? Lukas ist Tobi und Tobi ist Lukas mein Jetpack ist leer Direxkraft HD danke für 10 verschenkte Mitglieder Kuss Dankeschön Bro ich sag ehrlich Tobi kommt am 1. April und sagt April April das war alles nur ein Spaß WAKE UP TO REALITY hast du dann Fortnite? ich weiss nicht SU ich fordere Tobi zu der Partie Schacher raus wenn ich gewinne wenn ich gewinne muss er die Wahrheit rausrücken ich glaube schon dass am 11.1. die YouTuberinsel 2 begann was ist guck mal sagen wir mal die YouTuberinsel 3 kommt die 1 also kommt danach auch 4 nein Bro was für YouTuberinsel 3 kommt das macht gar keinen Sinn guck mal aber nein ich meine irgendwann so in 5-6 Jahren ja bestimmt aber dann kommt auch 4 aber wir sind doch gerade mitten im Gefecht wir sind doch gerade noch mitten im Gefecht dieser Boss dieser Boss guck mal du weißt ich bin hartnäckig ich werde nicht aufgeben für mich ist das einfach gerade nicht abgeschlossen das ist quasi einfach keine abgeschlossene Handlung Jungs ich spiel grad TNT Run macht ihr mit? dieser Boss muss besiegt werden oder es macht einfach keinen Sinn dass es mittendrin einfach auf wird weil wir verkackt haben nein das gehört safe das gehört safe zu dem was geplant wurde 100% ich bin auch der Meinung dass das alles geplant war es muss geplant sein warum hat er es gerade gemacht? Dankeschön Direx nochmal Jungs ich hasse ihn stellt euch mal vor dass ihr bis zum 1. April überfordert seid dann kommt Tobi und sagt April, April bin ich wieder da? also wenn dann würde das die ganze Spannung rausnehmen und das alles was er bis jetzt vorbereitet hat dann würde ich das gar nicht mehr ernst nehmen können hey Tsu? ja hättet ihr Bock auf ne Runde Master Builders? ja leider nicht boh ich bin auch gleich fertig ich kann nicht mehr nein vertrau mir einfach er werden ein Thema vorgestanden du müsst das nachbauen nein Tobi mit Stimmverzerrer war vielleicht eine KI das würde erklären warum er die ganze Zeit online war ja oder Mario Party Tsu was ist wenn ach Nachricht weg schade Tsu Phoenix hat gesagt dass es in den Zügen liegt haben wir die falschen Züge gemacht und jetzt sind wir Schachmatt ich würde nicht sagen dass wir Schachmatt sind also wir haben bestimmt falsche Züge gemacht und wir haben bestimmt auch viele Opfer gehabt aber es ist noch nicht vorbei es ist noch nicht vorbei Leute es ist gerade mittendrin wir sind gerade mittendrin von etwas ganz großem in einem Gefecht ja ihr denkt vielleicht okay Unheil 0 das ist jetzt das Ende aber ich glaube Unheil 0 basiert einfach darauf dass Unheil 0 wirklich einen langen Zeitraum hat Unheil 7, 6, 5 ging immer nur einen Tag aber ich glaube Unheil 0 basiert auf einen ganz ganz langen Zeitraum checkt ihr das und diese 0 symbolisiert ja auch Tobi und deshalb glaube ich Unheil 0 ist einfach wirklich jetzt noch keine Ahnung wie lange das gehen wird es kann nicht das Ende sein das macht keinen Sinn ja Schelf nicht aber was ist wenn es doch das Ende ist wir müssen ja auch wir müssen alle wenn das das Ende ist Digga dann wird keine Ahnung dann gehst du zu Tobi und drückst ihm eine Fett in die ins Ohr rein in die Ohr latschen und sagst ey was soll das sagst Halt Stopp wir würden das Spiel spielen ey ich sag ich ehrlich ich geh so unter den Tisch spinnst eine Schnürsenke zusammen und sagst du verfolg mich doch wenn du kannst und dann legt er sich erstmal hin die 0 ist das Ende und gleichzeitig auch der Anfang oh schlauer Mann schlauer Mann das heißt das war erst gerade der Anfang von der YouTuberinsel das war aber das Ende vom Chat ich glaube das ist jetzt der Anfang von was Krankem ich glaube wenn ihr das jetzt schon alles gut wandelt dann wird das was jetzt kommt noch krasser das konnte ja vielleicht ist damit die 0 gemeint jetzt kann man auch auf Insel wenn man auf der es ist nicht das Ende es muss was krasses passieren Digga ich schätze guck mal ich habe Tobi immer so krass gelobt ich meinte boah was ist das für ein Brain der Typ ist so heftig im Programmieren 8 Likes dann 200 es muss was krasses jetzt passieren das war der Anfang von Unheil 0 das war das Ende und wirklich gleichzeitig der Anfang das Ende aber der Anfang also das heißt es geht noch lange muss es muss es das heißt die YouTuberinsel ist nicht so kaputt wie wir dachten dass sie kaputt wär ja ja wir haben jetzt auch gar keine Lösung für irgendwas gefunden warum sagt ihr alle mein Gesicht ist rot ist mein Gesicht echt rot weil wir bist für ein Blas ja ich finde gar nicht dass man Teleport Trashen ach ihr meint Tobis rotes Gesicht ich Idiot ach mein Sieger ey nein aber die haben das echt so geschrieben dass ich gemeint werden kann aber Dave Night schreibt jetzt auch du bist rot wie eine Tomate warum Dave Night sag mal Dave Night hast du noch alle Tasten im Schrank sag mal gehst du noch ganz gut hast du zu viel Fortnite gespielt oder was geh Fortnite spielen Junge ey jetzt gehen sie jetzt kaputt oder nicht ich glaube es hackt einfach wir müssen einfach nur warten bis um oh mein Gott Angst ich hab's geschafft dritter Boah Phoenix hast dir wieder so viel Geld raus gehauen Enkel Tobi muss gerettet werden durch euch geht nur durch Zusammenhalt eine Einheit reiner Herzen nur so könnt ihr alle siegen ja aber wie wir haben es heute probiert heute ging alles schief was das angeht heute haben wir null Zusammenhalt gezeigt heute waren nur Streitereien heute war nur Beef und wie immer wirklich vielen vielen Dank Dankeschön für die ganzen Donis stellt euch mal vor dass wenn ihr auf die Insel kommt alles kaputt ist und da ihr den dann befreit haben ist er endlich frei er macht alles in Schutt und Asche es kann alles sein save es kann auch alles sein Ich hab den Stream verpasst boah Leo dann hast du ganz viel verpasst Programmierfehler glaube ich nicht 100 pro nicht nächste Runde Jungs kommt rein die Flamme ist aus iCryMix ist Tobi was ist wenn bei einem Schachbrett die KI ist und bei einem anderen Tobi und als Tobi starb wurde er Schachmatt gesetzt und wir waren seine Bauern also YouTuber Insel weg nein die YouTuber Insel kann nicht weg sein wir machen rein weil es Tue eine kleine Kuh ist Bro Tue hast du euch gerade selber Kuh genannt? das Ding ist gehen wir mal davon aus es klappt jetzt alles wieder ja so in einer Stunde vielleicht klappt es ja auch jetzt wir können ja mal kurz gucken wir gehen wieder auf den Server aber so das Ding ist du bist ja unter anderem gestorben ja also du hast jetzt gestorben ich hab noch hast du deine Items verloren? ja nein die hast du nicht verloren oder hast du die verloren? ich hatte meine nicht verloren ich hatte meine auch nicht verloren ich hatte sie noch also ich hatte sie noch im Moment als ich Spectator war boah was soll ich machen? wo? ja Leute ich würde mal sagen Lucas und Stace streamt ihr noch weiter ich weiß es nicht würde so ein bisschen spielen ja ich wollte euch nämlich noch ich würde es auf jeden fall noch ein bisschen mit der community spielen und vielleicht ein bisschen den kopf frei bekommen irgendwelche guten ideen zu bekommen und ich habe beides teams gerade an entscheidet euch gleich wo ihr hingehen wollt ich werde beide links gleich reinschicken aber erst mal noch mal wirklich vielen vielen dank für den heutigen support zwar geisteskrank also wie gesagt ich kann mich vorstellen dass das das ende ist ich denke das wird auch alles zu dem plan was da gemacht wurde und auch er unter anderem rätsel weil alles basiert immer auf rätsel und ich denke mal vielleicht müssen wir jetzt irgendein rätsel oder so lösen deshalb ich werde ja morgen live gehen dann schauen wir mal ob ich weitere informationen gesammelt habe vielleicht lade ich auch noch ein video dazu hoch müssen wir schauen danke an alle wirklich wie immer gestern die eine million geparkt heute sind wir glaube ich bei 1,1 schon oder ach so ich bin nicht gemütet nervt durch das durch mich muten ich liebe das doch wirklich bei 1 1 jetzt oh mein gott bei 1 1 und deshalb leute kuss jeder einzel der hier so geile theorien aufgeschrieben hat ich denke mal eine theorie von irgendjemand von euch wird zu 100 prozent auch wahr sein vielleicht sogar auch unsere die wir zusammen aufgestellt haben müssen wir schauen aber egal was ist ich bin mir sicher es kann nicht das ende sein wenn das das ende ist dann wird lukas dann noch mal richtig stress machen müssen ich mache sogar einen vlog daraus wenn das das ende ist es ist für mich entertainment gewesen von unheil 7 bis jetzt auch wenn das vielleicht alles böse und alles keine ahnung dargestellt wurde es war entertainment für mich für die ganze youtube und ich denke mal auch für euch und deshalb ich denke wir sind wirklich gerade vielleicht sogar wie gesagt ich bin mir sicher eigentlich wenn wirklich jetzt wir wieder raufkommen dann war unheil 0 der anfang und unheil 0 wenn ihr versteht was ich meine ja das heißt unheil 0 ist gar nicht zu ende bisher unheil ist es nicht mal zu ende es ist gar anfang gewesen genau ich glaube unheil 0 wird lange gehen ich glaube nicht dass unheil 0 sowie unheil 1 2 3 4 5 oder sechstes weißt du oder sieben ja das recht ich glaube unheil 0 ist einfach ein langer zeitraum ja leute von heute danke an jeden einzelnen dank für die ganzen donis dank für die ganzen likes ich werde euch jetzt beide links rein posten hier leute erster linke weiter wann geht es morgen weiter 8 uhr 30 werde ich wieder live sein lass uns dann andere spiele zocken wenn es nicht geht kommt ihr auch dann bin ich dabei das ist lukas links leute jetzt werde ich abwechselnd lukas und stace deinen link reinkopieren klickt einfach irgendwo rauf vielleicht habt ihr auch beide streams offen und könnt beide supporten die gerne rüber haut rein dank für alles wir sehen uns freunde ich habe mich auf instagram wenn ihr mein buch geholt habt ich weiß nicht was wir machen